Ja, Shalom und Gottes reichen Segen, willkommen zur ersten Folge einer neuen Serie, nämlich John Todd packt aus, vielleicht kennen einige schon diesen ehemaligen Hexenmeister, der in eine satanische Familie hineingeboren wurde, aber letztendlich zur Wahrheit zum Herrn Jesus Christus gefunden hat und er hat uns Einblicke gegeben, vor einigen Jahrzehnten, genauer gesagt im Jahr 1977, über übernatürliche Phänomene, okkulte Logen, aber auch politische Hintergründe und deswegen wollen wir uns in wahrscheinlich 5 Teilen insgesamt anschauen, was dieser ehemalige Ex-Satanist und Ex-Hexenmeister über diese okkulten, übernatürlichen Phänomene zu sagen hat. Wir fangen an im ersten Teil und der heißt Hexerei in der Loge, Luzifers Lichtträger und somit zitiere ich jetzt hier eine Übersetzung, die ins Deutsch übersetzt wurde, von der Seite Zeitwort.at vom 23. Februar 2010. Der Kanal, der das gemacht hat, heißt Baumfeld und dafür auf jeden Fall an dieser Stelle auch recht herzlichen Dank, denn John Todd hat in der Tat einiges zu erzählen. Ich fange an und zitiere John Todd. Als ich errettet wurde, wusste ich absolut nichts über die Bibel, außer ein paar grundlegenden Lehren, über die ich zufällig in einer Kirche des Nazareners gestolpert bin, als ich etwa 10 Jahre alt war. Als die Leute, von denen ich erzogen wurde, die der Hexerei angehörten, herausfanden, dass ich in diese Kirche gegangen war, machten sie mir die Hölle heiß. Und das war's dann mit Losgehen und irgendwas vom Wort Gottes hören. Also lernte ich alles, was ich über die Bibel weiß, in den letzten 5 Jahren. Ich hatte einige sehr, sehr gute Lehre in San Antonio. Ein Mann namens Jack Taylor, ein Pastor der Southern Baptist Convention, und als ich ihm circa zwei Tage, nachdem ich errettet worden war, von den Dingen erzählte, aus denen ich herausgekommen war und vor denen ich Angst hatte und so weiter, gab er mir diese Schriftstelle als eine Art Schlachtruftext für mich oder so, für meinen späteren Weg im Dienst für Jesus Christus. Und ich teile ihn mit Christen, denn in den Tagen dieser Zeit, und zwar an der Endzeit, in der wir uns befinden, wo viel rund um uns passiert, verlieren wir aus den Augen, wer hinter dem steckt, was rund um uns passiert. Wir verlieren aus den Augen, dass es, wenn es gut und positiv ist, der Herr ist, und wenn es böse und rebellisch ist, der Teufel ist. Oft schauen wir unsere jugendlichen Kinder an und denken, dies sind der Teufel. Und die jugendlichen Kinder schauen die Eltern an und denken, dies sind die Teufel. Und wir verlieren aus den Augen, wer unser Feind ist in dieser Kriegsführung, in der wir uns befinden. Also möchte ich das mit euch teilen. Ich bin sicher, dass es viele von euch kennen, und wenn nicht, dann empfehle ich euch, dass ihr es in eurer Bibel markiert und auswendig lernt. Und dann zitiert John Todd Epheser 6, Vers 12, wo geschrieben steht, Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und dann geht es weiter mit John Todd, der sagt, Und ich war in einer Eigenbauhexer. Seit ich ungefähr 5 Jahre alt war, kannte ich nichts außer Hexerei. Ich wollte über anderes wissen, aber sie haben mit mir nicht darüber geredet. Sie nehmen einen sehr, sehr jungen und noch bevor sie über die sogenannten positiven Aspekte der Hexerei reden, erzählen sie einen von den negativen Aspekten des Christentums. Also, dass ich ein Christ bin, ist ein Wunder. Nicht, weil ich aus der Hexerei raus wollte, sondern weil ich das Christentum als einzigen Ausweg in Erwägung zog. Denn sie verpassen einem von frühester Kindheit an eine Gehirnwäsche, dass der Christ das bösartigste Wesen oder die bösartigste Kreatur des Universums ist, weil wir können ja im Namen von Jesus Christus Dämonen austreiben. Dass er sich nichts mehr wünscht, als die Durchschnittshexe auszuhalten, sie zu erschießen, zu verbrennen, zu erhängen, was immer er tun kann. Und dass Christen die hasserfülltesten Wesen sind, die jemals existierten, auf derselben Stufe wie zum Beispiel Adolf Hitler. Also in diesem Glauben bin ich aufgewachsen und mein Nachname war Todd, aber darauf wurde er vor 60 Jahren geändert. Bis dahin war unser Name Collins und die Collins-Familie, mein direkter Stammbaum, war gemäß Geschichte der Hexerei und gemäß einiger Geschichtsbücher, die ich auch finden kann, verantwortlich dafür, dass die Hexerei in die Vereinigten Staaten gebracht wurde. Als ich 14 war und einige von euch mögen das für ein sehr junges Alter halten, aber das war es nicht, es war irgendwie ein hohes Alter dafür, wurde ich in die organisierte Hexerei initiiert. Ja, hier sehen wir natürlich auch das Bild des Symbols der Illuminaten mit dem einsehenden Auge, die Pyramide mit dem Auge und die befindet sich oder schwebt sozusagen, weil Geist, der Engel, die Hure Babylon, Lucifer, wie auch immer, die schweben natürlich über der Erde, aber sie kommen, laut dem Buch auf die Erde, laut dem Buch der Offenbarung. Kommen wir weiter zu John Todd. Er sagt, sie erzählen ihnen über ESP, außersinnliche Wahrnehmungen, sie erzählen ihnen über übersinnliche Fähigkeiten, sie erzählen ihnen von den Geisten der Verstorbenen, sie erzählen ihnen alles, außer was es ist. Und dann lehrte mich meine Pflegemutter sechs Monate lang etwas, womit sich euer Pastor sehr gut auskennt. Die politische Situation des Okkultismus. Und plötzlich wurde mir klar, dass die Hexerei nicht nur aus Zaubersprüchen bestand, sie hatte ein Ziel im Sinn. Und da begann ich etwas Angst zu bekommen, denn wie gesagt, als ich zehn war, hatte ich ein wenig über die Bibel gelernt und zufällig war die Offenbarung alles, was ich gelernt hatte. Und plötzlich diskutierten wir einen Weltherrscher, der von Lucifer persönlich geführt werden würde, der die Kontrolle über die Welt auf übernatürliche Weise erlangen könnte und Kontrolle über das Denken der Leute erlangen würde. Klingt ein bisschen wie Hypnose, die Rede ist natürlich vom Antichristen. Natürlich sagten sie nicht, dass es dagegen eine Verteidigung gibt. Nachdem sie sprachen, würde jeder unter seinen Bann stehen. Sie sagten nichts über das Blut Jesu und ich will euch ganz klar sagen, die Hexerei ist real und übernatürlich. Ich erinnere mich an den Geistlichen, der mir Zeugnis von Jesus gab und sagte, dass er erzogen wurde zu glauben, zumindest bis er seine Tochter darin verwickelt sah. Und er war ein baptistischer Pastor, dass Hexen Fabelwesen sind, die zu Halloween auf Besen herumfliegen. Und plötzlich wachte er auf und fand heraus, dass das sehr real war und wenn ihr was über die Macht dahinter herausfinden wollt und darüber, wie man sie besiegt, dann empfehle ich das 16. Kapitel der Apostelgeschichte. Paulus ging sehr nett damit um und eine Sache, die ich den Jugendlichen bezeugen kann, die darüber nachdenken, bezüglich der Lügen, dass man mit Hexereifähigkeiten geboren wird. Das sind die Lügen, die sie einem reindrücken. Als ich errettet wurde und der Pastor der Baptistenkirche dort die Dämonen austrieb, die in mir waren, verlor ich die ganze Macht der Hexerei. Ich habe es nie bereut, wenn die Macht von Dämonen kam, dann brauche ich diese Dämonen nicht. Und genauso, wenn es um Fabelwesen geht, sehen wir hier auch das Fest Halloween. Es ist bedauerlich, dass sehr viele Christen auch so viel Wohlgefahren an diesen Festen haben. Aber wir sollen ja nicht den Weg der Heiden gehen und Gott hat uns ja selbst sieben Festtage gegeben oder sieben Feste. Deswegen dieses okkulte Fest Halloween. Das können die Heiden feiern, solange wie sie wollen. Wir Christen sollen das nicht tun. John Todd fährt fort und sagt außerdem, also bevor ihr Jugendliche anfangt mit dem Horoskopen und den Witcher-Brettern herumzublödeln, lest mal das 18. Kapitel vom 5. Buch Mose und findet heraus, dass ihr euch davon einen Dämon einfangt. Ihr fangt euch einen ein und das geht so weiter. Meine Pflegemutter schrieb ein Buch, das sie feststellte, dass einen einzigen Zauberspruch zu sprechen oder eine Seance in der Hexerei mitzumachen, so ist wie einen vom Hohen Berg oder Wolkenkratzer zu springen. Es gibt kein Zurück. Es ist die stärkste Sucht, die ich kenne. Der Fulkinson sagte, dass er oft Leute von Drogen loskommen gesehen hat, aber nicht eine Hexe oder einen Hexer vom Okkultismus. Ich habe sein Weltbild erschüttert und ich habe inzwischen tausenden Leuten bei Hexerei, Entwöhnung und Drogenentwöhnungen geholfen. Und sobald man den Entzug gesehen hat, durch den eine Person durch muss, um von der Hexerei loszukommen, wird man denken, dass Drogen nehmen etwas ist, was im Kindergarten praktiziert wird. So brutal und destruktiv ist das, besonders ohne Christus. Okay, auf der Rückseite der 1-Dollar-Note seht ihr den Kranz mit der Pyramide darin. Nun, Dr. Rasmussen hat im obersten Stockwerk den gesamten Kranz. Bei euch sind nur die Worte auf den Steinblöcken weggelassen, aber es gibt da Teilstücke. Das ist ein wenig der Zeit hinterher. Es gibt ein paar neue Organisationen, das ist der Status im 19. Jahrhundert. Aber diese Pyramide, nämlich die auf dem 1-Dollar-Schein, besteht bei den Illuminaten aus drei Pyramiden und einer Sphinx, aber der Kranz ist dieser Kranz. Die Illuminaten sind die Okkult-Organisation, zu der wir gehörten. Es bedeutet die Lichtträger. Lucifer heißt ja übersetzt so viel wie Lichtträger und die Illuminaten, die Erleuchteten, sind also die Lichtträger, die die okkulte Fackel Lucifers in die Welt hinaustragen und von ihm besessen sind. Und weil sie die Sokultisten von Dämonen besessen sind, oft werden sie diese Geister, die sie einst riefen oder in die sie hineingeboren sind, halt eben nicht los und eben nicht ohne Christus. Weiter sagt John Todd, die Hexen nennen es Muria, der erobernde Wind, aber der Schlüsselstein darüber, das Auge, ist Lucifer. Das Dreieck des Schlusssteins ist das Tribunal der Rothschild-Familie, die als die heilige Familie bezeichnet wird. Sie führen die Illuminaten. Sie wären so wie Paulus, Petrus und für die Katholiken alle Heiligen, Maria und alle zusammengenommen und der Papst. Sie sind das Sprachrohr. Die Doktrin im Okkultismus besagt, dass Lucifer kommt und an ihrem Speisetisch Platz nimmt. Ähm, wenn sie den Tisch sehen, dann verlassen sie den Raum. Dreizehn Stühle, wobei der dreizehnte für Lucifer ist, damit er selbst da sitzt. Ähm, sie decken ihm auf und alles. Nun, ich war dort auf dem Anwesen und habe diese Vorgänge beobachtet. Und die wiederum geben Anweisungen an den obersten Block dieser Pyramide und dieser oberste Block ist der Rat der Dreizehn, auch druidisches Großkonzil, dessen Mitglied ich war. John Todd spricht also aus eigener Erfahrung und das ist natürlich besonders wichtig. Ähnlich auch wie beim Ex-Hexenmeister und Satanist Roger Monod, der ja ähnliche Erfahrungen gemacht hat. John Todd sagt weiter, und Hexen nennen es nicht Hexerei, sie nennen es die Macht. Der Film heißt Krieg der Sterne und bei der gesamten Sache geht es um ungefähr zwei Drittel vom Film basieren auf der Macht. Dass man stärker wird, wenn man stirbt, man reinkarniert, man enthält, man erhält Führung von Leuten, die tot sind. Es ist ESP, außersendliche Wahrnehmung. Dass man, dass es schaut, die größte Lüge über die Hexerei ist, dass sie nicht schlecht ist. Sie ist weder gut noch schlecht. Es ist die Person, die gut oder böse ist. Und dieser Film hebt das sehr hervor. Dass Hexerei okay wäre, solange man eine gute Person ist. Die gute Seite der Macht ist also demnach gar nicht so schlecht, weil es ist ja von guten Personen und die schlechte Seite der Macht wäre gar nicht so schlecht, wenn sie von guten Personen und nicht von Darth Vader und so weiter gebraucht wird. Also Erwachsene, bevor ihr sie gehen lasst. Und das andere, was ich ganz schnell anschneiden will, ist, wie viele erinnern sich an Verliebt in eine Hexe? Vielleicht eine der Hauptgründe, dass die Hexerei wuchs, liegt in der Seifenoper Dark Shadows. Verliebt in eine Hexe wurde von einer Hexe geschrieben. In der Hexerei glaubt man, dass man als Hexe geboren wird und dass die sterblichen oder normalen Leute Schwachköpfe sind. Erinnert euch das an irgendetwas? Passt lieber auf, wo eure Kinder beim Fernsehen hinschalten. In den letzten 5 Jahren gab es keinen Hexereifilm, der irgendetwas mit Satan zu tun hätte, in dem Satan nicht gewonnen hätte. Ganz offen im Film. Ja und hier unten sehen wir auch den Millennium Falken. Ja, ich kenne mich da ein bisschen aus, tatsächlich bei Star Wars. Und ich habe auch den 9. Teil gesehen. Da gibt es auch Inkarnationen. Tote werden auferweckt und die Menschen schweben und können Gedanken lesen und praktisch Hypnose machen. Also alles okkulte Phänomene. Tatsächlich sehr beliebt bei Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen. Und ja, eine schlecht gemachte, eine gut gemachte, okkulte Lüge. Ein Märchen praktisch. Dann schauen wir uns noch zum Schluss an. Ich habe eine Erstklässlerin, die während der Halloween-Saison in die Schule ging und jeden Tag hineinkam und sagte, Papa, da ist es, wirf es in den Mistkübel. Die Goblins, die Geister, die Hexenzeug, das sie ausschneiden. Sie verstand, sie sagt, naja, es kommen ja bald Erntedankfest und Weihnachten. Sie verstand, Halloween hat absolut nichts mit dem Christentum zu tun. Christen sollten das überhaupt nicht anrühren. Es kommt vom Wort Samhain, das bedeutet, der Tag, an dem die Toten wiederkommen und sprechen. Es wurde von Hexen erfunden, Katholiken schlugen daraus Kapital, aber nichts darin hat mit Christlichem zu tun. Nichts. Wer will einen Tag feiern, an dem Hexen auf der ganzen Welt tausende Leute opfern? Weiße Magie und schwarze Magie sind katholische Ausdrücke. Als die Leute am Schalterhaufen verbrannten, weil sie Hexen waren, wollten sie sich selbst schützen, da sie es praktizierten. Also erfanden sie die Ausdrücke weiße Hexerei oder weiße Magie und schwarze Magie oder schwarze Hexerei. Hexen werden euch in ihren Büchern erzählen, dass sie nicht existieren, wie in Krieg der Sterne erwähnt. Und dennoch, wenn sie versuchen, einen Christen zu konvertieren, dann sagen sie, dass sie weiße Hexen und nicht schwarze Hexen sind. Und dennoch in ihren Büchern sagen sie, dass das nicht existiert, was also bedeutet, dass sie alles Mögliche behaupten werden, um euch zu konvertieren. Aber so etwas gibt es nicht. Der Teufel ist böse und man kann ihn oder irgendetwas, das er tut, nicht weiß waschen. Ein guter Begriff, weiß waschen, wegen weißer Magie. Man kann es ESP-Außersinnliche Wahrnehmung nennen, aber es ist trotzdem Hexerei. Ja, auch im christlichen Abendland, im sogenannten christlichen Abendland, da haben ja viele Menschen mehr Gefallen gefunden an Esoterik, Buddhismus, Chakren öffnen und Ouija-Brett und was weiß ich nicht was, anstatt die Bibel zu lesen. Aber was soll man in der Endzeit auch anderes erwarten? Wir schauen aber nochmal in die Heilige Schrift hinein. Und wie gesagt, das war jetzt erstmal ein Anfang. Wir schauen uns nämlich chronologisch an, was John Todd gesagt hat. Und da fasse ich einiges zusammen, nicht alles, das wäre zu viel, aber es geht dann auf jeden Fall weiter im zweiten Teil von John Todd. Jetzt schauen wir erstmal in Jesaja 5, Abvers 20, da heißt es, Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen, die sprechen, wer sieht uns oder wer kennt uns. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis zu machen, erklären und die Bittere Süß und Süßes Bitter nennen. Ja, Finsternis zu Licht, Licht zu Finsternis. Genau darum geht es ja auch bei Star Wars und das machen auch viele in der Hexerei, dass sie sagen, weiße Hexerei, weißer Okkultismus, sozusagen weißer Satanismus sei gar nicht so schlecht und damit machen sie aus Finsternis Licht. Aber das Christentum ist das Allerschlimmste und damit machen sie aus Licht Finsternis, denn wir wissen ja, Jesus ist das Licht der Welt und er sagt auch, dass wir das Licht der Welt sein sollen und das können wir natürlich nur, wenn wir auch in Jesus Fußstapfen treten und versuchen, das Kreuz auf uns zu nehmen. Wir schauen uns mal an, was Gott verboten hat und was heute auch im christlichen Abendland praktiziert wird. Leider. Wir schauen in die Tora, 5. Buch Mose, Kapitel 18, Abvers 10, da heißt es, Naja, dass man niemanden durchs Feuer gehen lässt, ist vielleicht irgendwo im Zirkus, vielleicht eine Zirkusnummer mit Tieren oder so, das ist vielleicht nicht der Fall, aber Wahrsagerei, Hexerei, an sich an Tote wenden, Geister beschweren, Esoterik, Channeling und so weiter und so fort, Gang und Gebe auch in Deutschland. Jetzt schauen wir uns mal an, das hat alles Gott verboten, das wird heute auch teilweise unbewusst von Christen praktiziert, wenn sie zu viel in die Esoterik-Kiste schauen. Wir schauen uns hier mal im 2. Buch Chronik, Kapitel 33, Vers 6 an, da geht es um einen König aus dem Haus Judah, der heißt Manasseh, und wir schauen mal, was er alles gemacht hat. So heißt es, Und man müsste eigentlich sagen, dass dieser König Manasseh aus dem Haus Judah genau wusste, was alles verboten ist, weil er hat genau das getan, was Gott im 5. Buch Mose verboten hat, Zeichendörterei, Zauberei, Beschwörung, Geisterbefrage, Wahrsager und so weiter und so fort. Ja und hier rechts unten sehen wir noch das Symbol, das Auge der Illuminaten, die Pyramide, vielleicht kennt ihr den Film oder das Märchen Hänsel und Gretel, ihr könnt euch mal den Trailer anschauen von Hänsel und Gretel, da gibt es ja bald einen Kinofilm und ob euch da nicht etwas auffällt. Zum Schluss schauen wir noch einmal in die Bibel, zunächst ins Neue Testament nochmal, beziehungsweise auch schließlich im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1 heißt es, Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und dass die sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Und das geschieht natürlich auch heute bei uns und viele glauben ja, dass sie gerettet werden eines Tages von Außerirdischen, dass sie nochmal wiederkommen, dass sie den Körper verlassen, außer körperliche Erfahrungen haben. Das Problem ist, wenn das wirklich so ist und der Geist den Körper verlässt, der Geist muss ja im Körper sein, aber das geschieht nur dann, wenn ein anderer Geist den Körper in dem Moment kontrolliert, was genauso bei Hypnose der Fall ist. Der Mensch, der nach der Hypnose aufwacht, weiß gar nicht, was mit ihm geschehen ist, weil jemand anderes das dann steuert, wenn er rumläuft wie ein Huhn, und das sind unreine Geister. Offenbarung 16, 14, da heißt es, Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jedem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Ja, wenn es irgendwann heißt, wir haben Besuch von Außerirdischen bekommen und Engeln oder so wie auch immer, denken wir dran, auch die dämonischen Geister werden uns laut Bibel einen Besuch abstatten. Und jetzt etwas, warum es wichtig ist, was John Todd getan hat oder auch Roger Monod, was auch wir Christen tun sollen, natürlich in allererster Linie auch das Evangelium verkündigen und das ist die Hauptbotschaft und in Epheser 5, Abfest 11 lesen ihr aber außerdem, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, zum Beispiel des Okkultismus, Hexerei und so weiter, sondern deckt sie vielmehr auf, denn das, was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Und wenn wir uns an MKUltra erinnern oder dran denken, was da alles passiert, im Namen der Regierung, der CIA und so weiter, ja, das sind auch Werke der Finsternis, die aufgedeckt werden sollen und das wollen wir im Namen des Herrn auch tun, damit das Licht die Finsternis am Ende besiegt, denn das Licht ist immer stärker als die Finsternis und die Wahrheit immer wichtiger als die Lügen dieser Welt. Auch Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 8, heilt Kranke, reinigt Aussätze, weckt sogar Tote auf und treibt Dämonen aus. Und umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Das heißt, wenn irgendjemand dämonische Plagen hat und man muss ihn jetzt, den Dämonen austreiben, sollte irgendein Christ dafür Geld verlangen, ist es auf jeden Fall kein Christ und das ist auf jeden Fall auch etwas, was wir im Neuen Testament lesen. Da wollte auch jemand die Gabe des Heiligen Geistes kaufen, aber das ist unmöglich. Und deswegen, wir sollten gewarnt sein und es geht auf jeden Fall im zweiten Teil weiter mit John Todts Aussagen und es wird wirklich noch sehr spannend für diejenigen, die nicht genau wissen, was diese Ex-Hexenmeister alles berichtet hat. Das war der erste Teil, ich wünsche euch gottesreichen Segen und nicht vergessen, die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das war, ist und bleibt Jesus Christus. Amen und Gott segne euch. Ja, Shalom und gottesreichen Segen. Willkommen zur zweiten Folge der Serie John Todt packt aus. Ein Ex-Hexenmeister und Satanist berichtet über okkulte Phänomene und Geheimgesellschaften. In der letzten Folge, beziehungsweise in der ersten Folge, ging es mehr oder weniger um sein Zeugnis und heute wollen wir uns auch ein bisschen mit der Musikindustrie beschäftigen und uns anschauen, was diese Ex-Satanist im Jahre 1977 über die damalige Musikindustrie zu sagen hat und man kann eines vorweg sagen, es hat sich nicht viel verändert. Ich zitiere also weiter die Worte von John Todt, so heißt es in diesem Teil, Teuflische Musik, die verkauften Seelen. Das System ist so, genau die Bücher, die behaupten, dass die Illuminaten eine jüdische Organisation sind, behaupten auch, dass die Illuminaten eine luziferische Organisation sind. Man kann nicht beides haben, ein wahrer Jude glaubt an Yahweh, eine Person in den Illuminaten und ich bin kein Jude und war ein Anführer der Illuminaten, glaubt an Luzifer, den Gott des Lichts, Frieden und Liebe und bla bla bla. Das hat nichts mit demselbigen zu tun. Denn da mögen ein paar geborene Juden sein und die mögen ein paar Verbindungen zum Zionismus haben, Blutlinien, aber die Organisation selbst hat überhaupt nichts mit jüdischen Dingen zu tun. Sie ist total hundertprozentig druidisch, okkult und das ist ihr Zweck. Und es gibt ja auch heute viele, die sagen, ja, es ist eine jüdische Weltverschwörung, mit der wir es uns zu tun haben. Die blicken nur bis zu einem bestimmten Teil des Fensters hinaus, denn wenn man ein bisschen weiter schaut über den Tellerrand des Menschlichen und in die geistige Welt schaut, dann sehen wir, dass diese ganzen Okkultisten und Satanisten tatsächlich in Verbindung mit Geistern, mit Dämonen sind und ihr Anführer Luzifer ist und nicht Yahweh. Deswegen, wir haben es in der Tat, wie John Todd schon sagt, nicht mit einer jüdischen Verschwörung zu tun, sondern mit einer okkulten, luziferischen, satanischen Verschwörung. Wir machen weiter. John Todd berichtet außerdem, In meinem Gebiet hatte ich 5000 Hexenzirkel, das heißt, dass ich 55.000 Priester und Priesterinnen hatte. Das war nicht die Glaubensgemeinschaft, das waren nur die Geistlichen. Ich sah einen Film von Hal Lindsey über den Okkultismus, in dem er sagt, dass er glaubt, es gebe 5000 Hexen in den Vereinigten Staaten. Es gibt 25.000 Hexen allein in der Gegend von Los Angeles Stadt, also hat er das sehr unterschätzt. Gemäß den Statistiken, die wir zurzeit sehen, ist es die am schnellsten wachsende Religion in den Vereinigten Staaten und definitiv ist sie auf der Welt. Und der Grund, warum sie so schnell wächst, ist, weil sie diese finanzielle Macht hat und es ist, weil Christen, die meisten von ihnen, kennen das Wort Gottes nicht und haben deshalb Angst davor und deshalb evangelisieren sie keine Leute in der okkulten Welt. Aber wir als Christen, Jesus sagt, wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Menschen und wo, wenn nicht da, wo es am finstersten ist, am dunkelsten ist und deswegen sollen Christen ja auch dorthin gehen und die Werke der Finsternis ans Licht bringen und aber natürlich keine Gemeinschaft mit denselben haben. Weiter sagt John Todd, die Gruppe, die ihr im Radio gehört habt, heißt Original Castle, äh Cased. Es wurde immer gesagt, dass das Lied von Original Cast ist. Der Name der Gruppe ist die originelle Vergangenheit des Liedes, äh, war Coven, zu deutsch Hexenzirkel. Sie wurde von dem Tom Laughens Tochter geführt. Tom Laughens sagte, dass er, seine Frau, sein Sohn, seine beiden Töchter und David, der Produzent, Satanismus betreiben. Tatsächlich produzieren sie den achten Album-Track auf einer kompletten Zeremonie, die von Coven Schritt für Schritt durchgeführt wurde. Und das ist die Gruppe, die One Tin Soldier gemacht hat und ich habe alle Billy-Jack-Filme gesehen, außer den neuen, der jetzt herauskommt. Und jeder von den Filmen ist antichristlich und pro-Okkultismus. Wir müssen natürlich denken, das hat John Todd, der Ex-Hexenmeister, im Jahr 1977 gesagt. Also da war ich noch nicht geboren, deswegen kann ich mich an diese Gruppen oder Namen teilweise kommen mir nicht bekannt vor. Aber auch aktuelle heutige Gruppen sind ebenfalls im Bund mit dem Teufel und haben ihre Seele dem Teufel verkauft. Dazu kommen wir noch. Weiter sagt John Todd, bei The Trial of Billy Jack geht es um Dämonen und da gibt es mehr Hexerei- und Satanistenzeremonien, als dass es mit einem Trial-Verhandlung von Billy Jack zu tun hätte. Und da wären ständig Schritt für Schritt Zeremonien, da war Reinkarnation, Schutzgeister, Namen von seinen Körperbesitz und wieder und wieder kam das zum Vorschein. Das war jetzt eine Gruppe, Rolling Stones. Mick Jagger hat wieder und wieder offen im Fernsehen erklärt, ich weiß nicht, wo die jungen Christen waren, als das stattfand, dass er, als er im Gefängnis war, bevor die Stones überhaupt gegründet wurden, seine Seele dem Teufel verkauft hat. Und es gibt diese Ausschnitte auch auf YouTube zu finden. Also Mick Jagger hat keinen Spaß gemacht, es war ernst, hat seine Seele dem Teufel verkauft, deswegen steht er mit, ja ich weiß nicht, wie alt er ist, 140, keine Ahnung, steht immer noch auf der Bühne, ja. Aber in Jesus werden wir ja frei. Er hat seine Seele dem Teufel verkauft, um die führenden Rockgruppen, um die führende Rockgruppe der Nation zu werden, was sie auch geschafft haben, und um aus dem Gefängnis zu kommen. Er ist nun die führende Rockgruppe der Nation und auf der Welt. Er hat Songs geschrieben, die den Teufel preisen. Und ich weiß, dass der Teufel es ihm gegeben hat, denn der Teufel singt immer gerne über sich selbst. Er möchte also eigentlich auf der Bühne stehen und die Hauptrolle übernehmen. Und in einem Song, den Jagger geschrieben hat, sagte er, Also wir haben eine kleine Reihe von Regeln, die Satan einhalten sollte, aber er hält sie nicht ein. Es ist wie die Illuminaten. Sie besitzen Staaten. Sie wählen in einem Krieg keine Seite. Sie verursachen einen Krieg und setzen beide Länder gegeneinander an, obwohl ihnen beide Länder gehören. Sie haben keine Seiten, sie haben ein Ziel. Satan hat jede Religion in der Hand, außer das, was mit Jesu Blut bedeckt ist, also das Christentum. Aber wir wissen, auch im Christentum hat der Teufel natürlich bereits die Türen geöffnet. Da ist nämlich die Verwirrung des Spiels. Wir verursachen Dinge als gut oder schlecht zu erklären. Wir können das aber nicht tun. Wir erklären die Dinge als Jesus oder der Teufel. Da sollte man die Linie ziehen. Aber Jagger hat das wieder und wieder gesagt und das gilt auch für die Rockmusik. Versucht nicht zu erklären, dass sie gut oder schlecht ist. Sie ist schlecht. Jetzt will ich euch ein Werkzeug geben, das das gewissermaßen zusammenfassen wird. Ich bin den meisten von ihnen begegnet. Die meisten von ihnen waren Okkultisten, aber die meisten von ihnen waren auch auf Drogen. Jetzt will ich hier ganz schnell etwas sagen. Wie viele von euch erinnern sich an eine Gruppe namens Bloodstones? Oder ich glaube, sie hieß Bloodrock. Mir sagt diese Gruppe auf jeden Fall nichts. John Todd sagt dazu weiter. D-O-A, das Lied D-O-A. Sie machten diesen Song, während sie auf ACET waren. Erhielten sie diese Worte. Ich sprach mit dem Typen. Er sagte, ein Dämon, oder er nannte es nicht ein Dämon. Er sagte, der Geist dieses Mädchens, das erkannte, das in einem Auto gestorben war, das war ein Dämon, der sich als dieses Mädchen ausgab, erschien ihm und gab ihm während diesem ACET-Trip die Noten, die Worte und alles. Sie reichten es bei einem Copyright-Anwalt ein. Am Tag danach, äh, am Tag nachdem es der Copyright-Anwalt eingereicht hatte, kam eine andere Gruppe daher, die zur Zeit berühmt war und reichte demselben Song ein. Note für Note, Wort für Wort. Und als ich im Okkultismus war, fand ich das interessant genug, um es zu überprüfen, denn ich schrieb für eine okkulte Zeitung und ich setzte die Story in die Zeitung. Sie bekamen das auf dieselbe Weise. Wie auf einen ACET-Trip in derselben Nacht von einem Dämon, der den Geist von jemandem imitierte, den sie kannten, der gestorben war. Die meisten Rockmusiker bekommen ihre Musik, während sie auf Drogen sind oder von Spiritgeist, äh, das sind Dämonen. Und wir wissen ja, was die Bibel in der Tora sagt, wir sollen keine toten Geister beschwören, überhaupt keine Geister beschwören, Zauberei oder Okkultismus treiben, irgendwie verstorbene Geister beschwören und Wahrsägerei oder Heldsägerei treiben. Laut Bibel ist da sogar die Strafe sehr streng, denn das wird mit dem Tode bestraft. Und deswegen, wir können davon ausgehen, wenn Jesus wieder sein Königreich hier aufbaut auf Erden, dann gibt es ja die Tora auf der ganzen Welt und dann gibt es für Satanisten und Okkultisten die Todesstrafe. Das kann jeder selbst für sich beobachten, ob das gut oder schlecht ist. Heute ist das natürlich nicht der Fall. Jetzt gibt es für nichts die Todesstrafe, aber es wird sich bald auch ändern. Das ist es, was eure jungen Leute kaufen und wofür sie bezahlen. Jetzt gebe ich euch eine Information über etwas Übernatürliches. Ihr könnt sie zu den Akten legen, wenn ihr sie nicht erhalten wollt oder sie mit nach Hause nehmen, um im Wort Gottes zu sehen, ob es möglich ist. Wenn Hexen ein Buch schreiben, dann legen sie einen Zauber auf das Buch, damit es sich verkauft und sie befehlen einen Dämon in jedes Exemplar des Buches, das von der Druckerpresse kommt. Also wenn ihr ein Buch über die Hexerei besitzt, habt ihr gratis dazu einen Dämon, der bei euch zu Hause residiert. Die Musiker haben die Musik, äh, die Musiker, die die Musik erstellen, die Hexerei betreiben, tun dasselbe mit ihren Schallplatten. Dasselbe. Wenn du also dieses freundliche kleine Album auf deinen Sachen rumliegen siehst, frage dich, war der Musiker ein Hexer, hat er einen Zauber darauf gelegt, sodass der Teufel einen Pakt hat, der ihm Zugang zu meinem Zuhause verschafft, weil ich diese Schallplatte besitze? Da ist mehr dran als Schallplatten und Bücher und heute Morgen, ihr erinnert euch, da gab ich euch den Text, als ich diese Sachen thematisieren wollte, weil sie zu diesem Text passt. Eure Kriegsführung ist nicht physisch. Sie ist spirituell und jeder Christ sollte Epheser 6, Vers 12 auswendig lernen und sich darauf stützen. Er sagt weiter, blickt hinter das, was ihr mit diesen, den Augen seht und wisset, dass der Teufel einige tausend Jahre Erfahrung hat. Wenn wir nicht wie Christus denken, dann wird er uns auf der Nase herumtanzen, deshalb verbleibt man unter dem Blut. Ein junger Mann kam heute zu mir und fragte, kann eine Hexe einen Christen verzaubern? Nun, er oder sie kann jeden Christen mit einem Zauber belegen, der nicht das Licht lebt. Wenn ihr zweigleisig fahren wollt, dann seid ihr ein sehr leichtes Ziel für jede Hexe auf der Welt. Wenn ihr unter dem Blut verbleibten wollt und den schmalen Weg entlang gehen wollt und im Wort Gottes und im Geist Gottes sein wollt und die Form Gottes anziehen wollt, dann wird es euch gut gehen. Also glaube ich, dass wir alle wissen, was es bedeutet, wenn wir in die Kirche kommen und im Gottesdienst gegessen wird und dann rausgehen und die ganze Woche wie der Teufel leben und glauben, gegen irgendetwas vom Teufel immun zu sein. Wenn ihr im Territorium des Teufels lebt, wird er in eurem Leben und das beinhaltet die Rockmusik wirken, gehe ich mal davon aus. Das ist etwas viel Zeit bei dieser Frage, aber ich kann die Rockmusik nicht auslassen. Der Hauptgrund, dass junge Leute heutzutage der Hexerei zulaufen, ist durch die Musik. Wie ich Leuten gesagt habe, Rockmusik ist nicht mit Elvis Presley aufgekommen. Sie ist tausende Jahre alt. Wenn man sie wegnimmt, können Hexen keine Hexerei betreiben. Sie können nicht ohne die Musik funktionieren. Sie ist ein Drittel ihrer Macht. Denkt darüber nach. Ja, darüber sollte man wirklich mal nachdenken, wenn wir uns anschauen, wie viel Einfluss die Musikindustrie auf die Jugend vor allem von heute hat. Gerade in den USA mit den ganzen Stars und Sternchen und so weiter und so fort, die dann auch irgendwelchen Götzendienst bei der Oscarverleihung betreiben. Eine goldene Statue, die praktisch angebetet wird. Aber auf jeden Fall, Musik hat eine große Wirkung auf das Unterbewusstsein. Auch genauso wie Filme, weswegen ich ein starker Kritiker von Horrorfilmen bin. Wenn Jens halt losgeht, dann wird so schlimmer als jeder Horrorfilm. Dann muss man sich jetzt nicht noch mit Horrorfilmen irgendwie das Hirn versauen, sage ich mal. Aber wir sehen, der Teufel hat auf die Musikindustrie, auf die Filmindustrie eine große Wirkung, einen großen Einfluss. Unter anderem auch durch Ex-Satanisten wie Alistair Crowley. Und wir schauen uns an, was außerdem John Todd noch zu sagen hat. Denn die Church of Scientology wurde ursprünglich von einem Hexenzirkel in Kalifornien gegründet. Dann-Führer Aaron Hubbard kam auf ausdrücklichen Befehl der Rothschilds aus England. Es gibt ein paar Religionen, denen wir physisch nicht beweisen können, dass sie zur Organisation gehören, aber wir haben gesehen, wie ihnen Finanzen zufließen. Da ich einiges an Nachforschung betrieben habe, sagt John Todd, seit ich errettet wurde wegen Fakten, die ich hörte, als ich in der Hexerei angehörte, schaut nicht nur auf obszöne Religionen wie Scientology, Zeugen Jehovas, Momonen, schaut sogar auf christliche Kirchen innerhalb bibelgläubiger Konfessionen. Die Sache, die mich verwundert hat, war, dass wenn wir den Gott der Liebe, des Friedens und der Freude anbeten, warum töteten wir dann jemanden, um ihn anzubeten. Das war eines der Dinge, die ich nie verstehen konnte, aber das ist die Sache, die geschieht. Eines der interessantesten Bücher, das das beweist, ich sage, dass für Hexen, die anwesend sind, nicht für Christen, Gott behüte, ist Alistair Crowley Liberary, also Bücherei, wo er in Menschenopfer verwickelt war und er war ein Magiermeister oder Hexer oder Zauberer, welchen diesen Begriff sie auch immer verwenden wollen. Präsident John F. Kennedy war ein Mitglied der Hexerei und ich kann heute nicht darauf eingehen, aber wir haben die Dokumentierung darüber, dass drei Monate bevor er, John F. Kennedy getötet wurde, der Grund dafür, warum er getötet wurde, war, dass er zu Christus bekehrt wurde. Ja, halten wir also erstmal fest. Was hier zu sagen ist, auf jeden Fall, wir haben auch schon mal berichtet, der Gründer von Scientology ist L. Ron Hubbard und einer seiner Freunde war Alistair Crowley, der Satanist. Also, wer in Scientology gefangen ist, ist auf jeden Fall buchstäblich gefangen und weiß nicht, was er tut. Da kann man nur dafür beten, dass diese Menschen aus dieser Sekte rauskommen, genauso wie aus diesen okkulten Logen und Geheimgesellschaften innerhalb des Okkultismus. Aber was John F. Kennedy angeht, da kann man natürlich sagen, dass er auch gegen Geheimgesellschaften sich ausgesprochen hat. Und laut John Todd, wir können das natürlich nicht belegen, aber wir nehmen es einfach mal so hin und speichern es ab, dass John F. Kennedy getötet wurde, weil er an den getöteten und auferstandenen Messias Jesus Christus geglaubt hat. Ob das so ist, kann ich selbst nicht beurteilen, aber auf jeden Fall, wir wissen, dass John F. Kennedy gestorben ist. Und da gibt es ja auch noch die ein oder andere Frage, die dort offen bleibt. Offen bleibt nicht, dass wir nochmal in die Bibel schauen, die wollen wir nämlich nochmal öffnen. Zunächst das Alte Testament, da schauen wir ins zweite Buch der Könige, Kapitel 17, Vers 17. Und da heißt es, sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen und trieben Wahrsagerei und Zauberei und verkauften sich selbst, zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn zu erzürnen. Ja, die Dämonen in den Menschen, die wollen natürlich Gott zornig machen. Wenn Satan zornig auf uns ist, dann ist es ein gutes Zeichen. Wenn Satan uns liebt, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Deswegen ist es hier wichtig, dass wir auf der richtigen Seite stehen, auf der Seite des Allmächtigen Gottes. Und wir sehen hier auch, Zauberei, Wahrsagerei und die Menschen haben sich selbst verkauft, so wie in der Musikindustrie, viele ihre Seele verkauft haben, um reich zu werden, berühmt zu werden. Man könnte sagen, unsterblich, denn ein Michael Jackson oder Elvis Presley, man könnte fast meinen, diese Namen werden niemals vergessen werden. Aber, denken wir dran, Gott schafft nach seinem tausendjährigen Königreich auf diese Erde einen neuen Himmel, eine neue Erde und diese Erde wird dann verbrennen mit allem, was darauf ist, vielleicht so eine Art Sonne werden, das weiß man nicht. Das heißt, diese Namen werden so der Sohn nicht mehr in Erscheinung treten. Der einzige Name, in dem wir gerettet werden können, ist Jesus Christus und dieser Name wird niemals vergehen. Genauso wie der Name Israels, denn im Hauptquartier Gottes, im neuen Jerusalem, stehen ja die Namen der zwölf Stämme Israels angeschrieben. Also so viel zum Thema, dass Gott nichts mehr mit Israel zu tun haben will, wenn der ewige Name seines Volkes ewig auf seinem Volk in seiner Stadt gegenwärtig sind. Offenbarung 18, Vers 23, da heißt es über die Hure Babylon, denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei sind alle Völker verführt worden. Also nicht nur einige Völker, alle Völker. Und ja, die Kaufleute der Erde, man könnte ja sagen, diejenigen, die hier in der Wirtschaft tätig sind, ich weiß nicht, Rothschild, Rockefellers, die berühmten Namen kennen wir, das sind die Großen der Erde, die sind ebenfalls verzaubert worden. Und jetzt schauen wir uns etwas an, was Jesus sagt, beziehungsweise was im Matthäus-Lukas-Evangelium geschrieben steht, in Kapitel 12, Abvers 20, da heißt es, Aber Gott sprach zu ihm, Du nah, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Und wenn jetzt irgendein, keine Ahnung, Lady Gaga 180 Millionen Euro, Dollar auf dem Konto hat und dann in jedem Kontinent irgendwie ein Haus mit Pool und 180 Zimmer und so weiter und so fort, dann ist das ein Reichtum, der früher oder später sowieso vergeht, weil Lady Gaga früher oder später sowieso vergeht, weil ihr Körper vergänglich ist, physisch. Aber wir Christen, wir sind reich für Gott, weil wir trachten nach dem Reich Gottes und das ist nicht von dieser Welt, deswegen sollen wir uns ja auch Geschenke sammeln, die in Ewigkeit bleiben, geistige Geschenke, indem wir auch Gott treu sind. Und wir lesen ja hier, Deine Seele wird man von dir fordern in dieser Nacht und viele haben in der Nacht eines Tages beschlossen, ihre Seele, dem Teufel zu verkaufen für Reichtum, anstatt reich zu sein für das Reich Gottes. In Johannes 8, Vers 36 heißt es, Wenn euch nun der Sohn Jesus Christus freimachen wird, so seid ihr wirklich frei. Deswegen, es gibt keinen anderen Weg, es gibt nur einen Weg ins Reich Gottes und damit wir Vergebung unserer Sünden haben beim himmlischen Vater und das ist durch das Blut des Nammes Gottes. Jesus Christus, der Teufel, versucht seinen Stars weiszumachen, dass wenn sie ihre Seele dem Teufel verkauft haben, dass sie niemals mehr ihre Seele sozusagen zurückbekommen oder dass sie ewig verloren sind. Aber Jesus kann diese Menschen von diesem Pakt mit dem Teufel befreien. Deswegen beten wir, dass noch viele Menschen aufwachen in der okkulten Szene und auch ein Zeugnis sind für das Licht der Welt, für den Herrn, Jesus Christus. In diesem Sinne, liebe Geschwister, passt auf, was ihr hört, was ihr seht, was ihr tut und was ihr sagt, das müssen wir alle, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus eines Tages offenbar werden, egal ob wir gute oder böse Werke getan haben. Möge Gott uns genedisch sein und möge Gott euch reichlich segnen im Namen des Herrn, Jesus Christus, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das ist der Gott der Bibel. Amen. Ja, Shalom zusammen und Gottes reichen Segen. Willkommen zur dritten Folge der Serie John Todd packt aus, ein ehemaliger Illuminati und Ex-Satanist, spricht über verschiedene okkulte Phänomene im politischen Bereich, aber auch in geheimen Logen und in spiritueller Hinsicht. Heute mit der Folge Okkulte Zauberer, was Satan nicht fälschen kann und was das ist, das wird uns John Todd nun erzählen in einem Bericht aus dem Jahr 1977. Ich zitiere, wie immer, den ehemaligen Satanisten, der sich zum Herrn, Jesus Christus, bekehrt hat. Schlagt mit mir Galater 5 auf, wenn ihr wollt. Sicher wissen alle Christen sehr gut über die Frucht des Geistes Bescheid, aber wir müssen uns auch mit der Frucht des Fleisches auskennen. Vers 19 sagt, Falls ihr eine Schofield-Bibel oder moderne Bibelversionen habt, die ist falsch. In Vers 20 steht Sorcery. Das Wort im Griechischen steht für Witchcraft. Sorcery und Witchcraft sind verschieden. Sorcery ist die Verwendung von Drogen. Es ist nicht Witchcraft, also Zauberei. Tatsächlich ist das ursprüngliche Wort dafür dasselbe Wort von der Pharmazie. Und das ist die Verwendung. Verwendung durch okkulte Praktiken von Drogen, um übersinnliche Fähigkeiten zu erlangen. Zauberei ist anders. Zauberei ist dämonische Anbetung. Das ist Zauberei. Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zankt, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord. Das geht so weiter. Zauberei ist eine Frucht des Fleisches. Das Fleisch vom Teufel regiert. Wenn ihr wollt, schlagt mit mir 5. Mose 18 auf. Falls ihr diese Stelle in eurer Bibel markieren wollt, markiert sie. Wenn ihr jemandem Zeugnis gebt, der involviert ist, besonders möchte ich heute etwas darlegen. Ich bin nicht so sehr daran interessiert, auf die Hexerei loszugehen, wie ich daran interessiert bin, auf Praktiken loszugehen, wo aus irgendeinem Grund die christliche Kirche heutzutage, die liberalen Kirchen, ich muss leider sogar sagen, ein paar unabhängige Baptisten, zu mir kommt und sagt, das ist in Ordnung. Es ist im Wort Gottes, es ist in Ordnung. Es ist im Wort Gottes, aber es ist nicht in Ordnung. Und das werden wir auch gleich sehen, wenn ihr uns diese Bibelstelle anschauen, die John Todd erwähnt hat. Äh, zunächst sagt er weiter, Falls ihr eine Liste davon haben wollt, was der Okkultismus ist, das findet man im 5. Buch Mose 18. Beginnen wir bei Vers 10. Und so etwas ist dem Herrn ein Gräuel. So etwas sind Dinge, die den Herrn so verärgern, dass er im Alten Testament eine Todesstrafe durch Steinigung außerhalb der Stadt befahl, wenn man dabei erwischt wurde, wie man diese Dinge nur einmal machte. Nicht ein Dutzendmal, einmal. Tja, der Grund dafür war, die Juden hatten nicht, was wir Erlösung nennen. Sie hatten nicht die Macht, Dämonen im Namen Jesu auszutreiben. Sie hatten das noch nicht. Das Blut war noch nicht bezahlt, also hatten sie nicht die Macht, das zu tun. Ihre Antwort war, sie mit aus der Stadt zu nehmen und zu Tode zu steinigen, denn sie wussten, dass wenn man mit einer Wahrsagerin in Kontakt kam und man lässt sich von einer Wahrsagerin wahrsagen, dann erhält man dieselben Geister von ihr, die sie hat, also Dämonen. Sie wussten auch, dass auch wenn man zu einem Medium ging und in einer Seance saß, man dieselben Geister erhielt, unreine Geister. Wenn man zu einem Astrologen ging und sie machte einem das Horoskop, so empfing man denselben Geist. Und jetzt schauen wir uns die Stelle an, wo es darum geht, dass Okkultismus laut Bibel eindeutig verboten ist. Die Stelle finden wir in der Tora im 5. Buch Mose, Kapitel 18, Abvers 9. Und ich zitiere, Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geisterbannt oder ein Geisterbefrager oder ein Heldseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Und genau das finden wir auch heute in diesem antichristlichen Zeitalter wieder. Viele lesen sich die Bibel, gehen lieber zum Wahrsager, lassen sich Karten lesen, tun Geister channeln, Chakren öffnen und so weiter und so fort. Letztendlich ist es alles dasselbe dämonische Spektakel, um die Menschen für die dämonische Sache im wahrsten Sinne des Wortes zu begeistern. Aber der Heilige Geist hat uns ja von solchen Dingen gewarnt. Wir machen weiter mit John Todd, was er daraufhin zu sagen hat, auf diese ganzen Sachen, die hier verboten sind im Wort Gottes, der Tora, worauf, wie John Todd sagte, zu Recht die Todesstrafe steht. John Todd sagte außerdem weiter, Wie viele von euch haben sich je wahrsagen lassen oder nur mit Spielkarten als Spaß auf einer Party oder ihr wart bei einer Wahrsagerin oder irgendetwas in der Art? Wie viele von euch haben das machen lassen? Das ist Wahrsagerei. Die Parapsychologie nennt das Hellseherei. Die verändern das gerne ein bisschen, okay? Das ist Wahrsagerei. Wahrsagerei ohne Verwendung von Schutzgeistern. Schutzgeister sind Spiritgeist, von denen Hexen glauben, dass es Geister von Verstorbenen sind. Wir wissen vom Wort Gottes, dass es dämonische Geister sind. Sie sind die Engel, die mit Lucifer gefallen sind. Das ist aber ohne sie, das ist unter Verwendung von sogenannten ESP, Außersinnliche Wahrnehmung. Sie sind in ihnen drinnen und sagen ihnen oder geben ihnen das Wissen und die Karten haben Definitionen, die dann noch hinzukommen. Die meisten Leute glauben, wenn eine Person eine Karte umdreht, dass diese Karte eine Definition hat. Die meisten Leute, die Tarotkarten oder Spielkarten verwenden, werden einem sagen, Die Spielkarten sind übrigens für die Zauberei und Wahrsagerei gemacht worden, bevor Heuli überhaupt daherkam und Poker erfand, okay? Tatsächlich gibt es Hexen, die die Tarotkarten nicht verwenden wollen, weil die Spielkarten älter und mächtiger sind. Aber für gewöhnlich bekommen sie übersinnliche Bilder neben den Definitionen. Da hängt viel Macht daran und deshalb sagte Gott, nein, ihr braucht das nicht. Ihr habt mein Wort, ihr braucht diese Sache nicht. Und weiter sagt John Todd, Das nächste ist Zeichendeuterei. Also was wir vorhin in der Bibel gelesen haben. Kann jemand ganz schnell herausfinden, was das bedeutet? Astrologie. Wie viele von euch glauben momentan, dass Astrologie für einen Christen okay ist? Hebt die Hand. Wie viele von euch sind einmal der Astrologie gefolgt? Das bedeutet, dass wenn die in L.A. Times ankommt, Ihr es nicht erwarten könnt, sie aufzuschlagen und die Horoskope anzusehen, okay? Ich sehe sehr wohl die eine Schwester da drüben. Sie weiß, was ich meine. Sie war süchtig danach, alles klar? Macht Astrologie süchtig? Sie macht süchtig. Sie war davon abhängig, genau wie ein Heroin-Süchtiger. Da musste einen Geist aus ihr austreiben, bevor sie aufhören konnte, das zu lesen. So süchtig war sie danach. Wir kamen zu ihr nach Hause, um das alles zu verbrennen, alles klar? Von da an wurde sie frei, als wir das zerstört hatten, okay? Da sind Dämonen darin involviert. Die Leute diskutieren mit mir, dass Astrologie in Ordnung ist, weil die Weisen aus dem Morgenland Astrologen waren. Nein, sie folgten einem Stern, der am Himmel erschienen war. Sie waren Astronomen, nicht Astrologen, okay? Nee, Astrologen sagen, dass einen die Sterne bestimmen. Sobald du geboren wurdest, bleibst du so, egal was in deinem Leben passiert, du kannst dich nicht ändern, niemals. Das Wort Gottes sagt, dass man sich durch das Blut Christi ändern kann. Deshalb ist es für Hexen so schwierig, an den christlichen Glauben zu glauben, weil sie das nicht verstehen. Es gibt keine wundersame Veränderung in deren Leben. Oder ein Beschwörer. Das ist ein Hypnotiseur. Wie viele von euch wurden schon hypnotisiert? Ich habe von Christen gehört, die herumgehen, christliche Seelsorger, und Hypnose verwenden, um den Leuten als Seelsorger zur Seite zu stehen. Glaubt das nicht. Gott machte das in dieser Zeit ungesetzlich, und wenn es jetzt Hypnose heißt und damals Beschwörung hieß, ist es trotzdem dasselbe. Es ist dieselbe Sache. Es ist trotzdem dämonische Macht, und das Wort Gottes sagt Nein. Deswegen, wir haben auch schon oft Videos über Hypnose gemacht. Wenn jemand hypnotisiert wird, und diese Person erzählt einem von irgendeinem Leben, das sie vor 300 Jahren gelebt hat, oder von irgendwas anderes, oder diese Person wird dann unter Hypnose dazu gebracht, wie, sag ich mal, rumzulaufen, wie ein Huhn, und zu krähen, wie ein Hahn oder so, wenn diese Person aus der Hypnose wieder aufwacht, kann sie sich daran gar nicht mehr erinnern, weil in dem Moment ein anderer Geist durch die Hypnose eingeschaltet wurde praktisch, nämlich ein dämonischer Geist, und der tut das, oder denkt das, oder sieht es dann, oder projiziert es dann vor die Augen des Menschen. Das heißt, Hypnose ist gefährlich, weil wenn man sich selbst nicht mehr unter Kontrolle hat, verliert man die Kontrolle über seinen Geist, und dann kommt ein anderer Geist, der den Körper kontrolliert, und in dem Fall ist das mit Sicherheit nicht der Heilige Geist. Wir kommen weiter zu John Todd, als er darauf eingegg noch auf den Bibelfers von 5. Mose 12 oder 5. Mose 18. Oder ein Zauberer. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Das ist eine Person, die andere Leute mit Zaubern belegt und sie über das Denken kontrollieren. Die Parapsychologie nennt das Telekinese. Ob das nun ausdrückt, dass man etwas mit deren Denken anstellt, oder dass man die Kraft verbindet, um des Fernsehens willen, es ist trotzdem dieselbe Sache. Einer der Geister bannt. Einer der Geister bannt, da geht es um einen Bann durch eine Hexe. Das ist niederrangiger. Ein Geisterbefrager, man findet das hier unten dran, ein Geisterbefrager ist ein Medium. Das ist jemand, der die Geister bittet, ihn anzuleiten. Wie viele von euch haben jemals ein Ouija-Brett verwendet? Das ist ein Geisterbefrager. Wie viele von euch haben den Fehler gemacht, jemanden zu erlauben, oder ihr habt es selbst gemacht, einen Knopf über eure Hand zu schwingen, um herauszufinden, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird? Die lachen darüber, aber das hat Folgen. Das ist so seltsam, diese Babys haben immer die schlimmsten Probleme, nachdem sie geboren wurden, weil die das gemacht haben. Das ist Geisterbefragung. Das ist es, was im 16. Kapitel passiert, okay? Oder ein Hellseher. Das ist ein Hexer, nicht Hexenmeister, sondern Hexer. Oder jemand, der sich an die Toten wendet. Das ist jemand, der Schutzgeister benutzt, um die Zukunft vorherzusagen. Auf jeden Fall wie das Ouija-Brett, okay? Geisterbefrager wäre wie ein Medium. Jemand, der sich an die Toten wendet, wäre jemand, der ein Ouija-Brett verwendet, um Wissen von dämonischen Geistern zu erhalten. Und wir haben vorhin gelesen, wir schauen nochmal nach, wo genau das stand. Im 5. Buch Mose, Kapitel 18, Abvers 9, haben wir gelesen, was Gott alles verboten hat. Wir fassen es also nochmal zusammen, außer das mit dem Feuergehen. Wahrsagerei, Zeichendeuterei, Beschwörer, Zauberer, jemand, der Geister warnt, ein Geisterbefrager, ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Das hat ja bereits der erste König Israels getan, nämlich König Saul, und das wurde ihm unter anderem auch zum Verhängnis, als er den Propheten Samuel heraufbeschworen wollte, bei einer Hexe von Endor. Endor kennen wir übrigens auch aus Star Wars der Wald, wo die ganzen Ewoks-Figürchen da rumlaufen, so just by the way. Und wir lesen dann in Vers 12 außerdem über diese ganzen Sachen, die wir aus der Bibel zitiert haben. Denn wer solches tut, ist dem Herrn ein Gräuel, und um solcher Gräuel willen vertreibt sie der Herr, dein Gott, vor dir her. Also all das, dieses ganze Okkulte, was heute modern gemacht wird, durch irgendwelche Filme, Bücher, Esoterik und so weiter, darauf steht laut Bibel die Todesstrafe. Und wenn wir daran denken, dass im Königreich des Herrn, wenn Jesus zurückkommt, die Tora und das Gesetz Gottes also ausgehen wird in die ganze Welt, dann wird es also die Todesstrafe für solche okkulten Phänomene und Dämonbeschwörer geben. Heute unvorstellbar, bald Alltag. Weiter sagt John Todd, Ihr kennt die Geschichte, seht ihr die gleiche Geschichte, die der Teufel im Garten Eden für Adam und Eva verwendet hat, ist die Geschichte, mit der er die Welt heutzutage irreführt und die den Okkultismus wachsen lässt. Ich werde aus dir einen Gott machen. Das hat ja auch die Schlange der Eva versprochen. Es kann nicht mal aus sich selbst einen Gott machen. Wie soll er dann aus dir einen Gott machen? Wisst ihr noch, mit was er aus ihm, wisst ihr noch, mit was er aus ihm einen Gott machen würde? Wissen. Und das okkulte Wissen breitet sich aus, weil die Leute denken, dass sie damit etwas Besonderes sind als ihr Nächster und deshalb lassen sie sich darauf ein, okay, mit mir lesen. Es geschah aber, da wir zu dem Gebet gingen, dass eine Magd uns begegnete, die hatte einen Wahrsagegeist, besessen von einem Wahrsagegeist. Also für die, die gerne Karten wenden und sagen, das ESP, außer sündliche Wahrnehmung, das ist, ihr steht auf Mythen und trug ihren Herrn viel genießt zu mit Wahrsagen. Also ich habe das nicht übersetzt, da muss irgendwie ein Fehler sein. Schwieriges Deutsch. Wie viele von, wie viele haben von Jean Dixon gehört? Über die haben wir auch schon in Okkultes, aber jetzt sehr ein Video gemacht. Wie hat sie sich selbst genannt? Eine Wahrsagerin. Von wo hat sie gesagt, dass sie das erhält? Gott. Das ist Gottes Lästerung. Von einem Dämon. Wahrsagerin. Oder Wahrsagen. In die Zukunft schauen und prophezeien. Satans Fälschung von dem, was Gottes Propheten getan haben. Satan hat in seinem Leben überhaupt nichts hervorgebracht. Ihr solltet besser glauben, dass wenn etwas im Okkultismus ist, dass, äh, denn es macht die christliche Kirche entweder heute oder sie hat es einmal gemacht und Gott ist zu neuen Dingen weitergeschritten. Aber Gott hat es einst gemacht. Der Teufel schafft nichts. Er kann nur fälschen. Das ist höchst interessant. Ich bin froh, dass Jesus uns ein Zeichen dargelassen hat, damit die ganze Welt wissen würde, dass wir hier waren, denn es ist das eine Zeichen, das der Teufel nicht imitieren, also nicht fälschen kann. Er hat nichts in sich, um es zu fälschen. Man nennt es Liebe. Deshalb muss man im Okkultismus die Todesdrohung haben, um ihn in Gang zu halten. Zu mir sind bereits hunderte Leute gekommen und haben mir erzählt, dass das Widgerbrett korrekt ist. Wahrsager sind in Ordnung, weil sie gerade errettet worden waren und ein Jahr zuvor hatte ihnen ein Medium oder das Widgerbrett zu etwas erzählt, dass der christliche Weg der richtige Weg wäre. Meistens, wenn ich anfange, mit ihnen zu sprechen, finde ich heraus, dass sie sowieso niemals wiedergeboren wurden. Sie haben nur entschieden, dass sie zum Christsein überwechseln. Der Teufel kennt das Blut von Jesu Tod. Er weiß, dass es der richtige Weg ist. Es ist auch der einzige Weg. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, durch den lebendigen Sohn des ermächtigen Vaters. Und wir sehen also, dass man mit diesen ganzen Widgerbrettern, Heldsehen, Totenbeschwören und was es da alles gibt, nicht spaßen darf. Und was der Teufel nicht fälschen kann, das ist die Liebe, denn der Satan hat nichts in sich. Die Liebe zu Gott, sagt die Bibel, ist unter anderem, besteht sie darin, Gottes Gebote zu halten. Aber Lucifer, Satan, der Teufel, ist ein Rebell, der so wie Nimrod eher ein Jäger war. Und das wollen wir uns nochmal in der Bibel vergegenwärtigen. Wir schauen uns an im Neuen Testament zunächst 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Da heißt es, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher, wie ein Brüllen der Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also der Teufel hat nach wie vor Interesse daran, die Menschen zu verführen, die noch nicht verführt worden sind. Und vor allem Christen, da hat er natürlich einen ganz speziellen Hass, denn Jesus Christus hat ihn besiegt und Christen haben den Namen oder den Titel des Messias, nämlich Christus, ja in sich. Wir nennen uns ja nicht Moses Dana oder sonstiges, sondern wir nennen uns Anhänger des Christus, weil er ist der Einzige, der uns erwetten kann. Und wir sehen hier geschrieben, dass wir nüchtern sein sollen und wachen sollen. Und wenn jemand nicht nüchtern ist, sage ich mal, betrunken, weil er zu viel getrunken hat oder sonstige chemischen Drogen nimmt, dann ist diese Person eben nicht nüchtern und kann demnach auch nicht wachen und verschläft. Vielleicht dann durch seinen Rausch die Wiederkunft des Herrn. Und deswegen, der Teufel wird auch als Löwe bezeichnet und das ist auch etwas, was der Satan so mehr oder weniger versucht hat zu kopieren vom Wort Gottes oder von Gott, denn auch Gott ist laut Bibel wie ein Löwe. Nun, während Satan, der Teufel, dieser okkulte Löwe, versucht, versucht, die Christen zu verschlingen, so hat Gott der Löwe das natürlich vor mit den Feinden seines Volkes. Deswegen lesen wir uns eine Prophezeiung durch in Jesaja Kapitel 31, Vers 4, da heißt es, Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, wie der Löwe und der junge Löwe über seine Beute knurrt, wenn man gegen ihn die ganze Menge der Hirten zusammenruft und vor ihrem Geschrei nicht erschrickt, noch vor ihrer Menge sich duckt, so wird auch der Herr der Herrschern herabkommen, um auf dem Berg ziehen und auf dessen Höhe zu kämpfen. Und zwar wie ein Löwe. Auch der Herr der Herrschern, Yahweh Zewort, der Herr Jesus Christus wird ja zurückkommen, um für sein Volk zu kämpfen auf dem Berg ziehen, unter anderem, aber er kommt laut Bibel auch nach Ägypten, also er wird nicht nur nach Israel kommen, aber er wird auf jeden Fall auf dem Ölberg sein. Wir lesen außerdem, dass nicht nur hier im Alten Testament in Jesaja 31, Vers 4 der Herr mit einem Löwen verglichen wird, sondern auch mit einem Lamm und beides sind Charaktereigenschaften. Auch vom Herrn Jesus Christus. Wenn ein Löwe, man ihn beobachtet im Zoo oder so, dann kann er sehr liebevoll zu seinen Kindern sein, aber wenn irgendjemand seinen Kindern wehtut, dann faucht der Löwe aber und dann gibt es Ärger, egal wer oder was da ankommt. Genauso ist der Herr. Der Herr kümmert sich wie eine Mutter, heißt es auch, um seine Küken oder wie ein Vater eben, deswegen nennen wir Gott ja auch himmlischen Vater, aber wer jemand packt sein Volk an, dann gibt es einen auf den Deckel und das wird in der Endzeit der Fall sein. Offenbarung 5, Vers 5, 17, 14 und 22, 15, da heißt es, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Judah ist, die Wurzel Davids, nämlich der Löwe Jesus Christus. Diese werden mit dem Lamm, mit dem Lamm Gottes, Jesus Christus, Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Draußen aber, nämlich außerhalb des Neuen Jerusalems sind unter anderem die Zauberer. Zauberer, Okkultisten, haben natürlich keinen Eintritt ins Reich Gottes und Esoterik, New Age, diesen ganzen Chakren-Schnick-Schnack, das ist nur ein anderes Wort, eine andere schöne Bezeichnung mit ein paar Sonnenblümchen aufgemalt, aber es ist trotzdem Okkultismus. Es ist genauso wie Schweinefleisch essen. Du kannst einen Schwein mit, schön, äh, ankleiden, mit einem schönen Kleid und auch schön, ähm, ja, äh, beschminken mit irgendwie Lippenstift und so weiter, aber es ist trotzdem ein Schwein und trotzdem so schön es dann auch am Ende aussehen mag. Du kannst es trotzdem nicht essen, weil es ungesund für den Körper ist. Genauso wie Esoterik und diese ganze New Age-Philosophie eine okkulte Lehre der Dämonen ist. Nun denn, wir hoffen natürlich, dass viele Menschen noch befreit werden, so wie John Todd, der ehemalige Hexenmeister, ähm, von Jesus Christus, durch Jesus Christus befreit wurde und wir hoffen natürlich, dass da viele noch hinzukommen, denn am Ende, so oder so, kommt die Wahrheit ans Tageslicht und das wahr ist und bleibt der Sohn des Allmächtigen Gottes, der Herr der Herren und der König Israel, Jesus Christus. Möge Gott euch segnen in seinem heiligen Namen. Amen. Amen. Ja, Shalom und Gottes reichen Segen. Willkommen zu einer neuen Folge der Serie Ex Illuminati John Todd packt aus. Heute in der vierten Folge geht es um Gefallene Engel, die Alien-Verschwörung, aber es geht noch um sehr viel mehr, Freimaurer, Hexentum und auch Akupunktur und sonstige Dinge. Auch heute hat also John Todd wieder einiges zu erzählen, beziehungsweise ich gebe wieder, was John Todd im Jahr 1977 gesagt hat und wir wollen unsere Reise durch seine Worte sozusagen auch direkt fortsetzen und so zitiere ich jetzt den Ex-Illuminat John Todd. Es gab gerade eine große Debatte im Gebiet von L.A. Country über die Legalisierung der Wahrsagerei ohne Lizenz und Hexerei und so Zeug. Der Grund war, dass The Great Crest sogenanntes großes Medium dem L.A. Police Department erzählt hatte, dass er kommen würde und ihnen sagt, wer der Bürger ist, wenn sie das machen. Klar wird der Teufel an den Teufel denken, ihm ist das egal. Also das war der Deal und sie schickten sogar eine Hexe vom Führungshexenzirkel los, um dort zu sitzen und die Stadtsratssitzung oder Bezirksratssitzung, was immer es war, mit einem Zauber zu belegen. Als sie über diese Sache abstimmten, schwenkte sie ihren Zauberstab und das Räucherwerk in der Luft herum, aber zur selben Zeit waren da Christen, die außerhalb des Gebäudes beteten. Und ich weiß nicht, was sich die Hexen dabei gedacht haben, als es vorbei war, erzählten sie den Berichterstattern, die sagten zu ihnen, warum haben eure Zauberei nicht funktioniert? Und sie sagten, oh, ein paar blöde Christen waren draußen und beteten gegen uns. Tja, damit sagen sie, dass Christen stärker sind. Wir wissen das, ich bin überrascht, dass sie nicht sofort an Ort und Stelle eine Erweckung in der Hexerei hatten. Ich meine, drei Christen waren draußen und beteten. Sie hatten ungefähr acht Hexenzirkel überall in der Gegend, die die Staatsratssitzung mit Zaubern belegten und alles, was die Christen machten, war, das Blut Jesu Christi flehentlich über die Ratssitzung zu bitten, unabhängig davon, ob diese Christen wären oder nicht. Es ist höchste Zeit, dass wir aufstehen und die Autorität über die Fürsten und Geweihten übernehmen, lest Epheser 6, Vers 12, das machen wir auch gleich, das beherrscht die Gegend und wir müssen Autorität darüber übernehmen und aufstehen und als ich schon zuvor hier war, sprach ich über die Illuminaten. Ich sprach das physische Königreich des Teufels an, aber es gibt auch ein spirituelles Königreich und ohne das spirituelle Königreich würde dieses physische Königreich nicht funktionieren. Und jetzt schauen wir uns mal Epheser 6, Vers 12 an, sicherlich die Christen unter euch kennen diese Stelle, da heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Denn irgendwo dort im zweiten Himmel, laut Bibel gibt es ja drei Himmel, einmal der erste Himmel, wo die Vögel fliegen, der zweite Himmel, wo die Sterne sind und der dritte Himmel, wo Gottes Thron ist und irgendwo im zweiten Himmel zwischen ersten und und zweitem Himmel hat Satan seinen Thron und seine Engel werden ja auch, wie wir noch sehen werden, auf die Erde fallen, zusammen mit ihrem Boss der Finsternis sozusagen und deswegen auch bei aller Kritik an irgendwelchen politischen Sachen, Konfessionen, es geht wirklich um die geistlichen Mächte, niemals gegen Fleisch und Blut. Wir schauen weiter, was John Hood über das Fernsehen sagte. Ohne Fernsehen würden die Illuminaten die Weltherrschaft gar nicht erlangen. Es gibt Symbole im Fernsehapparat, die hypnotische Symbole sind. Ihr könnt nicht mit jedem beliebigen Hypnotiseur reden und der kann es euch sagen. Ihr könnt mit jedem beliebigen Hypnotiseur reden und der kann es euch sagen. Warum glaubt ihr, dass ihr das, dass ihr da sitzen könnt und jemand euch die Hälfte der Zeit ins Ohr schreien kann und ihr wisst nicht, dass euch jemand anschreit. Es gibt Dinge, die subtil sind, die euch durch das Fernsehgerät ins Denken eingebrannt werden. Das sind Symbole und Worte und Taten und wir haben mit Leuten gesprochen, die von diesen Dingen wissen, die vorgehen und die haben das bestätigt. Übrigens sind zwei der wichtigsten Sender in diesem Land, also in den USA, komplett im Besitz der Illuminaten mit Haut und Haar. Und das ist auch etwas, was der Satanist Anton Levey sagte von der Church of Satan von der Satanskirche. Er schrieb im Buch The Devil's Notebook auf Seite 86 Fernsehen ist die populärste Mainstream-Unterwanderung für die neue satanische Religion. Was der Ex-Satanist John Todd und der Satanist als bekannter Satanist verschriebene Anton Levey gesagt hat, widersprechen sich also nicht. Und wir werden auch sehen, was Ex-Satanist Roger Mono sagte, widerspricht ebenfalls nicht den Worten von John Todd. Der sagte weiter über Okkultismus bezüglich außerirdischen Phänomenen Ufos. Der innere Okkultismus lehrt, dass Ufos Lichtengel sind, durch die die Welt dahin irregeführt werden soll, dass sie glaubt, wir würden später einer Invasion aus dem Weltraum gegenüberstehen, so dass man eine Weltarmee haben kann, die in diese Richtung schaut. Wenn man bedenkt, dass sie ahnen, dass sie eines Tages tatsächlich eine Invasion aus dem Weltraum gegenüberstehen werden und sie glauben wirklich, dass sie diese Invasion besiegen können, die aus dem Weltraum kommt. Tja, wie viele von euch wissen, von welcher Invasion ich spreche? Natürlich die Invasion, wenn der Herr mit allen seinen Engeln auf die Erde kommt. Die wissen es auch und sie glauben wirklich, dass sie sie besiegen können. Das ist der Zweck. Ich weiß, dass ich in Verbindung mit meiner Schwester eine Geschichte herumgeht, die Jack Chick einer Person von drei Jahren erzählt hat, die ich ihm erzählt hatte. Bevor meine Frau daherkam, war meine Schwester Anführerin des Bundesstaats Ohio, des ganzen Bundesstaats als dortige Hohepriesterin. Also ihr seht, genauso wie in der Bibel, da gibt es auch Hohepriester, auch in der Hexerei übernehmen sie viele Dinge, so wie auch die Freimaurerei viele Symbole des Alten Testaments übernommen hat. Und ihr kleiner Zeitvertreib war die Beschwörung, das angebliche Füllen des Himmels mit Ufos und einige der außergewöhnlichsten Sichtungen war in den frühen 70er Jahren in Ohio und sie lachte gewöhnlich darüber, denn sie stand in einem Kreis irgendwo draußen im Feld und beschwor Dämonen. Und wir kennen viele Bilder von Satanisten, die auch in einem Kreis stehen und dann manchmal ein Pentagramm, manchmal andere Dinge, aber auf jeden Fall in einem Kreis stehen und auch Dämonen beschwören und wer nicht ein Geister glaubt, der weiß nicht, dass er selbst ein Geist ist, im Inneren dieses fleischlichen Körpers. Und nichts anderes waren diese, nämlich Dämonen, das waren nicht Engel, die Spiele im Himmel spielten. Und erinnert euch, Dämonen, stellt euch das richtig gruselig vor, sie sind gefallene Engel und unreine Geister. Sie können jegliche Form annehmen und in alles hineinschlüpfen, außer in einen Christen, der im Geist der Zeit wandelt. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, mit anderen Worten ein Christ, der es unter dem Blut behält und so weiter, aber sie können Formen annehmen, inklusive Raumfahrer oder feste Objekte, wie fliegende Untertassen und so weiter. Deshalb, wie sie am Radar erscheinen als geformte Objekte da oben, dann verschwinden sie Und genau dasselbe hat auch 1982, also knapp 5 Jahre später, der ehemalige Okkultist und New Ager Roger Monogue sagt, in einem Interview, das ihr auch finden könnt, auf dem Kanal von Ager 23 und er sagte ebenfalls über die letzte Zeit, einer der größten Täuschungen der letzten Tage, er sagte, nämlich der okkulte Hohe Priester, es wird in einer einzigartigen Weise geschehen, ein großer Plan und die Menschen werden diesen verschlingen, die dämonischen Geister werden sich selbst als Bewohner ferner Planeten anderer Galaxien ausgeben, die kommen, um die Bewohner der Erde vor der bevorstehenden Zerstörung des Planeten zu warnen, wenn nicht etwas Ernstes getan wird, dies zu verhindern. Und wir wissen, laut Bibel kommt ja auch der Zorn Gottes auf die Erde und natürlich wollen dann die guten, bösen dämonischen Außerirdischen dann die Welt vor diesem Zorn warnen und so wird einmal mehr Gott als der Böse dargestellt und diese Engel verkleiden sich als Engel des Lichts so wie ihr Anführer Lucifer alias Satan der Teufel. Wir schauen weiter und zwar was John Todd zu sagen hat im Zusammenhang mit den Freimaurern und auch darüber habe ich ja auch einige Videos schon gemacht. So sagt John Todd ebenfalls Ein weiteres exzellentes Buch von einem von Amerikas großen Evangelisten von vor 150 Jahren Charles G. Finney trägt den Titel Freemasonry Es war was man Großfreimaurer er war was man Großfreimaurer nannte. Er war ein Anwalt in der Freimaurerei. Er wurde durch die Gnade Gottes durch Christus aus der Freimaurerei errettet. Er schrieb dieses Buch dass die Freimaurerei bloßstellt. Es kostet nur 2 Dollar Freemasonry von Charles Finney Ein weiteres Buch von einem Mann namens Rooney der zuerst römisch katholisch war und dann ein Bright Mason Freimaurer Der Titel ist Mahabon Der Übersetzer ist nicht sicher ob das Buch des anonymen Autors nicht hinter dem Link des selbigen Buches ist und jeder Freimaurer des dritten Grades wird hier dieses Wort Mahabon wiedererkennen Es ist ein geheimes Wort das nicht lauter als im Flüsterton gesagt werden darf und dann will der der es ausspricht deine Kameradschaft Das ist ein sehr erstaunliches Buch von einem Mann der ein sehr intelligenter und sehr informierter Freimaurer war der später von Christus aus der Freimaurerei heraus errettet wurde Also ist es der einzige Unterschied zwischen dem Jetzt und den Freimaurern das Bespringen zu Taufe und das Geben eines neuen Namens Die Initiation Wort für Wort von Moment in dem man zum Kreis hingeht wieder haben wir den Kreis bis zum Moment in dem man weg geht Handlung für Handlung ist dasselbe wie die die ich hatte meine Frau hatte und jeder sonst hatte als er erstmals der Hexerei batrat ist dieselbe die ein Freimaurer hat oder den Ritualen der Freimaurerei und im Hexentum eine sehr schlechte Kombination jetzt erzählt mir dass die Freimaurerei christlich sind die Freimaurerei die Freimaurer wurden als kabbalistische Organisation gegründet die in den Untergrund ging um sich selbst vor der Hexenverfolgung zu schützen in der die Hexen angeklagt wurden und so wurden sie gegründet und das ist ihr Ritual und genau das ist also was auch heute viele glauben dass man beides sein könnte Freimaurer und ein gläubiger Christ aber wir glauben nicht an denselben Gott haben nicht dieselben Gebote und Jesus hat nichts im Finstern getan und hat viele Dinge ans Licht gebracht während diese Freimaurer sich im Finstern treffen Ritual abhalten und ja Schweigen ist nicht immer Gold denn am Ende wird sowieso die Finsternis erhellt werden durch das Licht Gottes Jesus Christus John Todd sagte außerdem und einer der neuen Stars ist Snapper der Doktor in der Sendung der in Krieg der Sterne sein wird und der Typ erzählt mir dass statt der 45% der Star Wars Sache bei denen es um die Macht geht 99% über die Macht sein werden und für die Kerle die Country Western Music mögen und glauben dass sie sicher sind weil es kein Rock ist Tom T. Hall hatte gerade das sich seit langer Zeit heraus gebracht über gute Hexerei die böse Hexerei bekämpft ich glaube es heißt The Force das sagt genug aus auch hier wir haben schon einiges über Star Wars auch gemacht die Macht tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes kommt auch aus dem Hexentum wie John Todd in einem anderen Teil sagte und deswegen sehen wir auch dass es eine dunkle Seite der Macht gibt und eine helle Seite der Macht Beide benutzen Okkultismus Magie und egal ob sie jetzt andere hypnotisieren damit sie ein durchlassen oder schweben oder Gedanken Manipulation und so weiter und so fort Tote auferwecken heilen wie im neunten Teil also ja Levitation und so weiter da ist alles dabei aber auf jeden Fall gibt es keine gute oder schlechte Magie alles ist Okkultismus da gibt es keine helle Seite des Okkultismus Wir kommen weiter zu John Todd der sagte nämlich auch Akupunktur ist Teil eines Mönchsystems aus China das auch Kung Fu und andere Dinge entwickelt hat Ok ich klassifiziere es gemeinsam mit Laitril Es gibt absolut keine wissenschaftliche Beweise dass Laitril heilt aber es heilt Eine neue Studie kam raus als die Leute die durch Laitril von Krebs geheilt wurden auf übernatürliche Fähigkeiten getestet wurden erreichten sie alle den 75% Bereich was exzellent ist mit anderen Worten ihr Glaube an das Mittel und nachdem Gott nicht das Mittel verwendet um sie zu heilen ihr Glaube an die Heilkraft heilte sie Tja wer heilt sie richtig der Teufel ihr wusstet nicht dass der Teufel heilen kann sorry das kann er er wird euch dabei halt am Ende etwas schlimmeres verpassen aber das ist es was heilt und das reißt besonders im Chiropraktiker System ein viele von ihnen verwenden Laitril und das ist keine medizinische Sache die einen heilt es ist pure übernatürliche Energie falls sie heute früh fährt falls ihr heute früh hier wartet denn ihr wisst denn wisst ihr was übernatürliche Energie ist gibt es eine Verbindung zwischen Chiropraktikern und Okkultismus nicht dass ich wüsste außer dass die Momonen jetzt das Chiropraktiker System so richtig mit Kräuter Heilung infiltrieren und dann sagte John Todd außerdem fast alle davon sind fasziniert Gedanken kontrolliert durch Silver Mind Control durch Gedanken Selbst Kontrolle eine Menge der verschiedenen Ligen der Literatur Gruppen die darin involviert sind übrigens führt einen Meditation wenn man in strengen Yoga weitermacht zu transzendaler Meditation bis zu Projektion eine andere Sache das Problem mit den Meditations Gruppen ist dass sie einem am Anfang Halbwahrheiten geben genau wie in der Hexerei und während man dann tiefer und tiefer vordringt lehren sie jetzt dann plötzlich die Dinge von denen sie am Anfang sagten dass sie sie nicht tun wenn man lange genug dabei bleibt und ich persönlich glaube dass einer der besten Wege ist um sich selbst mit Dämonen zu füllen in eine Meditations Gruppe zu gehen und genau das ist auch etwas wovor die Bibel warnt wir sollen vollheitigen Geiste sein und uns nicht selbst lehren denn es ist genauso wie eine Art Selbsthypnose hier wird es als Silver Mind Control bezeichnet und wir wissen ja MK Ultra lässt in diesem Fall Grüßen dazu haben wir auch schon Videos gemacht und deswegen sollen wir keine Geister Channeln oder Chakren öffnen wie auch immer dass wir dann befreit werden von unserem Ich und so weiter und so fort denn wenn wir uns dann nicht mehr unter Kontrolle haben wird ein unreiner Geist die Kontrolle übernehmen und das würde ich doch lieber sein lassen übergeben wir übergeben wir lieber unser Leben dem Herrn und lassen uns vom Heiligen Geist führen und lassen uns jetzt mal anschauen was der Heilige Geist offenbart hat in der Bibel denn wir haben gesehen was John Todd über Fernsehen gesagt hat und auch im Psalm 101 Vers 3 heißt es Ich will nichts Schädliches vor meine Augen stellen und ein Fernseher in dem die ganze Zeit Horrorfilme laufen als wäre die Realität jetzt mit den ganzen Virussen und so weiter nicht schon schlimm genug das sollte man auch unterlassen und lieber sinnvolle Dinge vor das Auge stellen vor die Augen stellen wir kommen dann ins Buch der Offenbarung denn wir haben ja gelesen dass die gefallenen Engel sich als außerirdische ausgeben von anderen Planeten nun sie kommen nicht freiwillig auf die Erde weil sie werden auf die Erde geworfen weil sie nämlich einen himmlischen Kampf verloren haben Offenbarung 12 Abvers 7 auch diese Verse kennen die meisten Christen es entstand nämlich ein Kampf im Himmel Michael und seine Engel kämpfen gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpfen aber sie siegten nicht und ihre Städte das Hauptquartier des Teufels wurde nicht mehr im Himmel gefunden denn es kommt auf die Erde und so wurde der große Drache niedergeworfen die alte Schlange genannt der Teufel und der Satan der den ganzen Erdkreis verführt er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen und so wird es auch Offenbarung 12 Vers 17 einige Verse später da heißt es und der Drache Satan der Teufel wurde zornig über die Frau symbolisch das Volk Gottes und ging hin um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben also wir sehen hier eindeutig dass es um die Endzeit geht dass diese gefallenen Engel und Satan und zu verfolgen und zu vernichten weil das kann noch nicht sein weil damals zum Beispiel in Genesis Kapitel 6 hatte das Volk ja noch nicht das Zeugnis Jesu deswegen wir lesen hier es geht um die Endzeit deswegen liebe Geschwister vor allem lasst euch nicht verführen von irgendwelchen okkulten Phänomenen der Teufel kann auch Zeichen und Wunder tun und das wird alles zunehmende in Zeit deswegen prüft die Geister denn viele unreine Geister sind ausgegangen in die Welt und die können wir austreiben im Namen des Herrn Jesus Christus das war das Video für heute der vierte Teil von Ex Illuminati John Todd packt aus und ich denke wir im nächsten Teil wieder spannende Dinge zu berichten haben und bis dahin nicht vergessen die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das war ist und bleibt der König der Könige Jesus Christus Amen Ja Shalom und Gottes reichen Segen Willkommen zur fünften Folge der Serie Ex Illuminati John Todd packt aus und auch heute hat er wieder einiges zu berichten einige Worte aus dem Jahre 1977 der auch heute noch brandaktuell sind und ich würde sagen aktueller denn je denn er hat ja auch über die Endzeit gesprochen und wenn man sich die Lage auf der Welt so ansieht dann sehen wir überall nur Chaos und aus diesem Chaos soll ja eine neue Ordnung entstehen die sogenannte neue Weltordnung und auch darüber hat John Todd berichtet und wir machen direkt weiter heute in der fünften Folge mit dem Titel der Rothschild Clan im Auge der Pyramide so sagte John Todd weiterhin in seinen Worten aus dem Jahr 1977 Offenbarung 1823 unten in diesem Schrifttext steht sich auf Babylon beziehend denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden denn durch deine Zauberei sind verirret worden alle Heiden ich kenne im Wort Gottes keinen besseren Schrifttext um die Illuminaten zu beschreiben Tja die meisten Leute verstehen die Illuminaten nicht wie viele Leute hier haben jemals irgendwelche Nachforschungen über die Illuminaten angestellt bevor sie von mir gehört haben ok tja die anderen von euch können sich heute Abend auf eine Überraschung gefasst machen ich will nicht dass die Leute mir zuhören und hier raus gehen und die Dinge die ich vorbringe einfach akzeptieren ich mag es irgendwie wenn die Leute hier raus gehen und sagen man der spinnt denn die werden gehen und sie werden versuchen die Beweise zu recherchieren dass ich falsch liege und je mehr sie recherchieren desto mehr fangen sie an mir zu glauben es ist unmöglich Geschichte zu recherchieren und die Verschwörung zu recherchieren und die Illuminaten zu recherchieren ohne jemand der fest daran glaubt daraus hervorzugehen also viele die sich mit den okkulten Phänomenen beschäftigt haben so war das auch bei mir der Fall die kommen dann dazu dass sie erkennen okay es gibt die böse Seite die wirklich böse Seite die geistige Mächte der Finsternis und den Teufel demnach müsste es ja also auch Gott geben und unseren Herrn Jesus Christus und den hat nicht nur John Todd erkannt sondern auch ich Gott sei Dank und auch viele natürlich mehr weiter sagte John Todd wie viele Leute haben einen Satz Enzyklopädien daheim einen guten Satz geht heute Abend nach Hause schlag das Wort Illuminaten nach in manchen Enzyklopädien werdet ihr finden dass das existierte aber jetzt nicht existiert und in anderen Enzyklopädien werdet ihr finden dass es existierte und jetzt immer noch existiert aber sie erzählen euch nichts darüber und hier haben wir auch den Vers den John Todd gemeint hat offenbarung 18 Vers 23 aus der Schlachter 2000 Übersetzung denn deine Kaufleute waren die großen der Erde denn durch deine Zaubereien wurden alle Völker verführt und wir wissen ja die Rothschilds darum geht es auch gleich weiter das sind natürlich Kaufleute wie Rockefellers und so weiter und so soll es ja auch Blutlinien der Illuminaten geben darüber hat John Todd auch berichtet dazu kommen wir glaube ich in einer anderen Folge noch und auf jeden Fall die Kaufleute sind natürlich auch reich geworden und Zauberei ist nichts anderes als okulte Dinge und ja das sehen wir natürlich auch in den Illuminaten Zirkeln weiter sagte John Todd tja die Macht der Illuminaten und ich gebe eine Erklärung die Illuminaten sind folgendes ok erstens die meisten Leute haben die Illuminaten in Dingen gefunden die ihren Weg gekreuzigt haben oder gekreuzt haben die Leute haben sie im Okkultismus gefunden und irrtümlicherweise gesagt aha die Illuminaten sind der Okkultismus dann haben sie sie in den Freimaurern gefunden und sie sagten aha die Illuminaten sind die Freimaurer dann haben sie sie in der Politik gefunden und sagten oh sie sind die Politik also fanden sie sie im internationalen Bankensystem oder sie fanden sie im Zionismus also listen sie sie als genau das eigentlich sind sie all diese Dinge und viel mehr sie fanden sie in der Mormonen Religion und das deshalb weil die Anführer der Mormonen Religion hohe Ränge in den Illuminaten sind sie fanden sie in der John Birch Society das deshalb weil der Mann der die John Birch Society führt sowohl ein Hochgrad Freimaurer als auch ein Mormone ist und hier unten sehen wir den Gründer der Mormonen Joseph Smith und er hat ja auch eine Vision gehabt von irgendeinem Geist und sitzt irgendwie zu den Gottes des Vaters also auch eine sehr merkwürdige Religion made in USA weiter sagte John Todd wie viele Leute haben jemals den Film Voodoo Child gesehen niemand hat diesen Film je gesehen ein paar Leute hier haben ihn gesehen okay ich glaube Sandra Dee hatte darin eine Hauptrolle oder so okay das war vielleicht einer der heftigsten Filme wahrheitsgemäß über Hexerei und ihr Glaubenssystem der jemals existierte tja die ursprüngliche okulte Bibel Vichar Bibel wurde Necronomicon genannt es existieren heutzutage nur drei Drucke davon das London Museum war für eine Weile in New York und ich konnte es halten und ansehen als ich im Okkultismus war daraus begründete sich nun das Buch der Schatten die Okkulte Bibel mehrere Bücher von denen wir hoffen dass wir sie verbrennen werden bevor es vorbei ist wurden auf Basis der Necronomicon geschrieben und sind heutzutage in Händen vieler Christen nun gemäß dem Necronimicon passierte am Beginn der Welt dass Menschen oder Sterbliche ihr beachtet Hexe kennt ihr den Unterschied zwischen Hexen und Sterblichen dass Sterbliche oder aller Weltmänner Frauen und so weiter irgendwie von den Affen abstammten und so weiter und dass am Anfang dieser Welt der Sohn des Schöpfers aller Dimensionen und des Universums aus der Dimension kam und in der die Götter wohnen sie kamen hierher mit glaubtes oder glaubtes nicht fliegenden Untertassen und dass sie sich mit den Leuten dieser Welt Paten und deren Kinder waren die Hexen also was man sich da auch alles teilweise in der Okkulten Welt erzählt das ist so etwas von Phantasialand dass ich mich wirklich frage wie die Leute so etwas glauben können aber sie sind natürlich verführt teilweise besessen und ja der Mensch glaubt ja fast alles was er glauben will wir schauen uns weiter an was John Todd zu sagen hat er sagte Nun der Sohn Lucifer hieß Adam das ist jetzt genau das was in den Mormonen Bibel steht außer dass die ihn nicht Lucifer nennen und dass Adam der Vater dieser Welt ist und Eva war seine Frau sie nennen sie auch Aschera Diana Isis Aphrodite viele Namen Hekate Selene mit anderen Worten die Mutter der Schöpfung und darüber haben wir auch schon ein Video gemacht ein anderer Name für die Mutter der Schöpfung ist auch Gaia und Diana finden wir auch im Neuen Testament wieder und das sind alles Götzen und das mit Eva in Einklang zu bringen ist auf jeden Fall biblisch ich sag's mal vorsichtig nicht gerade auf guten Argumenten gehaust John Todd sagt weiter Nun gemäß dieser Lehre waren die Leute die zu dieser Welt kamen die Götter die am Olymp und anderen hochgelegenen Orten lebten und das als die Rothschilds damals ungefähr im 17. Jahrhundert oder so begannen die Götter in den Rothschilds zu leben sie hatten sie als die reinste Familie im okkulten Glauben erwählt und durch die Rothschilds schufen sie die Illuminaten was sie zu Göttern machte nicht zu sterblichen nicht zu hexen sondern sie selbst zu Göttern nun ich könnte das einwerfen und wir diskutieren es später sie glauben dass Adam heutzutage wieder am Leben ist und dass er bereit ist die Welt zu regieren wenn ihr jetzt die Pyramide anseht der Schlussstein ist von der Pyramide befreit denn der Schlussstein sind die Rothschilds und sie betrachten sie nicht als Menschen sie betrachten sie als Götter und das Auge ist der Vatergott Luzifer der Rat der 13 ist jetzt gleich da denn dies sind die privaten Geistlichen der Rothschilds die Illuminaten funktionieren wie alle heidnischen Regierungen zu funktionieren pflegten von Babylon von Moab von Ägypten von Griechenland von Rom von Schottland von Irland und so weiter alle heidnischen Regierungen funktionieren auf dieselbe Weise die Priester und Priesterinnen des Tempels sagten den Herrschern der Regierung wie den Pharaos und den Cäsaren oder was auch immer was sie zu tun sollten denn ihnen wurde von den Göttern gesagt was sie tun sollten und die Pharaos hörten auf sie in diesem Fall sind jetzt die Götter die Rothschilds also wenn das was ich heute Abend sage und falls ihr meinen Zeugnisbericht gehört habt und euch fragt warum kann ein Mann in der Hexerei und so weiter der so jung ist Gouverneuren oder Senatoren und manchmal sogar Präsidenten sagen was sie zu tun haben was sie tun sollen das ist deshalb weil sie zu den Illuminaten gehören und die Illuminaten sind eine heidnische Regierung die auf sie hört denn sie kriegen nicht die Befehle sie wiederholen einfach die Befehle die ihnen von diesem Schlussstein namens die Rothschilds gegeben wurden nun wir haben die drei Pyramiden gezeichnet aus denen die Illuminaten bestehen ja und wir sehen hier natürlich nochmal die Rückseite des Ein-Dollar-Scheines und da sehen wir Norvus Ordus Echlorum neues Zeitalter neue Weltordnung wie auch immer Anod Koptes es wird auf jeden Fall gelingen sozusagen und unten auch die Zahl in römischen Buchstaben 1776 geht zurück auf die Gründung der USA aber auch die Gründung der Illuminaten hier sehen wir die Pyramide und mit dem einsehenden Auge ist also Lucifer gemeint wir schauen weiter was John Todd dazu zu sagen hat wir kommen auch in die Freimaurerei da schauen wir uns nochmal an was in einigen Büchern steht was sehr interessant ist so sagt John Todd aber ich werde heute nicht tun was ich was ich üblicherweise mache und die Freimaurerei richtig aufs Korn nehmen ich werde ganz einfach aus zwei ihrer Bücher vorlesen und ich werde die Freimaurer ihre eigenen Schlüsse ziehen lassen so heißt es in einem Buch was wir der Menge sagen müssen ist dies wir beten einen Gott an doch es ist ein Gott den man ohne Aberglauben fährt zu euch souveränen Generalgroßinspektoren der Freimaurerei sagen wir dies damit ihr es für die Brüder des 32. 31. und 30. Grades wiederholt die Freimaurerische Religion sollte von uns allen die wir eingeweihte der höchsten Grade sind in der Reinheit der luziferischen Lehre erhalten werden wenn Luzifer nicht Gott wäre würde Abaddon und so weiter und so fort also es wird hier klar dass die Freimaurerei in den Hochgraden in einigen Hochgraden nicht jeder auch in den Hochgraden aber viele für Gott einen anderen Namen wählen nämlich Luzifer und das ist natürlich Satan der Teufel Bevor ich jetzt weitermache sagte John Todd werden wir sehen für euch Forscher in der Offenbarung Abaddon findet man in der Offenbarung als den Wächter des Abgrunds den Dämonen über den ganzen Rest der Dämonen würde Abaddon den Gott der Christen dessen Taten seine Grausamkeit Respektlosigkeit und Menschenhass Barmerei und Ablehnung der Wissenschaft beweisen würden Abaddon und seine Priester ihm verleumnen also heißt es in diesem Buch ja Luzifer ist Gott deshalb ist die Lehre des Satanismus eine Heresie und die wahre reine philosophische Religion ist der Glaube ein Luzifer die Entsprechung von Abaddon Jesus Christus doch Luzifer Gott des Lichts und Gott des Guten merken wir Luzifer Gott des Lichts und Gott des Guten heißt es in diesem Buch der Freimaurer kämpft gegen Abaddon den Gott von Finsternis und Bösem um die Menschheit sie nennen Jesus Abaddon sagt dann John Todd weiter sie nennen Luzifer alles was wir über Jesus glauben und Jesus alles was wir über den Teufel glauben und das ist in einem ihrer eigenen Bücher ich bin nicht ganz 100% sicher aber ich glaube das war von Albert Pike Morals and Dogma auf jeden Fall sehen wir hier dass die oberen gerade die unteren gerade hinter das Licht führen und sie selbst werden ja hinter das Licht geführt vom sogenannten Licht Träger Luzifer da einst laut Bibel selbst wirklich sehr erleuchtend war er war einer der schönsten ersten Engel die Gott geschaffen hat und durch Hochmut und durch Rebellion ist er dann gefallen und ist nun der Fürst dieser Welt Zeit aber nicht mehr lange denn wir wissen der Herr kommt bald weiter sagte John Todd über die Freimaurerei der Rat der 33 ist folgendes innerhalb der Freimaurer gibt es den 32 Grad dann gibt es den 33 Ehren Grad und dann gibt es den 33 Ich werde euch aus die verlorenen Schlüssel zur Freimaurerei vorlesen geschrieben von Manly P. Hall einem Freimaurer des 33 Grades und mitgeschrieben hat ein anderer Mann des 33 Grades und illustriert von einem Freimaurer des 32 Grades also das Who and Who der Freimaurer sozusagen alle waren in der Freimaurerei das wurde 1942 geschrieben es ist ein Buch nicht nur oder es ist ein Buch nur für Freimaurer ich werde Moment ich werde euch die Initiation um ein Mitglied des Rats der 33 zu werden vorlesen der zweithöchste Rat innerhalb der Illuminaten wenn der Freimaurer lernt zitiert John Todd aus dem Buch dass der Schlüssel zum Warrior on the Block die ordentliche Anwendung des Dynamos lebendige Energie ist hat er das Geheimnis seines Handwerks gelernt die schäumenden Energien Luzifers sind in seinen Händen und bevor er weiter und aufwärts steigen kann muss er seine Fähigkeit beweisen Energie ordentlich anzuwenden es muss in den Fußstapfen seines Vorvaters Tubal Kain nachfolgen der sein Schwert mit der mächtigsten Stärke des Krieges Gottes oder des Kriegsgottes in eine Flugschar hämmerte und wir lesen hier das hat John Todd aus diesem Buch zitiert Tubal Kain kennen wir auch an in der Bibel wieder und Kain ist ja jetzt nicht gerade jemand der bekannt war für seine Gerechtigkeit er war ja auch der erste Mörder in der Bibel hier auf Erden der seinen Bruder Abel erschlug und wir lesen vor allem die strömenden Energien Luzifers und könnt selbst sein wie Gott ihr dieselben Lügen die Schlange im Garten Eden aufgetischt hat der Eva nämlich keineswegs werdet ihr sterben ihr werdet unsterblich werden ihr werdet sein wie Gott ihr werdet Weisheit erlangen erkennen was gut und böse ist also Erkenntnis und so steigt ja hier auch von Grad zu Grad die Erkenntnis so meint man in der Freimaurerei doch es ist genau das Gegenteil der Fall denn mit jedem Grad den man aufsteigt kommt man immer mehr zum Licht Luzifers zum angeblichen Licht und entfernt sich vom wahren Licht Gottes und ist eigentlich mehr und mehr in der Finsternis und deswegen können wir als Christen natürlich das nicht in Einklang bringen mit den Worten Gottes der Bibel und wenn wir schon bei der Bibel sind dann wollen wir auch direkt einmal hineinschauen was geschrieben steht was auch vielleicht zu diesen vorher gelesenen Worten über John Tod passt in Hiob 30 Vers 26 und in Jesaja 5 Vers 20 heißt es Ja ich habe auf Gutes gehofft und es kam Böses ich erwartete oder wartete auf das Licht und es kam Finsternis Wehe 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 die Böses Gut und Gutes Böse nennen die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären das passt auch ganz gut in die Hochgrad Freimaurerei hinein denn viele Freimaurer haben natürlich auch gute Absichten sind ehrenvolle Männer die auch viel Gutes tun viel spenden für wohltätige Zweck und so weiter wie bei allen Religionen Nationen was auch immer Kulturen kann man natürlich nicht alle über einen Topf werfen oder wie auch immer es heißt natürlich gibt es hier und da immer Ausnahmen aber auch hier eben deswegen haben viele könnte man laut hier 30 Vers 26 sagen auch in der Freimaurerei auf Gutes gehofft auf Licht gewartet aber es kam Böses und Finsternis und genauso tun ja auch die Hochgrad Freimaurer wie eben Albert Pike oder Manny P. Hall Licht zu Finsternis erklären nämlich Gott des Lichts zu Finsternis aber Lucifer der Herr der Finsternis wird zum Licht träge erklärt und zum erleuchteten Wesen und deswegen strebt man auch Selbsterleuchtung an damit man so wird wie Lucifer der Gang Gott wäre aber es niemals sein wird wir lesen im 2. Korinther Kapitel 11 ab Vers 14 außerdem und das ist nicht verwunderlich denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts es ist also nichts besonderes wenn auch seine Diener die Dämonen und die Kaufleute der Erde sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein jeder wird ernten im Gericht Gottes und wir sehen also hier Satan hat ja viele Namen Teufel Beelzebub aber auch Lucifer und hier sehen wir dass Satan sich verkleidet als Engel des Lichts und das ist auch etwas was sich auf Lucifer bezieht und auch seine Diener wie gesagt verkleiden sich nur so wie die ganzen Superhelden in den Marvel Comics aber auch da sind viele okulte Dinge die dort von statten gehen schauen wir zum Schluss was der Herr Jesus Christus sagte denn er sagte in Johannes 8 Vers 12 ich bin das Licht der Welt wer mir nachfolgt wird nicht in der Finsternis wandeln sondern er wird das Licht des Lebens haben deswegen sollen wir die Finsternis erhellen im Namen des Herrn Jesus Christus und dann werden viele Menschen so Gott will auch die Wahrheit erkennen und das Serie X Illuminati John Todd packt aus und es werden weitere fünf Folgen wahrscheinlich noch folgen und wir dürfen gespannt sein John Todd hat noch sehr viel zu berichten und danken wir dem Herrn dass er zum Herrn gefunden hat und das berichten konnte und beten wir dafür dass noch viele aus der okkulten Szene vor allem auch die Wahrheit erkennen denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das war segne euch in seinem Namen Amen Ja Shalom und Gottes reichen Segen Willkommen zur sechsten Folge der Serie Ex Illuminati John Todd packt aus heute mit dem Thema die okkulte Infiltrierung des Christentums und wer meine Videos kennt der weiß es gibt auch eine heidnische Infiltrierung des Christentums wenn man so will siehe Osterhase Weihnachtsmann und so weiter bevor wir mit der Infiltrierung des Christentums uns beschäftigen werden wir erstmal dort weitermachen wo wir in der letzten Folge aufgehört haben das heißt wir begeben uns nochmal kurz in die Freimaurerei so zitiere ich nun weiter John Todd das Warrior on the Block Ritual wo ich sagte sie müssen ihre Fähigkeit beweisen diese Energie ordentlich anzuwenden das Warrior on the Block Ritual ist Menschenopfer die Anführer des freimaurerischen Glaubens lachen über die blaue Loge und jene unter ihnen wegen dem was sie wirklich wissen und wen sie wirklich anbeten bei uns wurde vor etwa zwei Wochen ein Mann in Jacksonville Florida gerettet das war ein Freimaurer des 32 Grades sein Vater war ein 33 Grad Freimaurer sein zukünftiger Schwiegervater war ein 33 Grad Freimaurer seine Mutter und zukünftige Schwiegermutter und Verlobte waren alle im Eastern Star also ein Hexenzirkel und er war durchzuführen als er er rettet wurde er sagte uns kann ich kommen und bei eurem Rückzugsort anheuern meine eigenen Eltern werden meine Tötung in Auftrag geben weil ich die Freimaurer verlassen habe Tja das ist ein Freimaurer des 32 Grades der das sagt denkt darüber nach und ähnlich ist es ja auch heute in einer anderen Religion wo es heißt wer die Religion verlässt den tötet von daher ist es bei uns im Christentum etwas anders wer die Religion des Christentums verlassen will der kann sie ruhig verlassen der wird dann wenn er halt schon sehen was er davon hat Nun kommen wir weiter zu John tot er sagte die trilaterale kommission ist die denkzentrale des council of foreign relations die meisten Leute wissen nicht dass Amerika ohne ein offizielles Mitglied zu sein ein Mitglied des europäischen gemeinsamen Marktes ist die und denken wir daran diese Worte kommen aus dem Jahr 1977 die trilaterale kommission ist die amerikanische version des europäischen gemeinsamen Marktes jedermann im council foreign relations und jedermann in der trilateralen kommission glaubt dass lucifer und ein gefochten gott ist hat es erklärt hat einem geheimhaltungsschwur abgelegt und hat sein leben dem gewidmet dafür zu sorgen dass adam die welt erlangt auf adam ist john tot in einer anderen folge noch mal eingegangen ich weiß nicht ob es in der dritten oder vierten folge war auf jeden fall wir wissen es gibt auch eine deutsche erfolgreiche netflix serie die heißt dark und in dieser serie gibt es auch einen bösewicht der nicht stirbt weil er durch die zukunft reisen kann durch die zeit reisen kann und dieser bösewicht in dieser serie dark heißt auch adam weiter sagt john tot nun die rotschild führen die illuminaten und in jedem land haben sie eine familie wobei das oberhaupt dieser familie das oberhaupt der dortigen illuminaten ist in den vereinigten staaten haben wir die rockefellers der wird rockefellers oberhaupt unterstehen sowohl das council on foreign relations als auch die trilaterale kommission beziehungsweise council was der name der illuminaten innerhalb der vereinigten staaten illuminaten auf der ganzen welt aber besonders in den vereinigten staaten ist die standard oil company weiter heißt es dann über diese ganzen geschehnisse nun ich werde euch heute abend etwas unterrichten wovon die illuminaten hoffen dass es niemand jemals herausfinden würde natürlich könnt ihr nachprüfen wer standard oil besitzt das ist david rockefeller er ist der besitzer von standard oil nun als wir in illuminaten waren wussten wir mussten wir die hieroglyphen der illuminaten lernen und wir mussten in den ländern einkaufen gehen die sich die illuminaten markierten womit sie ihre läden markieren natürlich besitzen sie fast alles aber ihre hauptgeschäfte markieren sie und standard oil ist der groß konzern der fast alles besitzt ich will euch die dinge sagen die sie besitzen ihr werdet nicht glauben was sie besitzen so erstaunlich ist das wenn ich die meisten leute fragen würde außer Standard Oil was würdet ihr sagen ist der Nummer 1 groß konzern innerhalb der USA irgendjemand sagt es mir außer Standard Oil und dann sagt ein Zuhörer General Motors General Motors darauf habe ich gewartet Standard Oil besitzt General Motors sie besitzt Ford sie besitzen American Motors sie besitzen Chrysler nun man kann hier man kann hier unten oft Federal Department Stores sehen Federal Department Stores ist Sears Pennys Heil und Rewe und so weiter ein Mann der mit den Illuminaten sehr eng und innerhalb sehr populär ist lebt nicht allzu weit von hier der alle Federal Department Stores besitzt sein Name ist Lazarus interessanter Name kennen wir Staaten sie besitzen Warworth aber Standard besitzt Mobile und Mobile besitzt Montgomery versteht ihr worauf das hinausläuft nun man kann es herausfinden was Standard Oil besitzt weil sie ihre Zeichen mit Blau und Rot markieren und das kennen wir ja auch schon haben wir auch vorhin gelesen in den Freimaurer Logen da gibt es dann die blauen gerade und die roten gerade und es gibt auch bei Matrix Pille man schluckt so ist es ja auch in der Freimaurerei alles okkulte Filme sie markieren auch in all ihren Ölgeschäften ihre Ölgesellschaften mit okkulten Symbolen und die heftigste Version die ich davon niemals gesehen habe ist ein fünfzackiger Stern der Regenbogen Farben abstrahlt weil sie wissen dass Lucifer der Gott des Regenbogens ist wie sie es jedenfalls ausdrücken und wenn man Hesekiel 28 liest findet man heraus dass er strahlt er strahlt tatsächlich irgendwie wie ein Regenbogen er ist bedeckt mit verschiedenen Edelsteinen und so weiter also Lucifer und wir werden auf Hesekiel 28 noch eingehen aber wir schauen uns noch an was John Todd zu sagen hat denn jetzt kommen wir in die Richtung der charismatischen Infiltrierung und da hat John Todd auf jeden Fall auch wieder einiges zu berichten im Jahr 1977 er sagte die charismatische Bewegung ist für außenstehende Leute die Bewegung die sich über die Zungenrede definiert das ist separat von der Pfingst Bewegung der Konfession und Kirchen den meisten Leuten ist nicht klar dass die Pfingst Kirchen nicht Teil der charismatischen Bewegung sind tatsächlich sind viele von ihnen dagegen alles klar in der Realität war die charismatische Bewegung einer von drei Schritten die 1964 erklärt wurden um zwei Dinge zu tun tja die Hauptfunktion war die fundamentale Kirche jedweder Art zu zerstören alles klar die Freimaurer waren einer und die charismatische Kirche waren ein weiterer ok und die politischen Manöver waren dann der dritte nun die Charismatiker die meisten Leute wisst ihr sie lassen sich von den charismatischen Bewegungen einfangen jetzt muss ich gerade sehen dass ich wieder mich einfange hier sind wir sie nehmen nicht Abstand und beobachteten sie sie hat zwei verschiedene Zeichen wohin das geht nachdem sie dort hinkam. Und die andere Sache ist jedoch, dass sie all die liberalen Kirchen vereinigt. Sie hat die Katholiken, die Lutheraner und die Momonen, sogar die Momonen, die Methodisten, die Episkopalen, die Presipitarier und was es da alles gibt, jeden zusammengebracht. Ich werde jetzt ein paar Zitate bringen, seht, ich bin kein Charismatiker, ich gebe es zu, aber ich bin auch kein Baptist. Also sagt nicht, dass ich das sage, weil ich Baptist bin und deshalb dagegen. Ich bin aus einem Grund dagegen. Ich war im Rat der 13 und musste zu viele Millionen Dollar an diese Organisationen auszahlen, als dass ich akzeptieren würde, dass sie und ihre Anführer zu Gott gehören. Denn ich bin mit den meisten ihrer Anführer per Du. Sie benutzen die charismatische Bewegung, um Jesus, Jesus Rock, christliche Rockmusik zu etablieren. Ich hatte einen 4 Millionen Dollar Scheck zu übergeben, der der zweite 4 Millionen Dollar Scheck war, den Chuck Smith, der Calvary Chaplin Maranta Industries schuf, von den Illuminaten empfing und er wusste, dass es Illuminatengeld war. Bevor ihr hier rausgeht und sagt, dass er es nicht wusste, der Zweck davon war, Marananta Industries und Productions zu errichten, welches Jesus Rock startete. Damals, als die christlichen Kirchen gegen Rockmusik predigte, ohne zu wissen warum, aber trotzdem dagegen predigt, was auf dasselbe hinausläuft und es aus den Kirchen werfend, das ängstigte die Illuminaten und die okkulte Welt zu Tode. Zu dieser Zeit dachten sie fast, ihr Ende wäre gekommen, denn wenn das wirklich innerhalb der christlichen Kirche passieren würde, hätte die christliche Kirche in den Vereinigten Staaten die größte Massenerweckung von Seelen, die diese Welt je gesehen hat. Das ist der Zweck von Rockmusik, sicher zu gehen, dass das niemals passiert. Nun, wir wissen ja sowieso, wie das Ganze am Ende enden wird, wenn unser Herr Jesus Christus zurückkommt, dann wird auch das Gesetz ausgehen und dann steht auf diese okkulten Zaubereien, Hellsehern und dämonische Beschwörungen die Todesstrafe. Das klingt sehr hart, aber naja, dann gibt es auf jeden Fall keine Illuminaten mehr. Wir schauen uns mal jetzt weiter an, was John Todd darüber noch zu sagen hat. Nun ok, lasst mich all das zu Ende führen, denn es ist lang, bevor irgendwelche Hände hochschnellen. Als das passierte, bekamen sie Angst, also waren sie schlau, sie dachten nach und sie errichteten Jesus Rock und man kann einige der Top Jesus Rock Songs nehmen und man kann dieselben Rock Songs hier darüber spielen und es ist genau dieselbe Melodie mit neuen Worten reingestopft. Jetzt will ich euch einen Schlüssel geben, von dem Hexen wissen, ok? Das Zeichen der Musik des Teufels, nein, sie sagen der Musik von Lucifer, sind nicht die Worte, es ist die Musik. Die Macht ist in der Musik. Das Zeichen christlicher Musik ist nicht die Musik, es sind die Worte. Deshalb wird ein Wort, der von einer Gruppe geschrieben wurde, Anklang finden und die Herzen der Christen segnen und andere werden das nicht. Habt ihr euch jemals gefragt, warum The Gators die Nummer 1 Gruppe in den Vereinigten Staaten sind? Nicht, weil sie großartig sangen. Wegen der Songs, die sie schreiben und die Macht in diesen Songs. Nun, ich kenne die Macht der Musik, weil ich in der okkulten Welt war und ich sage all das, was ich der Anführer, weil ich der Anführer von Zodiac Productions war. Und jemand, der in der okkulten Welt war, der kann natürlich aus dem Stegreif berichten und hat eigene Erfahrungen, die wir natürlich gar nicht teilen können. Wir hören immer viele Zeugnisse und Berichte, aber jemand, der ausgestiegen ist wie John Todd oder WeWatcher Mondo und andere, die können auf jeden Fall Einblick geben, was im Finsteren geschieht. Und so heißt es auch weiter, John Todd sagt, die Illuminaten produzieren keine Rockmusik, um euch unten zu halten. Sie produzieren keine Rockmusik, um Geld zu verdienen. Sie brauchen dieses Geld nicht, sie besitzen sowieso alles. Sie tun das, um dämonischen Einfluss in euer Leben zu bekommen. Musik ist ein Zauber und jede Hexe weiß das. Deshalb, wenn jemand aus dem Okkultismus errettet wird und sie sagen, nachdem sie errettet wurden, Pastor, was soll ich tun? Der Pastor wird sagen, tja, verbrenne alles, was mit dem Okkultismus zu tun hat. Ist das alles? Sagt der Pastor doch. Und sie werden ihre Rockplatten mitbringen. Niemand muss ihnen sagen, dass sie das tun. Die waren in der Hexerei. Sie wissen, was Rockmusik ist. Nun, Kinder, damit werde ich nicht zu euch durchdringen. Eltern, betet nicht, dass eure Kinder die Rockmusik rausschmeißen. Sie gehört ihnen nicht. Sie gehört euch. Ihr seid das Oberhaupt des Hauses. Und obwohl ihr glaubt, dass es ihnen gehört, gemäß dem Wort Gottes ist alles in diesem Haus euer und ihr seid diejenigen, die Jesus gegenüberstehen werden und ausführen, warum ihr das hattet. Das Problem mit Christen, besonders in der baptistischen Kirche, ist, dass ihnen nicht klar ist, dass zwei Gerichte kommen, eines für die Verlorenen und eines für die Erretteten. Und ihr werdet vor dem Richterstuhl Christi Rechenschaft ablegen müssen für die Dinge, die ihr nicht getan oder die ihr getan habt. Und genau das stimmt auch, denn auch im Neuen Testament heißt es ja, dass wir alle, nicht nur die Ungläubigen, auch die Gläubigen wir, vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen müssen. Und dann werden die Werke offenbart, seien sie gut oder schlecht. Und deswegen muss man hier natürlich, wie John Todd auch sagte, ist es klar, dass die Eltern das Oberhaupt der Familie sind und so wie Jesus unser Oberhaupt ist, der wiederum ein Oberhaupt hat, nämlich den himmlischen Vater. Die Verantwortung liegt also da nicht bei den Kindern, denn sie wissen sowieso nicht, was sie tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Was wir tun werden ist, wir schauen uns jetzt nochmal die Bibel an und wir haben ja vorhin gelesen, Hesekiel 28 oder 38. Auf jeden Fall gibt es ja in Hesekiel auch Verse, wo es um Lucifer geht. Die schauen wir uns mal an, und zwar ab Vers 13, da heißt es, In Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelstein warst du bedeckt. Deine kunstvoll hergestellten Zamburine und Flöten waren bei dir, am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst, eingeseibter Schützen der Karub, ja ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen, vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Was wir hier sehen, ist vor allem das beschrieben wird, was Lucifer alles gewesen ist, denn hier wird ja in der Vergangenheit gesprochen, er war mit Edelsteinen bedeckt, er hatte Flöten, die bereitet wurden, im Himmel jedenfalls, und er war ein geseibter Schützen der Karub, er ist heute ein Verführer des Teufels oder selber der Teufel natürlich. Er war auf dem heiligen Berg Gottes, ist es heute nicht mehr, er war vollkommen in seinen Wegen, aber dann kam ja die Sünde in sein Herz, Hochmut kam und er fiel dann vom dritten Himmel. Und was wir hier sehen, ist auch, dass Tambourinen und Flöten bereitet waren für Lucifer selbst. Das heißt, er ist ein Meister der Musik und weiß deswegen auch genau, wie man Menschen verführen kann, entweder durch die Texte, durch die Melodie oder durch die Akteure, durch die Sänger, die Gruppen, durch die Zeichen und so weiter. Und deswegen, in der Tat, wie wir vorhin gelesen haben, er war auch mit Edelsteinen bedeckt und diese Edelsteine könnten auch jenes bedeuten oder ein Hinweis sein auf das, was die hohe Priester haben, nämlich die zehn Edelsteine, die dann auch die zwölf Stämme Israels symbolisieren. Wir schauen uns jetzt aber auf jeden Fall nochmal an, was im Psalm 101, Vers 3 geschrieben steht. Auch wenn es nicht mit Musik zu tun hat, so heißt es, ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen, das Tun der Abtrünnigen hasse ich, es soll mir nicht anhaften. Nichts Schändliches vor meine Augen stellen, ich würde vielleicht noch hinzufügen, auch wenn man nichts hinzufügen darf, aber nicht Schändliches in Zeiten wie diesen, den Ohren auszusetzen, denn es gibt ja wie gesagt auch viele okkulte Musik, Musik, auch wenn sie christlich angehaucht sind. Da muss man immer auch die Geister prüfen. Und wenn es hier heißt, dass wir nicht den Abtrünnigen anhaften sollen, dann ist es auch etwas, was wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 19 wiederfinden. Da heißt es, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Es kommt also der Tag, an dem es offenbar wird, dass diese ganzen Menschen, die teilweise eher im okkulten Bereich der Charismatik sind und stecken, und dass natürlich nicht alle sind gleich, man darf niemals, egal um was das geht, alle über einen Kamm scheren, aber dass es da auch okkulte Dinge gibt, die dort abgespielt werden. Und wenn einige dort umfallen und zittern, dann ist es nicht immer dämonische Besessenheit, sondern einfach Hypnose. Da machen ja die Menschen auch alles, was man ihnen sagt, wenn es ein Hypnotiseur ist, der diese Macht wiederum von Dämonen bekommen hat, als Austausch für seine Seele oder sonst was. Nun, weh dem auch sei, wir wissen, Jesus Christus kann uns freimachen. Wir sollen nicht zu den Abtrünnigen gehören, sondern zum Volk Gottes. Und die halten auch vor allem die Gebote Gottes hoch, denn das Gesetz Gottes sagt, dass Okkultismus verboten ist. Wenn das Gesetz Gottes abgeschafft wäre, wäre Okkultismus erlaubt. Da sehen wir ja, wo die Gesetzlosigkeit hinführt, wenn man sie praktiziert. Von daher wünsche ich euch auf jeden Fall Gottes Segen. Bleibt vor allem gesund in den Zeiten wie diesen. Und nicht vergessen, die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das wahr ist und bleibt Jesus Christus. Gott segne euch in seinem Namen und bis zum nächsten Mal. Amen. Ja, Shalom zusammen und Gottes reichen Segen. Willkommen zur siebten Folge der Serie Ex Illuminati John Todd packt aus mit dem Thema heute der Vatikan, das Malzeichen und die Endzeit. Und wir haben uns ja bereits in der letzten Folge mit in Anführungsstrichen christlicher Musik beschäftigt, aber auch mit der charismatischen Bewegung und mit der okkulten Infiltrierung des Christentums. Und da wollen wir auch gleich weiter noch kurz anknüpfen, nämlich an der charismatischen Bewegung, bevor wir dann zu den anderen Themen überschwenken. So zitiere ich auch diesmal wieder weiter den Ex-Illuminati John Todd. Der drittmächtigste Mann in der charismatischen Bewegung ist Ralph Wilkerson. Er ist eigentlich die Nummer 1, aber angeblich ist er ein dritter Position. Er ist der Mann, der vor dem Rat der 13 erscheinen muss, um die Befehle an die anderen Anführer der charismatischen Bewegung weiterzuleiten. Er ist der Pastor einer Multimillionen-Dollar-Kirche namens Melody Lernd, eine der größten unabhängigen charismatischen Bibelschulen und Universitäten des Landes. Und sie gaben diesem Mann so viel. Alles, was er dort ist, haben die Illuminaten für ihn gekauft und gebaut und er wusste das die ganze Zeit. Der Grund, warum er predigt, dass Hexen nicht errettet werden können, dass sie niemals errettet werden können, ist, dass er immer noch Angst hat, dass manche von uns darüber plappern werden. Und ihr habt recht, ich mache das auch. Als ich errettet wurde, sagte ich dem Herrn, dass ich die Welt alles wissen lassen würde, was ich von den Aktivitäten des Teufels weiß. Und Mann, ich werde es sie wissen lassen, ob es euch gefällt oder nicht. Ja, und so eine Anstellung, das lobe ich mir natürlich. Da darf man, egal ob es jetzt dem Menschen passt oder nicht, die Wahrheit darf man nicht hinter den Teppich kehren, unter den Teppich kehren, sondern sie muss aufgedeckt und ans Licht gebracht werden. Und so sagte John Todd weiter, jetzt habe ich euch die Sache darüber gesagt und ich kann mit mehr und mehr Kirchen weitermachen. Der Punkt ist, ihr müsst euch selbst bezüglich einer Sache in Frage stellen. Okay, die Leute predigen eine Erweckung der letzten Tage in den Vereinigten Staaten. Die einzige Erweckung der letzten Tage, die man in den Vereinigten Staaten erleben wird, ist jene des Teufels. Es mag euch nicht gefallen, aber die Vereinigten Staaten sind genau wie Jerusalem, zur Zeit Jeremias. Sie warteten alle darauf, dass Gott sie retten, als ihnen der Prophet sagte, dass Gott ihre Zerstörung aufgrund ihrer sündhaften Wege zulassen würde und eines der Dinge war, dass man unter jedem Baum ging und Hurerei mit jedem Glauben trieb, den es gab und jeden heidnischen Gott anbetete, den es gab. Das ist Amerika. Die größte schnell wachsende Religion der Vereinigten Staaten ist der Okkultismus und das ist eine Tatsache. Wir haben keine christliche Erweckung. Es reizt mich wirklich, dass angeblich zwei Drittel unserer Bevölkerung wiedergeborene Christen sein sollen, also in den USA. Ich habe es so aufgefasst, dass fast 75% der Vereinigten Staaten auf Hexerei und Okkultismus stehen. Irgendwer liegt hier irgendwo falsch. Leute, da stimmt was absolut nicht. Wenn wir ein Land haben, das in seiner Lebensart so ganz und gar dem Teufel gehört und wir haben zur selben Zeit solch eine angebliche Massenerweckung des christlichen Glaubens, dann stinkt, dann stinkt irgendwo etwas und zwar in der Tat gewaltig, denn von einer christlichen Erweckung kann leider nicht die Rede sein. Wir beten und hoffen, dass es vielleicht noch eine Erweckung geben wird. Deswegen müssen wir daran denken, am Ende der Tage laut dem Buch Daniel wird ja die Erkenntnis zunehmen, aber auf beiden Seiten der Satan und seine Armeen werden ihre Taktiken und Pläne schmieden und umsetzen und auch die Erkenntnis über das Wort Gottes wird bei einigen Christen zunehmen und da vor allem hoffe ich natürlich darauf, dass viele erkennen, dass Gottes Gesetz nicht abgeschafft ist, sonst wäre Okkultismus erlaubt und legitimiert und das werden wir ja wohl zu verhindern wissen. Weiter sagt John Todd und zwar gehen wir weiter jetzt Richtung Mahlzeichen. Das ist das Mahlzeichen. Wenn du auf ein Tattoo wartest, ich habe Christen sagen gehört, tja ich werde die Karte nehmen, bis das Tattoo kommt. Reden wir kurz über dieses Tattoo. Es steht geschrieben, dass sein Engel des Herrn herunterkommen wird und Gottes Leute an Stirn und Hand versiegeln wird. Heißt das jetzt, dass wir mit einem Tattoo herumspazieren werden? Wenn es dort spirituell ist, dann ist es auch spirituell, wenn wir auf Stirn oder Hand mit dem Mahlzeichen des Tieres versiegelt werden. Jetzt will ich euch etwas sagen. Die Stirn steht für das Denken und die Hand steht für die Werke. Das war immer so in der Bibelprophetie und wird immer so sein. Das ist was seltsam dabei. Da ist was seltsam dabei. Wir schlagen Hezekiel auf, wir schlagen Jesaja auf, wir schlagen all die anderen Propheten auf und Daniel und wir lesen ihre Prophezeiungen und sagen, oh preist den Herrn, dies bedeutet das und dies bedeutet jenes und so weiter. Wir wissen, dass die verdorrten Gebeine etwas bedeuten und das Rad in dem Rad bedeutet etwas und die Statue mit den Zenzäen bedeutet etwas. Aber wir blättern fort zur Offenbarung und wir sagen, tja, natürlich wird der Antichrist kein Drache mit sieben Häuptern und zehn Hörnern und so weiter sein. Wir glauben nicht wirklich, dass er das sein wird und wir nennen das spirituell. Aber wir blättern hierüber und nennen etwas anderes physisch, was unterscheidet die Offenbarung vom Rest der Prophetenbücher. Ich dachte, es wäre derselbe Gott, der die Prophezeiungen gibt. Man kann das nicht so machen. Wenn nun diese Karte kommt und du nimmst sie, dann hast du dein Schicksal besiegelt. Ich aber und meine Familie werden den Herrn dienen und man kann nicht beides tun. Also werdet ihr nach Hause gehen müssen und euch fragen, was ihr tun werdet, wenn ihr nichts in Lebensmittelgeschäften mehr haben könnt, was ihr kaufen könnt, irgendwas zu essen und trinken und so weiter und so fort. Was heute ja durch die Corona-Krise noch nicht ganz so der Fall ist, aber was nicht ist, kann ja noch kommen und laut Bibel wird es ja auch so sein. Aber was wir hier auf jeden Fall lesen, ist sehr interessant, nämlich dass die Stirn für die Gedanken steht und die Hand für die Werke und da gibt es ja auch sehr viele Bibelferse dazu. Aber wie gesagt, dazu werden wir uns mit in einem anderen Video noch beschäftigen mit dem Mahlzeichen. Trotzdem würde ich natürlich niemanden raten, irgendwie ein 666-Tattoo anzunehmen oder irgendein Chip sich einpflanzen zu lassen. Schließlich ist der Körper laut Neuem Testament auch der Tempel des Geistes und ich glaube, in diesem Tempel brauchen wir keinen Chip oder sonstige Technik. Wir schauen weiter, was John Todd zu sagen hat. Nämlich, okay, ich glaube an die ewige Sicherheit. Ich glaube an alles, an das ich glaube aufgrund von Dingen, die ich erlebe. Ich kam zum Glauben an ewige Sicherheit durch eine sehr reale Angelegenheit, denn ich glaube an Dämonenbesessenheit und Dämonen im Leben von Christen und ich sah tausende Leute, die ursprünglich Christen waren und zur Hexerei übergingen und egal was sie taten, sie konnten nicht besessen werden. Ich glaube an ewige Sicherheit, aber ich glaube, dass wenn man wissentlich gegen den Heiligen Geist lästert, man verloren ist. Vor einiger, äh, vor einer gewissen Zeit, ich glaube es ist so in den etwa 70er oder 80er Jahren her, vielleicht sogar länger, ja das war es, vor der Jahrhundertwende, ja das sind etwa 70 oder 80 Jahre, entschieden die Illuminaten, dass nicht jeder irgendwann die Hexerei anbeten würde. Also lagerten sie vier der Hauptglaubensrichtungen aus der Hexerei aus. Spiritismus, der übernatürliches Heilenschuf und viele andere angebliche schöne Gaben, das ist alles eine Fälschung. Sie schufen eine Astrologiegemeinschaft, damals begann die Astrologie zu wachsen. Sie schufen Yoga und TM, also transzendale Meditation, was Astralprojektion bedeutet und sie schufen übernatürliche Fähigkeiten wie ESP, außersinnliche Wahrnehmung und so weiter und jemanden mit Gedanken zu kontrollieren. Sie nennen das Parapsychologie, Telekinese und so weiter, was dieselbe Sache ist, wie jemanden mit einem Zauber zu belegen. Und wir wissen ja, Zauberei ist laut Bibel verboten, darauf steht sogar die Todesstrafe und wir reden jetzt hier nicht von Kartenspieltricks oder so, sondern wirklich mit dämonischen Einflüssen. Das gibt es ja auch heute weit verbreitet. Also auf diese Weise geben sie dem wissenschaftlichen Namen, aber offensichtlich haben die Professoren der Duke University nie Apostelgeschichte 1616 gelesen, denn da steht, dass eine Person mit dieser Macht einen Dämon hat und dass sie diese Macht verliert, wenn der Dämon ausgetrieben wird. Das würde ihre Philosophie zum Fenster hinaus blasen. Jedenfalls ist das definitiv vom Teufel. Ja, es ist auf jeden Fall vom Teufel und deswegen, man macht ja daraus auch ein Geschäft, das lesen wir auch im Neuen Testament, dass einige, wenn sie dann die Dämon ausgetrieben haben, dann haben sie natürlich nicht mehr diese übernatürlichen Fähigkeiten, die sie haben, wenn dann diese unreinen Geister Besitz von ihnen nehmen. Deswegen zittern natürlich die Dämonen, wenn sie ausgetrieben werden, weil ohne Körper können sie sich nicht mitteilen oder sind praktisch zwar zwischen zwei Welten irgendwie. Auf jeden Fall werden sie am Ende des Tages im Feuersee landen. Wo wir landen werden, ist jetzt in der katholischen Kirche und auch da hat John Todd etwas zu sagen, auch im Zusammenhang mit der charismatischen Bewegung. Denn er sagt weiter, eine Frage von einem aus dem Publikum, ist Papst Paul und die katholische Kirche in die Illuminaten verwickelt? Ich bin katholisch. Übrigens, ich war früher katholisch. John Todd sagt, warum stellst du mir eine Frage, zu der dir die Antwort nicht gefallen wird? Ja, ist er. Wie eine Person es ausgedrückt hat, ich muss seinen Namen verschweigen, damit er am Leben bleiben kann. Er war ein sehr großer Katholik. Es wird sehr beängstigend, wenn man darüber nachdenkt, dass der Papst eine Kirche führt und Befehle von Leuten in London und anderen Orten in Brüssel annimmt, die nicht einmal Katholiken sind und im Okkultismus drin hängen. Und ein paar Dinge über Papst Paul. Ich erwarte, dass er nicht mehr sehr lange lebt. Ich erwarte wirklich, dass ihn der katholische Kardinal ersetzt, der die charismatische Bewegung leitet. Sie haben ihn bereits als nächsten Papst angekündigt. Er hat jedenfalls gegen Papst Paul um zwei Stimmen verloren. Ich glaube, hier ist sogar die Rede von Papst Paul I. nicht, von Papst Johannes Paul II. Aber die Sache hier ist, dass Papst Paul der Mann ist, der der katholischen Kirche sagte, und wenn ihr das nicht gehört habt, dann ist es trotzdem so, dass es in Ordnung sei, weiße Hexerei zu praktizieren und es katholischer Lehre nicht zuwider liefe. Oh, dem kann ich zustimmen. Es läuft katholischer Lehre nicht zuwider. Ja, er gehört zu den Illuminaten, der gesamte Kardinalkongress ebenso. Ja, und das kennen wir auch in, sagen wir mal, Science-Fiction-Filmen wie Star Wars. Da gibt es ja auch die dunkle Seite der Macht, die helle Seite der Macht. Genauso gibt es auch weiße Magie und schwarze Magie. Aber alles ist dämonischen Einfluss, ist Okkultismus, Esoterik oder wie man es auch immer nennen will. Es gibt keine helle Seite des Okkultismus und es gibt auch keine schöne Magie. Es gibt auch keine netten Dämonen. Höchstens wenn sie sich verstellen, was sie auch tun. Laut Bibel genauso wie Satan der Teufel, Luzifer, die Schlange der große Drache. Schauen wir mal weiter, was John Todd noch zu sagen hat. Nämlich die Illuminaten und selbst die Bundesregierung innerhalb der Vereinigten Staaten wissen, wo jeder Rückzugsort ist. Aber ihr werdet euch keine Gedanken darüber machen müssen, dass die Regierung oder die Illuminaten per se versuchen zu kommen und euch zu holen. Sie werden sehr damit beschäftigt sein, ihre eigenen Kämpfe in den Städten zu kämpfen. Aber es wird Plünderungen geben. Das ist der Grund für einen Rückzugsort. Das ist der einzige Grund für einen Rückzugsort. Die Welt wird durchdrehen, bevor Jesus kommt und ihr werdet zu dieser Zeit nicht in der Lage sein, in der Stadt zu überleben. Denn die Dämonen in den Plünderern werden die Leute zu euren Türen dirigieren, bevor sie sonst irgendwo hinschicken. Nun Hexen, Morden und die zwei Hauptgründe, warum ich am Leben bin, sind, dass Gott mich mit seinen Warnungen am Leben hält und meine Bereitschaft und sie können euch nichts antun, wenn ihr vorbereitet seid. Und genau das müssen auch wir sein. Auch Jesus sagte, wacht und betet. Und er sagte ja auch, dass nicht mal die Engel, nicht mal er weiß, wann der Sohn wiederkommt, sondern nur der Vater im Himmel. Und er kommt wie ein Dieb in der Nacht, heißt es. Und deswegen müssen wir wachen, damit wir nicht überrascht werden, wenn dann der Herr an der Tür klopft, wie bei dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen und uns dann die Tür versperrt wird, wie bei Noah, als Gott dann die Noah, die Arche Noah dann geschlossen hat, die Tür vor der Sintflut. Zum Schluss schauen wir nochmal, was die Heilige Schrift dazu zu sagen hat. Und da schauen wir mal angesichts nicht. Wir haben gesehen am Ende, John Todd wollte die Wahrheit ans Tageslicht bringen, auch wenn es am Ende sein Leben kosten würde. Ob es sein Leben am Ende gekostet hat, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wann er gestorben ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall heißt es auch im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1, Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn, Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird. Um seine Erscheinung und seines Reiches willen, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadele, ermahne mit aller Langmut und Belehrung, denn es wird eine Zeit kommen. Da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Nun die Feste, die Gebote, das Gesetz Gottes, die werden alle komplett als Wahrheit bezeichnet in der Bibel und Legenden sind nicht die Wahrheit und der Osterhase, der Weihnachtsmann, die heidnischen Feste, die Sonntagsheiligung, das sind heidnische Traditionen, die auf Legenden aus Babylon teilweise zurückgehen, nicht die Wahrheit. Und deswegen, wir sehen auch im Christentum, viele haben ihre Ohren vom Gesetz Gottes, vom Sabbat, den Festen Gottes, Speisegeboten und so weiter abgewandt und haben sich den Legenden zugewandt. Feste, die niemand in der Bibel gehalten hat, aber in Zukunft auch verboten sein wird und dann wird sie niemand mehr halten. Also schauen wir mal bezüglich des Malzeichens noch, was wir da vielleicht aus dem Alten Testament noch mitnehmen können. Wie gesagt, wir machen daraus ein separates Video über das Malzeichen in der Serie, das Buch der Offenbarung. Auch im Bibel-Crash-Kurs werden wir auch darauf eingehen. In Ezekiel 9, Vers 3 heißt es, Da hob sich die Herrlichkeit des Gottes Israels vor dem Cherub und, über dem sie gewesen war, hin zur Schwelle des Hauses. Und er rief dem Mann zu, der das leinende Gewand trug und das Schreibzeug an der Hüfte hatte. Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Ja, viele jammern und schreien, besonders in Endzeit, vor allem über die Gesetzlosigkeit, die Überhand nehmen wird, sagte Jesus. Und dann wird die Liebe in vielen erkalten. Aber diejenigen, die sich weigern, der Ungerechtigkeit tatenlos oder, sag ich mal, die sich daran beteiligen, an der Ungerechtigkeit der Endzeit, an der Gesetzlosigkeit der Endzeit, am Ende des Tages werden die Gläubigen auch ein Zeichen bekommen, an die Stirn. Ebenfalls wird das auch im Buch der Offenbarung beschrieben. In Kapitel 22, Abvers 3, da heißt es, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und auch das Mahlzeichen wird zum einen auf der Stirn, als auch auf der Hand sein. Und das ist auch etwas, was wir im Alten Testament wiederfinden. Da gibt es auch etwas, was wir auf der Stirn und in der Hand haben. Und wie das zusammenhängt mit dem System des Antichristen, warum man dann auch nicht mehr kaufen und verkaufen kann, und so weiter und so fort. Das Jahr ist noch jung, zumindest das heidnische Jahr 2020, und deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit, aber es werden noch dieses Jahr einige Sachen ans Licht gebracht werden, so Gott will, mit Gottes Hilfe. Und ja, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall nur das Beste, Gottes reichen Segen, und der achte Teil kommt zu Gott will bestimmt. Und bis dahin bleibt vor allem auch gesund, und möge der Herr euch segnen, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, und das war, ist und bleibt der Sohn des Allmächtigen Gottes, Jesus Christus. Amen. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Shalom und Gottes reichen Segen vor allem an alle Geschwister im Herrn. Willkommen zur achten Folge der Serie John Todd packt aus, demalge Illuminati, Satanist und Hexenmeister, berichtet über okkulte Phänomene, die Endzeit, über politische Verschwörungen und über gewisse Dinge, die man nur sich erklären kann, wenn man auch die Bibel ernst nimmt, weil viele Menschen glauben ja oder berichten auch von irgendwelchen dämonischen Ritualen vom Teufel, aber sie glauben selbst nicht an die Existenz des Teufels. Das tun wir Christen natürlich, denn wir kämpfen ja gegen geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen und nicht gegen Fleisch und Blut. Der Titel dieser Folge lautet Der Sohn des Teufels, die Kirche der Rothschilds, und wir haben ja schon in, ich glaube, der sechsten Folge einiges erklärt, was John Todd über die Rothschilds zu sagen hat, und darüber wollen wir noch ein bisschen berichten, also fangen wir weiter an zu lesen, was John Todd zu sagen hat. Er sagte, Nun lasst mich hier etwas sagen. Nur weil jemand sagt, dass er an Gott glaubt, großartig, das tun die Teufel auch. Sie wissen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Nein, die gesamte Bibel durch und durch, besonders 5. Mose 18, verbietet Spiritismus, Geisterbefragung und Befragung von Dämonen und Befragung eines Mediums und in Offenbarung steht, dass diese Leute ihr teilhaben sollen in dem Fuhl, der mit Feuer brennt und vor dem Blutbund wurde das durch zu Todesteinigen bestraft. Würde also heute das Gesetz Gottes angewendet werden, was diese Okkultisten und Satanisten betrifft, müsste man sie alle töten. Tatsächlich ist das einzige Mal, von dem ich je wusste, dass die wirkliche Person zurückkam und kommunizierte, und Mann, das ist der stolz der Hexen. Als Samuel wiederkam und mit Saul redete, und die Hexe war so überrascht, dass sich der echte Samuel zeigte, dass sie von dem Ort flüchtete. Nein, die spiritistische Kirche wird nur The Christian Spiritualist Church of America genannt. Sie glauben an Gott, aber ihre Lehre ist nicht das Wort Gottes. Sie glauben nicht an den Himmel, sie glauben nicht an die Hölle, sie glauben an Reinkarnation. Sie glauben nicht an den Teufel, sie glauben nicht an Dämonen. Ich meine, die sind durch und durch. Sie glauben nicht an Erlösung, Buße oder vom Neuen geboren zu sein. Nichts. Und das ist ja auch ein Thema, Reinkarnation, was auch heute viele in der Wahrheitsbewegung glauben. Gerade auch in der esoterischen Ecke, da gibt es ja viele, die reden dann über gewisse Verschwörungen, neue Weltordnung, kommen dann aber selbst mit der New Age Esoterik an, Reinkarnation, Chakren öffnen und diesen ganzen Blödsinn. Und ich war früher vor über 10 Jahren selbst Esoteriker und New Ager. Und daher weiß ich auch, dass das absoluter dämonischer Blödsinn ist, von dem wir die Finger lassen sollten. Und in der Tat, wie John Todd berichtet, viele Hexen, die glauben gar nicht an den Teufel, im Gegensatz zu wahren Satanisten. Die wissen natürlich, dass der Teufel existiert, dass es ihr Meister ist. Aber manche Hexen, die sind so, ja, ich würde mal sagen, so genauso blöd wie Bibi Blocksberg. Aber gut, kommen wir wieder zum Ernst der Sache zurück. Denn John Todd hat ja gesagt, sie glauben nicht an Erlösung, Buße oder vom Neuen geboren zu werden. Es gibt zwar bei Skull & Bones auch so Rituale, da wird man von Neuem geboren, wenn man sich in so einen Sarg legt. Auch in der Freien Maurerei gibt es so Rituale. Aber wir schauen uns mal an, was John Todd sagt. Von Neuem geboren werden, das bedeutet zwei Dinge, sagt er nämlich erstens, es ist die totale Veränderung deines Lebens. Wenn man keine veränderte Kreatur ist, ist man nicht von Neuem geboren. Und der einzige Weg, um eine veränderte Kreatur zu sein, ist durch Buße. Das bedeutet nicht, dass man perfekt ist und dass man nicht sündigen wird und dass man nicht fortwährende Vergebung benötigen wird. Das ist in der Heiligen Schrift für jeden, der etwas anderes glaubt. In der Tat, wir sind alle Sünder laut Bibel und auch wenn wir Christen sind und getauft sind und so weiter, gibt es Momente oder Dinge, wo wir nach wie vor sündigen. Allein Gedanken zu haben, die sündhaft sind, sind ja schon geistige Sünden. Deswegen brauchen wir immer Vergebung vom Herrn, Jesus Christus, den der Vater gesandt hat. Der zweite Punkt, den John Todd aufzählt, ist, die Frucht des Geistes wird in deinem Leben vorhanden sein, wenn man ein Jesus ist, Herr Christ ist. Seht ihr diese Christen, die ihn nur als Ritter kennen? Ich werde ihre Erlösung nicht abstreiten. Ich mag es ein wenig missbilligen. Ich kann nicht glauben, dass eine Person ein wiedergeborener Christ sein kann und nicht ganz Christus gehört, aber das wird scheinbar oft getan, aber ich glaube in der Tat, dass die Frucht des Geistes da sein wird, wo er der Herr deines Leibes ist oder deines Lebens ist. Nun, das passierte mir am 1. Mai. Entschuldigung, ich habe den 1. Mai heute Abend in meinem Hirn. Das passierte mir am Labor Day 1972 in St. Antonio, Texas. Nun, alle meine Probleme wurden in dieser Nacht gelöst und ich wurde von Neuem geboren und ich wurde verändert. Ja Gott, der Herr schickte ja seinen Sohn Jesus Christus auch, um vor allem uns einen Zugang zu ermöglichen zum Vater, zur Vergebung mit dem Vater, denn nur wenn Gott, der Vater, unsere Sünden vergibt, können wir auch Zutritt erlangen wieder ins Reich Gottes und wir haben nur Erlösung und Vergebung durch das Blut des Christus und davon sollten wir Gebrauch machen, wenn wir das ewige Leben haben wollen, denn weder Mohammed noch Buddha noch sonst irgendjemand kann das bewerkstelligen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Wir schauen weiter, was John Todd zu sagen hat. Okay, ich glaube fest an die Versprechen Gottes und deshalb glaube ich, dass ich es schaffen werde und Gott gab uns sehr strenggläubigen Seelsorgern etwas Einblick in die Endzeit. Wisst ihr, ich könnte in diesem Land ein sehr großer Geistlicher sein. Alles, was ich tun müsste, ist über drei Dinge die Klappe zu halten. Zum einen die charismatische Bewegung, die Freimauger und was in den letzten Tagen mit Christen passieren wird. Das kann ich nicht tun. Ich kann die zwei Gruppen nicht ungetastet lassen und die Leute darin nicht die Wahrheit hören lassen. Ich kann ganz ehrlich sein, ich kann ganz ehrlich gesagt nicht zu meinem Rückzugsort raufgehen, die Türen schließen und essend dort sitzen. Seht ihr, Rückzugsorte sind nicht per se zum Verstecken da. Die sind da, damit man mit der Familie hingeht und man kann wieder zur Seelsorge rausgehen und hat einen sicheren Ort, an den man kommen kann. Ich plane nicht, mich in diesen Tagen zu verstecken. Ich muss vielleicht eine Bibel und eine Handfeuerwaffe zugleich tragen. Wenn ich darüber nachdenke, das tue ich sowieso. Aber ich plane im Voraus, die Seelsorge weiterzuführen, deshalb enthalten, die meisten Rückzugsorte Druck erpressen. Aber ich kann euch das sagen, dass ich diese Tage überleben werde und ich werde nicht an einem Rückzugsort dort oben sitzen und mich wegen irgendjemanden sonst da draußen schuldig fühlen, denn ich stelle sicher, dass sie an jedem Ort, dem ich begegne, darüber Bescheid wissen, sonst gehe ich nicht dorthin. Und viele Ex-Satanisten, Ex-Esoteriker, Ex-Hochgrad-Freimaurer, die leben natürlich gefährlich, denn wenn die ausplaudern, was in diesen okkulten Kreisen alles geschehen ist und geschieht und noch geschehen wird und was sie für ein Glaubensbild haben, ja, das würde einige Menschen wirklich schockieren. Aber wir wissen auch im Neuen Testament heißt es ja, dass der Herr selbst das Finstere ans Licht bringen wird und auch die finsteren Werke offenbaren wird. Und auch wir sollen das laut dem Epheserbrief tun, da heißt es ja dann auch, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie auf. Jetzt sagen einige Christen ja, du mit deinen Freimaurer-Videos und Dingsbums und da, mach doch nur Jesus. Es geht immer um Jesus. Wenn ich an Videos mache über die Alien-Apokalypse, kommt am Ende der Serie, ihr könnt glauben an Aliens an, was ihr wollt, nur Jesus rettet euch. Wenn ich ein Video mache über die Illuminaten, was ja nun mal viel angeklickt wird, dann sage ich am Ende, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber der Herrscher, der Fürst, der Illuminaten ist Satan. Und wenn ihr nicht an Satan glaubt, dann hat er euch schon verführt. Und am Ende ist es immer dieselbe Botschaft, auch in den Endzeit-News. Ihr kommt an Jesus nicht vorbei, wenn ihr meine Videos anschaut. Ich bin nicht da, um Videos nur über die Illuminaten zu machen und dann lasse ich euch damit alleine. Ich bin da meine Aufgabe, um euch eine Alternative zu euren merkwürdigen Denkmustern zu geben, zu bieten, und das meine ich jetzt an die Nichtchristen, nämlich an den Gott der Bibel zu glauben, die Eins gerettet, die ihr, die wir, haben. Wir schauen weiter. John Todd, jetzt wird's interessant für alle Herr-der-Ringe-Fans. John Todd sagte oder wurde gefragt, hast du den Eindruck, dass J.R.R. Tolkien, der Autor von Der kleine Hobbit und anderen Serien, irgendwelche seiner Bücher auf Basis von Hexerei geschrieben hat? John Todd sagt, jedes von J.R.R. Tolkien geschriebene Buch, das Silmarillion, eingeschlossen, das gerade von Christopher fertiggestellt wurde, und ihr findet Christophers Namen auf diesem Handout. Wurde nicht von ihm geschrieben. Bis Tolkien jene geschrieben hatte, waren diese in der Hexerei verwendeten Dinge, wie du es ausdrückst, für die Hexerei geheim, und Tolkien war gemeinsam mit einem anderen Herren, den ich in einem Moment erwähnen werde, Mitglied. Beide waren angeblich bekennende von neuem geborene Christen, aber beide waren Mitglied des Golden Dawn. Das ist die private Kirche der Rothschilds in London. Jetzt wissen wir also auch, was ist die Kirche der Rothschilds, wenn es nach John Todd geht, er kennt ja die Rothschilds. Er sagt, dass das Golden Dawn, diese Hexenzirkel, das ist die private Kirche der Rothschilds. Das ist der älteste Hexenzirkel der Welt. Und er erhielt die Erlaubnis, sowohl vom Rat, als auch von den Rothschilds persönlich, Dinge aus dem Buch der Schatten, der Wicca-Bibel, zu nehmen und sie in Büchern abzudrucken. Das heißt, diese ganzen Herr-der-Ringe-Dinge, da sind auch Hexereien dabei, also Kulte-Dinge, wie bei Star Wars natürlich auch, da muss man sich nur den Yoda anschauen, der hat seinen Ursprung bei John Dee, ein Okkultist der Königin von England damals, ähm, weiter sagt John Todd, ihr mögt glauben, dass der kleine Hobbit und die Bücher der Trilogie wie Herr der Ringe und die zwei Türme und so weiter und dass es Silmarillion Märchen sind, aber Verhexen sind das das Evangelium. Hexen zufolge haben diese Dinge wirklich stattgefunden. Falls ihr die bei euch zu Hause habt, ihr würdet keine Satanisten-Bibel besitzen, zumindest hoffe ich, dass ihr das nicht würdet. Ich bete für euch, falls ihr würdet, und ihr würdet keine Wicca-Bibel besitzen, warum würdet ihr Teile der Wicca-Bibel besitzen? Es macht natürlich auch nur Sinn, wenn man an diese Dinge glaubt und Hexen, Okkultisten und wie sie alle heißen, glauben das alles. Heute, dieser ganze Okkultismus und die Hexerei, das wird heute mit der esoterischen New-Age-Lehre kombiniert. Du brauchst keinen Gott, du bist ein eigener Gott. Bisschen Chakra, dann bist du erleuchtet. Was brauchst du da denn? Jesus und so weiter. Luzifer ist doch auch leuchtend, ein Lichtengel, der Lichtträger. Komm doch lieber zu ihm. Und so lassen sich die Menschen verführen, weil sie die Liebe zur Wahrheit verloren haben, laut Neuem Testament. Und deswegen nehmen sie natürlich die Liebe zur Lüge an. Und wir wissen, wer der Vater der Lüge ist. Der Vater der Lügen ist Satan, der Teufel, der sich versteht als Engel des Lichts, so wie seine Diener. Weiter sagt schon Todd, nun, ihr könntet, macht das nicht, aber ihr könntet in okkulte Buchläden gehen und ihr könntet viele Bücher in die Hand nehmen, die herausnehmen, nachdem der kleine Hobbit herausgekommen war, auf denen das Wicker-Alphabet die Runen zu finden ist. Aber der kleine Hobbit brachte sie als erstes heraus und bis dahin waren sie bei Todesstrafe geheim zu halten und niemand hätte sie schreiben können, der nicht in der Hexerei war. Nun, es gibt einen christlichen Autor, dessen Bücher ich in jedem christlichen Buchladen verkauft, in jedem christlichen Buchladen verkauft werden, deshalb mag ich keine christlichen Buchläden, der behauptete, dass Tolkien ihn für den Herrn gewonnen hat. Er vermied zu sagen, welcher Herr. Und seine Bücher muss man lesen, bevor man einen Hexenzirkel beitreten kann. Man muss sie studieren. Sein Name war C.S. Lewis und er betet darüber. Aber die sollten in der Zwischenzeit in die Feuerstellen kommen und ich will aus seinem Buch von Lewis zitieren. Der Pfad zu Gott ist wie eine Halle mit vielen Türen. Sie alle führen zu Gott. Nie im Leben, sagt dann John Todd. Jesus sagt, dass jeder, der anders kommt, als durch ihn ein Dieb und ein Räuber ist. Sollte ein Christ sich auf irgendeine Weise physisch auf die bevorstehende Übernahme vorbereiten, wird dann John Todd gefragt. Wenn ich für solche Fragen Lob aussprechen würde, weiß ich nicht, ob wir so viele bekommen würden. Ich sagte euch bereits, ja, wenn ihr es nicht tut, seid ihr diejenigen, die eure Ehefrauen oder euren Ehemann oder eure Kinder ansehen und sagen, tut mir leid, ich kann sie nicht davon abhalten, ins Haus zu kommen. Was sollten fundamentale Christen im Lichte der Dinge, die wir gelernt haben, tun? Betet viel, lest viel vom Wort Gottes, gewinnt so viele Seelen, wie ihr könnt, bevor ihr dafür ins Gefängnis kommt und bereitet euch auf die Endzeit vor. Das sagte er vor knapp, ja, über 40 Jahren und da hat die Endzeit natürlich noch nicht so Auswirkungen gehabt wie heute. Es gab zwar damals schon Israel und Jerusalem, aber heute nach 70 Jahren der Feier Israels sind die Dinge natürlich anders, auch im Hinblick auf Daniel 8 und den kommenden Krieg im Iran. Wir machen trotzdem jetzt weiter mit John Todd und dem Sohn des Teufels. Er sagte nämlich, oder wurde gefragt, wer ist der Sohn des Satans und wer ist er namentlich? John Todd sagt, tja, du hast Sohn des Satans. Nun, sie nennen ihn nicht Sohn des Satans, sie nennen ihn Sohn des Luzifer. Sie nennen ihn Adam und er ist eine Person, die eine Schwester hat, die eine Hexe ist, einen biertrinkenden Bruder hat und sagt, dass er von Neuem geboren ist, er hat aber nur die Frucht des Teufels. Ich glaube, das wird reichen. Seht ihr, ich bin nicht wie ein Haufen Christen, aber ich musste sie seit vier Jahren ertragen, wie sie mir sagten, dass Henry Kissinger der Antichrist sein würde. Und das kennen wir heute auch von einigen Christen wie The Vision. Er glaubt, Obama ist der Antichrist und würde noch eine dritte Amtszeit bekommen, was laut amerikanischer Verfassung gar nicht möglich ist. Also immer zu jeder Jahreszeit ist der amerikanische Präsident der Antichrist. Aber weder Henry Kissinger ist der Antichrist natürlich noch Barack Obama. Der Antichrist ist ein Fürst Israels und kein amerikanischer Präsident. Ich sage dir Dinge, die ich sage, weil ich seinen Namen in einem von Philipp Rothschild geschriebenen Brief sah, in dem stand, dass alles, was die Illuminaten innerhalb der nächsten acht Jahre tun werden, würden, wäre, den Mann des Friedens, und der Name wurde genannt, und dann als Adam, der Sohn des Lucifer gelistet, dazu zu bringen, Frieden in die Welt zu bringen. Also sie unterstützen ihn völlig, ihr wisst schon. Der Erdnussbauer. Ich will diese Frage ein wenig umstellen. Da steht, Hing der Anschlag auf John Kennedy damit zusammen? Wurde er gefragt. Nun, John Kennedy wurde getötet, weil er Christ wurde. Wir haben letzten Abend darüber gesprochen, und das haben wir auch in einer anderen Folge John Chodpakt aus bereits berichtet. Dann schreibt er weiter, oder sagt weiter, Gehören die Christen, die die Karte annehmen, dem 666, also das Mahlzeichen geht es wahrscheinlich darum, In der Bibel steht, Die Gebote Gottes soll auf unserer Hand sein und über unserer Stirn. Das bedeutet, wir sollen denken nach den Geboten Gottes und so handeln, wie es die Gebote Gottes vorsehen. Und Mann, ihr werdet es dort annehmen. Denn wenn ihr nicht mit dem Herrn seid, wenn das kommt. Übrigens, die Karte ist die Form, wie sie es auszugeben planen. Natürlich planten sie vor mehreren Jahren, eine Weltwährung auszugeben. Und ich bitte euch, sich die heutige Lage mal anzuschauen. Mit der Corona-Krise, da soll ja jetzt auch die Weltwährung sein. Am besten alle Papierscheine und so weiter abzuschaffen, vielleicht erst mal Kartensystem nur zu haben und dann Papiergeld loszuzahlen, vielleicht mit einem Chip und so weiter und so fort. Und deswegen, wenn vor 40 Jahren schon die Weltwährung ein Thema war, dann sehen wir heute die Erfüllung der Pläne der Okkultisten von damals. Zum Schluss sagte, dann John Todd noch, oder wurde er gefragt, Hast du ein Zeitlimit für die Zeit des Antichristen? Wann wird er kommen? John Todd sagt, Ich sage einfach, wie ich letzten Abend gesagt habe, die Illuminaten glauben, dass sie am Ende des Jahres, dass das Wassermann-Zeitalter startet, die Welt erlangen werden. Nun, wenn da irgendwie das Wassermann-Alter jetzt begonnen hat, habe ich nur nichts davon mitbekommen. Viele Esoteriker, Okkultisten und New-Ager glaubten ja auch 2012 wird das geschehen, das Wassermann-Zeitalter. Ist es gekommen? Nein. Und ihr glaubt immer noch an diesen esoterischen Blödsinn. Wenn ihr schon seht, was bei nur wie so bei allem Respekt, alles für esoterischer Blödsinn, gelehrt wird, das ist schon ein verhabenloster Satanismus teilweise. Das ist 1980. Achtung, selbiges wird heutzutage für 2012 propagiert. Genau, das sagte der Übersetzer hier auch noch. Sie glauben, dass gemäß einem Acht-Jahres-Plan, den ich gesehen habe, ich habe bisher noch nichts gesehen, was bei dem Plan fehlgeschlagen wäre. Nun, sollte etwas schief laufen, falls dieses Land beginnt Gott zu dienen. Ich bin sicher, denn die Illuminaten glauben, dass der einzige Weg, um die Kontrolle über die Welt zu erlangen, durch Amerika ist. Nicht durch Russland. Für euch kommunistischen Hunde, sondern durch Amerika. Ich muss jetzt lachen, weil damals gab es natürlich noch die UdSSR, die Sowjetunion, dann war das, war natürlich ein anderes Russland, als das heutige Russland. Das ist ganz klar. Deswegen dieser Ausdruck, den würde ich mir nicht anmaßen, so über Russland zu reden. Ich liebe Russland und möge da die Beziehung zwischen Russland und Deutschland auch besser werden, auch zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. Aber es liegt ja nur an Deutschland. Wir haben ja leider diese dumme Regierung und nicht die Russen oder die Amerikaner. Wenn jetzt Amerika errettet wird, dann verlieren sie es natürlich nicht. Aber andererseits braucht man dazu zuerst eine Massenerweckung durch die Christen. Und ich glaube nicht, dass Gotteskinder jemals lange genug erwachsen, werden, um eine Seuche zu haben. Ja, John Todd war jetzt nicht gerade sehr optimistisch, was eine christliche Erweckung angeht. Höchstens eine okkulte Erweckung im Christentum. Davon hat er ja auch berichtet, die okkulte Infiltrierung des Christentums. Ich glaube dennoch, laut dem Buch Daniel nimmt die Erkenntnis der Bibel auch in der Endzeit zu. Da werden viele Geheimnisse gelüftet, die davor für Jahrhunderte verschlüsselt waren. Wir wissen ja, die sieben Siegel werden ja dann auch geöffnet und so weiter. Das heißt, die Erkenntnis wird zunehmen, die Menschen werden mehr Bibelkenntnisse haben, wollen mehr Menschen erwecken, aber die Welt der draußen wird immer schlimmer und am Ende werden wir genauso verfolgt wie die Juden im Zweiten Weltkrieg. Nun, das sind keine schöne Aussichten, das ist mir schon bewusst, aber wir wissen, am Ende des Tages gibt es ein Licht am Ende des Tunnels und das heißt Jesus Christus und das neue Jerusalem. Wir schauen diesbezüglich wie immer auch noch mal in die Heilige Schrift hinein, wenn es um den Sohn des Teufels geht. Denn wir lesen in Apostelgeschichte 13 Abvers 6 folgendes Ereignis. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus, also er nannte sich auch Jesus, um den Namen Jesus in den Dreck zu ziehen oder sich als falschen Jesus zu präsentieren, auch eine Art Antichrist. Der Zauberer leistete ihnen Widerstand und suchte den Stadthalter vom Glauben abzuhalten, was die Okkultisten auch wollen. Sie geben uns eine Alternative zum Christentum, nämlich ihren esoterisch-okkulten Müll, den sie auch in Büchern verkaufen. Am besten verbrennen, das ist das Beste, was man mit solchen Sachen machen kann. Saulus aber, da auch Paulus heißt voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, den geraden Weg der Cern zu verkehren? Und nun siehe, die Hand der Cern komme über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein. Ja, und das wird schon was heißen, wenn hier über Paulus heißt, er war voll Heiligen Geistes. Denken wir dran, auch Stephanus war voll Heiligen Geistes, als er Jesus zu Rechen Gottes des Vaters im Himmel gesehen hat. Und auch der Sohn des Teufels ist voller List und Bosheit, genau wie sein geistiger Vater. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 24, es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun. und wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Sie werden nicht nur Zeichen und Wunder tun, sondern große Zeichen und Wunder. Himmel auf die Erde als Beispiel, das konnte er leer und das wird auch die okulten Propheten des Antichristen tun, beziehungsweise des Teufels. Und hier sagt ja auch Jesus schon, falsche Christusse. Es gibt viele Antichristen, viele falsche Propheten in die Welt, sind sie gegangen. Damals schon waren sie in der Welt, der Geist des Antichristen. Aber der letzte Antichrist, der wird sich in Jerusalem in den Tempel Gottes setzen, als Gott ausgeben und praktisch versuchen, Jesus nachzuahmen. Aber dann kommt der wahre Christus und wird den Antichristen beseitigen. Außerdem heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 3, und wir sind darauf auch in einem der letzten Livestreams bereits eingegangen. Jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Und was ist der Geist des Antichristen? Er glaubt nicht, dass Christus Jesus im Fleisch gekommen ist. Und da schauen wir uns eine andere Stelle an von Johannes, der auch im 1. Kapitel des Johannes-Evangeliums geschrieben hat. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, nämlich Jesus. Er war am Anfang bei Gott, dem Vater. Das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also, dass Jesus Fleisch wurde, bedeutet, Jesus war am Anfang bei Gott, war Geist, aber Jesus, das Geistwesen, das Gottwesen, Geist, Jesus wurde Fleisch. Das heißt, Gott ist kein Mensch, aber Gott wurde Mensch in Jesus Christus, um für die Menschen zu sterben. Und wer nicht bekennt, dass Jesus schon lebte, bevor er als Mensch vor 2000 Jahren von Maria geboren wurde, der bekennt nicht den wahren Christus, der im Fleisch gekommen ist und davor Geist war und jetzt wieder als Geistwesen zu Rechen des Vaters sitzt. Wenn ihr glaubt, Jesus hat nicht existiert, außer erst, als er vor 2000 Jahren geboren wurde, wenn ihr die Präexistenz des Messias ablehnt, die Göttlichkeit, den Sohn Gottes, warum wird er denn als Sohn Gottes bezeichnet und als Menschensohn? Weil er beides ist, der ewige, lebendige Sohn des Allmächtigen Gottes und der Menschensohn, der Mensch geworden ist, aber jetzt wieder zum Gottessohn wurde. Deswegen lasst euch nicht täuschen und verführen, es gibt viele Christen da draußen, die nicht bekennen, dass Christus im Fleisch gekommen ist, die nicht bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und die nicht bekennen, dass er schon lebte, ehe Abraham war, wie Jesus sagte. Diese Leute lesen sie die Bibel, aber sie verstehen sie trotzdem nicht, wie Jesus sagte. Sie haben Augen und sehen nicht, Ohren und hören nichts. Ja, und man könnte noch, wenn man gemeines sagen, ein Hirn, das nur als Dekoration für einige im Hirn im Kopf zu sein scheint. Und man muss in der Endzeit auch manchmal hart reden, denn beim Respekt, allein bei der 5. oder 6. Personne wird ein Drittel der ganzen Menschheit vernichtet, laut dem Buch der Offenbarung. Da kann man hier keinen Kaffeeklatsch machen und die ganze Zeit nur von Liebesgesürze reden. Och ja, Liebe, Liebe, Liebe. Die Zeit wird kommen, auch vor allem im Königreich des Herrn. Dann brauchen wir nicht mehr über die Endzeit zu reden, brauchen wir keine Antichrist-Prophezeiung aufstellen oder sonst was, denn im Königreich des Herrn ist alles dann vorbei, vor allem natürlich auf der neuen Himmel und auf der neuen Erde. Aber jetzt so kurz, bevor die Apokalypse anfängt, da müssen wir die Menschen wachrütteln und das können wir nicht, wenn wir aus Jesus ein Teddybär machen, denn Jesus kommt, um zu kämpfen und nicht mehr, um zu sterben. Von daher, dazu werden wir uns noch weiter anschauen. Es wird auf jeden Fall mindestens noch zwei Teile dieser Serie geben von John Todd Park aus, dem Ex-Elluminati. Das war die achte Folge Der Sohn des Teufels und die Kirche der Rothschilds. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid, denn eins ist auf jeden Fall sicher in dieser finsteren Zeit, in der wir heute leben. Die Wahrheit kommt ans Tageslicht und niemand wird sie aufhalten, denn die Wahrheit war, ist und bleibt der allmächtige, auferstandene Sohn des allmächtigen Vaters, Jesus Christus, der Herr der Herren und der König der Könige. Gott segne euch in seinem Namen. Amen. Schalom und gottesreichen Segen Im Namen des Herrn Jesus Christus Willkommen zur neunten Folge der Serie Ex-Illuminati John Todd Parkt aus und wir nähern uns so langsam aber sicher dem Ende dieser Serie. Es kann sein, dass der zehnte Teil bereits der letzte Teil sein wird und da beschäftigen wir uns unter anderem auch mit dem Zeugnis von John Todd, wie er zum Christentum gekommen ist und was er davor erlebt hat und so weiter und so fort. Damit wollen wir heute schon beginnen und im nächsten Teil diese Reise dann auch fortsetzen und eventuell beenden. Und bevor wir mit John Todd anfangen, was er zu sagen hat, kleine Info am Rande. Wenn ihr möchtet, ich habe ja hier diese Textdatei, das sind, ich scroll mal nach oben, damit ihr das besser sehen könnt. Falls es zehn Teile werden sollten, dann seht ihr hier in dieser Textdatei die ganzen Überschriften, welche Themen bei welchem Teil behandelt wurden und am Ende jedes Teils gibt es ja Bibelferse, die gibt es hier nochmal kompakt zusammen und dann natürlich der Text von John Todd, den ich immer vorlese. Eins bis zehn, ich glaube, das dürfen so 20, naja, 25 bis 30 Seiten insgesamt sein beziehungsweise werden und wenn ihr diesen Text gerne mal lesen möchtet, falls ihr nicht alles so mitbekommen habt, vielleicht ist es leichter zu lesen anstatt zuzuhören, das ist bei der Bibel ja auch so, nicht wahr? Dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben unter marcus2012rthotmail.de Markus mit C wie Cäsar, beziehungsweise Cäsar ist jetzt kein gutes Vorbild, sagen wir mal C wie Christ, das passt doch schon besser, dann schicke ich euch das gerne zu, die Datei, die Textdatei, natürlich kostenlos, einfach nur eine E-Mail schreiben. Dann fangen wir mal an mit dem heutigen Thema Wölfe im Schafspelz, der Vorhof zur Hölle und was John Todd zu berichten hat. Er sagte, wenn eine Organisation gut und christlich ist, warum muss sie dann geheim sein? Warum muss sie nicht nur gegenüber Außenstehenden geheim sein, sondern zwischen den Ebenen ihrer eigenen Mitglieder geheim sein, die nicht wissen dürfen, was die anderen Mitglieder auf höheren Ebenen tun? Wie es ja bei den Freimaurern bis zu den 33. Gerade der Fall ist. Die unteren Gerade wissen ja auch nicht, was die Hochgrad-Freimaurerei alles um Schilde führt. Nun, ich habe letzten Abend hier drin aus den höchsten freimaurerischen Büchern vorgelesen, die Jesus Christus als Gott des Bösen verkünden und Lucifer als Gott des Guten und sie tun die freimaurerische Religion als luziferische Lehre kund und aus der eigenen Feder von Freimaurern in ihren eigenen Büchern, die verkünden, dass man, um ein Freimaurer des 33. Grades zu sein, kein Ehrengrad, sondern der 33. Initiantengrad Menschenopfer darbringen muss. Nun, das ist was die Schreiner und der Eastern Star und Jobs' Daughter und alle anderen machen. Ich zeigte letzten Abend Symbole. Man kann nach Frisco gehen, man kann in irgendeine Kirche gehen, die eine funktionierende satanische Kirche ist und das Emblem der satanischen Kirche ist da hinten in Form des gebrochenen Kreuzes vorhanden. Das sehen wir auch bei diesem Peace-Zeichen, das ist ja auch ein gebrochenes Kreuz. Ein umgedrehter Stern mit zwei Zacken nach oben, was den gehörenden Gott oder Ziegenkopf oder Satan symbolisiert. Das Barfumir-Zeichen kennen wir auch. Das wurde kreiert, bevor die Freimaurer überhaupt existierten und das ist ihr Emblem. Ihre Initiationsrituale sind mit jenen identisch, die ich in der Hexerei praktiziert habe. Ihre geheimen zeremoniellen Rituale, die wir in Büchern gesehen haben, sind identisch mit jenen, die ich in der Hexerei praktiziert habe. Nun, wenn man dieselben Dinge tut, die eine Hexe tut, wenn man dieselben Dinge sagt, die eine Hexe sagt und wenn man dieselben Embleme hat, die eine Hexe trägt, sagt mir, was ist der Unterschied? Zeigt mir einen Unterschied. Wir sehen also zwischen der Lehre, den Ritualen und den Symbolen der Hexerei und der Hochgrad Freimaurerei gibt es laut John Todd, der ja ein Eingeweihter war, keinen großen Unterschied. Deswegen, wir die oberen Hochgrad Freimaurer Logen natürlich besonders prätisieren, nicht die unteren, denn sie wissen nicht, was sie da tun und wem sie folgen am Ende. So sagt John Todd weiter, Du magst heute Abend aus Neugierde gekommen sein. Lass Gott zu deinem Herzen sprechen. Wenn du ihn annimmst, wird sich dein ganzes Leben, dein ganzes Herz verändern. In der Bibel steht, wenn Christus wiederkehrt, wird es sein, wie in den Tagen Noas und wie in den Tagen Lots. Zu Noas Zeit war das Tor der Arche geöffnet. Noah verbreitete die Nachricht kommt. Wer auch immer dieser Tage auf der Welt lebte, konnte in die Arche kommen und errettet werden. Heute Abend gilt dasselbe. Der gekreuzigte Christus, er starb an deiner Stelle, der mit seinem eigenen kostbaren Blut für deine Sünden bezahlt hat, steht mit offenen Armen da und sagt uns, Kommt her zu mir, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Derselbe Christus sagt, ich werde euch nicht von mir weisen. Gott hat es versprochen, ich werde euch nicht von mir weisen. Es ist für Gott wichtig, es ist für Gott nicht wichtig, was du getan hast. Er wird die Vergangenheit vergeben. Er sagte, ich werde euch nicht von mir weisen, aber für diejenigen, die ihn ablehnten, steht in der Bibel, eines Tages wird er ihnen bezeugen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Nun, das Wort Übeltäter ist ein bisschen schlecht übersetzt. In der Schlachter 2000 ist es ein bisschen besser. Da heißt es nämlich, Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 23, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und was ist ein Gesetzloser? Jemand, der kein Gesetz hat, jemand, der sagt, das Gesetz Gottes ist abgeschafft und deswegen könnten wir sogar Okkultismus betreiben, weil das ist ja laut Gottes Gesetz verboten. Also man sucht sich Gebote des Gesetzes raus, die noch gelten, du sollst nicht morden, da stimmen die Christen überein. Wenn es um das vierte Gebot geht, den Sabbat zu halten, da kommen wir dann wieder Richtung Kaiser Konstantin. Da wollen lieber die Christen dem Kaiser Konstantin folgen und den Sonntag heiligen. Ebenso natürlich auch feiert man heidnische Feste, Ostereier, Weihnachtsmänner, statt die Feste Gottes zu feiern, die Jesus gefeiert hat. Aber das ist natürlich ein Thema für sich. Und deswegen sollten wir gewarnt sein, dass wir nicht zu den Gesetzlosen zählen, zu denen Jesus sagt, weicht von mir, ich hab euch nie gekannt, weil ihr habt ja nie meine Gebote gehalten und Glaube ohne Werk ist ja tot. Bevor ich meinen Zeugnisbericht beginne, sagte John Todd, möchte ich ganz schnell etwas sagen. Die meisten Leute haben eine Art flüchtige Ahnung davon, was die okkulte Welt ist und sie begreifen das Wesentliche dabei überhaupt nicht. Es ist nicht nur etwas, wo Hexen zusammenkommen und wo wirkliche Kreaturen, genannt Hexen oder was auch immer, unterwegs sind. Es ist kein Ort, an dem Leute zusammenkommen und Seancen abhalten und Tische rücken und so weiter. Die okkulte Welt ist eine sehr politische und finanzwirtschaftliche Welt, denn einige der einflussreichsten Leute auf der Welt glauben heutzutage, dass Lucifer Gott und die einzige Antwort auf die Probleme der Welt ist und sie vertrauen den Leuten in der Hexerei so weit, dass sie sie als ihre Geistlichen betrachten und sie selbst sind nur Kirchenmitglieder. Ich werde heute über eine Organisation namens Illuminaten sprechen und ich werde diese Organisation nicht komplett abhandeln können. Viele Leute in den ganzen Vereinigten Staaten hatten einmal während verschiedener Lebensphasen näher mit den Illuminaten zu tun. Mein Pastor Dr. Rasmussen entdeckte sie erstmals, als er sich mit Freimaurerlogen beschäftigte. Andere Leute entdeckten sie in Form der katholischen Kirche und in der okkulten Welt und in der politischen Welt und dem internationalen Bankensystem und in vielen anderen Arten von Verschwörungen, die existieren. Heute wird man ja als Verschwörungstheoretiker gebranntmarkt, wenn man darüber spricht, aber John Todd weiß, wovon er gesprochen hat. Und als sie das entdeckten, ohne mehr darüber zu wissen, dachten sie, das sei genau das, was die Illuminaten sind. Und sie liefen los, um ein Buch über die Illuminaten zu schreiben, in dem sie schreiben, dass es sich genau darum handelt. Als ich aus der Hexerei herauskam, hatte ich genug mit den Illuminaten zu tun gehabt, um zu wissen, dass die Hexerei nicht die gesamten Illuminaten ausmacht. Hexerei und die satanische Kirche und die spiritistische Kirche und andere Dinge, wenn man sie auf höhere Ebenen zusammenfügt, auf niedrigere Ebenen, sind sie alle in der Gegend verstreut, darin gleichen sie sehr der christlichen Kirche. Sie streiten immer untereinander. Das kennen wir heute auch im Christentum. Oh, der hat den Sabbat, das ist ja ein irrelehrer, oh, der glaubt nicht an die Trinität, so wie ich sie glaubt, der kommt in die Hölle. Also, wir Christen gegenseitig schicken sich in die Hölle, das sollen wir nicht machen, aber gut, in der Endzeit haben wir auch nichts anderes erwartet. John Todd sagt, aber auf höheren Ebenen sind sie eins und die Geistlichen, die auf den höheren Ebenen sind, wie die, sind wie der Pastor hier. Er ist der Pastor und ihr seid die Versammlung. Ihr solltet Christen sein, die meisten von euch sind das auch, aber ihr seid auch Mechaniker, Bauarbeiter, Büroangestellte, Geschäftsleute und so weiter. Tja, in den Illuminaten ist es genauso. Sie sind Banker, sie sind Politiker, sie sind Geistliche und so weiter. Doch deren Geistliche sind die Leute in höheren Ebenen der Hexerei und ich wurde in eine Familie geboren, die bei der Schaffung der Illuminaten half, die Collins Familie. Denn John Todd heißt eigentlich nicht wirklich John Todd, sondern John Collins und er sagt, sie wurden über 100 Jahre, bevor die Illuminaten per se zu den Illuminaten wurden, auserwählt. Sie brachten die Hexerei in die Vereinigten Staaten. Viele der Leute, die sie auswählten, um ihre Geistlichen zu sein, sind sehr berühmt in der frühen Geschichte der amerikanischen Revolution. Ja, und das Symbol kennen wir natürlich auch, was wir hier sehen. Er sagt weiter, doch das ist die Welt, wie sie wirklich existiert und wir werden darüber heute reden. Ihr mögt denken, dass sich das von allem, was ihr bisher gehört habt, ein wenig unterscheidet und dass ich entweder verrückt sein muss oder lüge Grund dafür ist, dass ihr ziemlich viel vor eurem Fernseher sitzt. Die meisten Leute tun Welt der Hexerei war, die Superstars im Fernsehen sind und die meisten Leute können das nicht akzeptieren, weil sie sie im Fernsehen sehen und sie sind nette, saubere Persönlichkeiten. Und ich kam aus einer Familie, wie gesagt, die Collins-Familie, die die Hexerei in die Vereinigten Staaten brachte. Sie waren ursprünglich Druiden in Schottland. Ihr Name war Collins. Sie mussten aus Schottland fliehen, weil sie wegen Hexerei gejagt wurden und sie kamen nach England runter und gaben sich als puritanische Familie aus. Eine Sache, die ich heute wieder und wieder betonen möchte, dass es viele verschiedene kommunistisch ausgebildete KGB-Agenten gibt, die in die Vereinigten Staaten kommen und politische und religiöse Kreise infiltrieren. Dasselbe tut die okkulte Welt. Die haben ein ganz anderes Ausbildungszentrum eigentlich zwei. Eines in St. Louis und eines in St. Paul, wo Hexen komplett darin ausgebildet werden, wie man als Christ handelt und spricht. Und da passt dieses Bild, was wir hier in der Mitte sehen, eigentlich ganz gut. Eine gespaltene Persönlichkeit, sieht so bisschen aus wie Two-Face, der Gegner von Batman. Und genauso ist das auch. Sie geben etwas vor zu sein, was sie nicht sind. Sie sind wie Schauspieler. In der Tat, sie geben auch außen vor ein Christ zu sein, aber im Inneren sind sie Okkultisten, Kommunisten, was auch immer, auf jeden Fall keine Christen. Und das hat ja auch Jesus kritisiert, er sagte ja auch zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, dass durch Traditionen und Legenden und Philosophien, die nicht in der Bibel verankert sind im Wort Gottes. John Todd sagt weiter Ich wurde nun in dieser Familie geboren, den Collins, und großgezogen, was mich automatisch in eine Atmosphäre der Hexerei brachte. Viele von euch kennen nichts als das Christentum, viele von euch, die Christen sind, kamen aus der Welt heraus und viele von euch sind noch in der Welt, aus der ihr, wie ich hoffe, heute herausgekommen werdet, nachdem ihr das gehört haben werdet. Aber ich wurde in eine Hexereifamilie geboren und wie ich einigen der Jugendlichen bereits verschiedenorts gesagt habe, als die Kinder zur Sonntagsschule kamen und Lernverse auswendig lernten, lernte ich und C.S. Lewis und als sie verschiedene Dinge studierten und über das letzte Abendmahl lernten, lernte ich darüber, wie fliegende Untertassen den ersten Menschen zur Erde brachten. Als sie über den Garten und Adam und Eva lernten, lernte ich darüber, dass Adam und Eva die Söhne Gottes seien. Das unterscheidet sich also ein bisschen. Und natürlich, als sie zu beten lernten, da lernte ich, wie man Kerzen und Räucherwerk anzündet und wie man zaubert. Und in dieser Atmosphäre wuchs ich auf. Viele der Kinder hatten etwas, was ich nie vermisste, bis ich Christ wurde und mir klar wurde, dass es wirklich existiert. Weil das, was die Eltern mit den Kindern machen, ist natürlich nicht biblisch, nicht christlich und hat auch nichts mehr mit Nächstenliebe zu tun. So sagt John Todd außerdem Ich hatte nie eine Kindheit. In der Hexerei ist es den Eltern nicht erlaubt, ihre Kinder zu lieben. Und sogar wenn sie es könnten, sie wären dazu nicht in der Lage. Keine Empathie haben diese Leute, das sehen wir in Kulten kreisen immer wieder, deswegen haben sie kein Problem damit irgendwelchen Kindern irgendwas Schlimmes anzutun. Die Kinder gehören nicht den Eltern. Sie werden von all den Hexen in der Zunft groß gezogen und die Eltern sagen nichts dazu. Eine Sache, die euch interessieren könnte, ist, sie dürfen ihren Kindern niemals den Hintern versohlen. Sie dürfen niemals bestrafen. Vom Moment an, in dem das Kind fünf Jahre alt wird, wird es als Erwachsener betrachtet und es wird als Erwachsener behandelt. Mit fünf Jahren werden Erwachsener behandelt zu werden. Schon ein bisschen sehr früh würde ich mal sagen. Und deshalb hat man einige sehr rebellische Kinder, aber so wollen sie es haben. Als ich nun 13 war, brachte man mich zu einer Sache namens der Vorhof. Der Vorhof ist eine Schule, so wie ihr euer Kind vielleicht in eine Bibelschule an der Pazifikküste schicken wollt. Nur dass jeder Hexenzirkel seine eigene Bibelschule hat, genannt der Vorhof. Und dort wurde ich als Priester in der Hexerei ausgebildet und mit 14 wurde ich zum Priester geweiht. Falls euch das jetzt jung vorkommt, ihr könnt euch ein 13 oder 14 jähriges Kind so nicht vorstellen. Ihr stellt euch euer eigenes Kind vor, dass es eben so ist. Ich habe ein paar Neuigkeiten für euch. Meine Schwester stieg sogar schneller auf als ich. Als sie 14 war, war sie die Hexenkönigin des Bundesstaates Ohio. Mit 14, muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Sie hatte über beinahe ungefähr 15.000 Hexen unter ihren kirchlichen Kontrolle und die waren alle fest erwachsen, also hat das Alter nichts damit zu tun. Es geht darum, wie schnell sie ausgebildet wurden und Tatsächlich sind hinter Teenagern her. Bis zu 95% der Leute, die der Hexerei beitreten, werden von ihren Schullehrern in der Mittelschule eingeführt. Also wenn ihr da draußen sitzt und sagt, ihr fallt darauf nicht herein und ihr sagt, das sei nur eine fixe Idee von mir, wenn ihr sie nicht in eine christliche Schule habt, schlage ich vor, dass ihr sie in eine christliche Schule schafft und zwar ganz schnell. Nun, auch eine christliche Schule, da ist man auch nicht gefeilt von Ehrelehrern und merkwürdigen Persönlichkeiten, aber es ist natürlich besser als eine staatliche Schule, wo man dann Evolutionstheorie gelernt bekommt und irgendwelchen okkulten Blödsinn, den man auf jeden Fall nicht braucht. Und ja, viele Jugendliche werden auch heute benutzt. Stars wie Katy Perry zum Beispiel und andere haben viel mehr Abonnenten oder Follower, wo auch immer, als CNN, NBC, deswegen macht man sich auch ihre Reichweite zu Nutze und bringt sie dazu, dass sie ihre Seele dem Teufel verkaufen, was sie als Gegenleistung dann erhalten ist, Reichtum, Macht natürlich und ja, teilweise Anbetung, wenn wir uns so einige Stars anschauen und Hollywood. Und wie ihr wisst, machen wir am Ende der Folgen von John Turt auch immer einiges aus der Bibel, was wir zitieren. So machen wir das auch heute, wenn wir uns diese Welt anschauen, ist es wirklich eine verfluchte Welt, das hat seinen Ursprung im Garten Eden tatsächlich. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 17 heißt es, Und zu Adam sprach er, nämlich Gott, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem Baum der Erkenntnis, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Deswegen haben viele irgendeine Arbeit, irgendeinen Job, der denen überhaupt gar keinen Spaß macht, aber auch das geht zurück auf den Fluch von Eden, denn weil der Mensch Gottes Gebot, nämlich das Gebot oder das Verbot, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen gebrochen hat und nicht Gott gehorsam war, wo die ganze Erde verflucht und weil eben der Mann auf seine Frau in dem Fall gehört hat. Deswegen, wenn man sagt, der Mann hat die Hosen an, dann ist es nun mal eine biblische Tatsache, an die man sich zu halten hat. Das ist auf jeden Fall Fakt. Aber wir lesen auch in Sprüche 26 Vers 2, wie ein Sperling davonflattert und eine Schwalbe wegfliegt, so ist ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Das heißt, wenn wir jetzt irgendjemanden verfluchen, ach der mit seinen Sabbat, ich verfluche dich, bla 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 im Namen des und er trifft nicht ein, der Fluch, wenn er unberechtigt ist, dann könnte es sein, dass die Person, die jemanden verflucht hat, selbst verflucht wird. Deswegen heißt es ja auch, wer Israel verflucht, wird selbst verflucht, aber wer Israel segnet, wird selbst gesegnet. Tja, von nichts kommt nichts und deswegen kriegen viele Nationen im Nahen Osten auch nicht zustande, weil sie halt Israel verfluchen. Wir lesen aber von einer Zeit, in der es kein Fluch mehr geben wird und zwar schauen wir mal ins neue Jerusalem. Da gibt es nämlich auch einen Baum des Lebens, von dem die Völker essen, weil nämlich das neue Jerusalem für 1000 Jahre auf der Erde sein wird und die Völker der Erde dann ins neue Jerusalem gehen werden und dann wird auch Jesus sein Königreich auf Erden errichten. In Offenbarung 22 Abvers 1 heißt es, Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes, Jesus, in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt, deswegen, weil auch Israel zwölf Stämme hat, weswegen Jesus zwölf Apostel ausfählte und deswegen hat der Tag zwölf Stunden, so wie der Abend zwölf Stunden hat und so weiter und so fort zwölf Monate, da gibt es ja viele Beispiele, auf jeden Fall, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker, die dann von dem Baum des Lebens essen, damit sie länger leben. Und es wird keinen Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zunächst wird tausend Jahre auf dieser Erde mit dem Herrn zusammen und danach schafft Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde und auch da schauen wir mal, was Gott dann vorbereitet hat. Darüber spricht die Bibel nicht so viel, aber es wird auf jeden Fall besser als diese Erde sein. Und wenn wir lesen, es wird keinen Fluch mehr geben, dann heißt es auch, dass der Erdboden nicht mehr verflucht sein wird und man wird sich selbst nicht mehr verfluchen und das ist dann eine Zeit, die wir herbeisehen und von der wir heute geistlich sehr weit entfernt sind. deswegen werden viele Millionen und leider Milliarden Menschen laut Bibel sterben. Am Ende der Zeit, das ist jetzt kein schönes Schlusswort, aber für all jene, die Christen sind, wir haben eine Hoffnung auf das ewige Leben mit unserem Herrn Jesus Christus im Reich Gottes und ich bete für jeden Einzelnen, der noch nicht Jesus angenommen hat und die Wahrheit noch nicht akzeptierte in seinem Leben, in seinem Herzen, im Geist, dass er die Wahrheit erkennt, denn eins steht fest, die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das wahr ist und bleibt der Sohn des Allmächtigen Gottes, Jesus Christus. In diesem Sinne, wir schauen uns dann im nächsten Teil an, wie es weitergeht mit dem Zeugnis von John Todd. Es wird auf jeden Fall spannend und deswegen wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und Gott segne euch. Amen. Ja, Shalom und Gottes reichen Segen an alle Geschwister, willkommen an alle Nichtchristen und willkommen auch zum zehnten Teil der Serie Ex Illuminati John Todd packt aus. Es werden noch zwei weitere Teile folgen, und dann werden wir mit dem zwölften Teil diese Serie schließlich beenden und der Titel der heutigen Folge lautet Im Bann Lucifers Ein okkulter Lebenslauf und da schauen wir uns mal ein bisschen das Zeugnis von John Todd an, über das wir schon im letzten Teil ein bisschen berichtet haben und so gebe ich wie immer ab an Ex Illuminati John Todd. Er sagt, meine Frau ist heute nicht hier, aber ihr Zeugnis Bericht ist, dass zwei Leute sie in die Hexerei eingeführt haben, ihr Pastor und ihr Schauspiellehrer in der Unterstufe. Das vermittelt euch also eine gewisse Ahnung, wie der Okkultismus ist. Sie wurde in ihrem ersten Highschool-Jahr eingeführt. Sie wurde nicht in eine solche Familie geboren, aber als ich aufwuchs, musste man eine Hexe sein, um Zugang zur Hexerei zu haben und dann begann man sich zu ändern, weil sie mehr Leute haben wollten. Nun mit 18 wurde ich als Hohepriester initiiert. Als ich 14 war und als Priester initiiert wurde, befreite mich das vom Militärdienst, denn alle Bruderschaften der Hexerei und die satanische Bruderschaft von Amerika, das ist die satanische Kirche, sind staatlich anerkannte Kirchen. Also sie sind auch von der Steuer befreit, was eigentlich im Reich Gottes in einem wahren Königreich des Herrn nicht sein dürfte. Da gäbe es gar keine okulten Praktiken, geschweige denn irgendwelche Steuererleichterungen. John Todd sagt weiter, es mag euch interessieren, dass etwas von eurem Steuergeld für einen Geistlichen in jedem Bundesgefängnis der Vereinigten Staaten ausgegeben wird, nämlich für einen Geistlichen der Kirche der Hexerei. Die haben einen Altar und jeden Sonntag einen Gottesdienst für all die Hexen im Bundesgefängnis und eure Steuer wird für den Geistlichen ausgegeben und für all die Gegenstände, die er während des Gottesdienstes verwendet. Ja, sie nennen es sogar Gottesdienst, aber wir wissen ja, wer ihr Gott wirklich ist, nämlich Lucifer, der dann zum Satan dem Teufel wurde. John Todd sagt, schön zu wissen, aber tatsächlich haben sie damit in Folsom und San Quentin begonnen. Das waren die ersten zwei Gefängnisse, die das machten. Und Folsom ist ein Bundesstaatsgefängnis, also fließt auch etwas von euren Bundesstaatssteuern dorthin. Das war die Idee von Jerry Brown. Vielleicht möchtet ihr das in Betracht ziehen, wenn ihr ihn das nächste Mal wählt. Nun, ihr wisst, dass sie das nicht in der Fernsehwerbung veröffentlicht haben, als sie sagten, was er alles getan hat, oder? Was auch immer. Ja, und vor allem, die Medien sind oft in einem Pakt mit einigen politischen Szenen, sage ich mal. Deswegen gibt es da auch immer wieder wenig Kritik an der Politik, aber Donald Trump wird sehr stark kritisiert, weil er natürlich auch die Medien kritisiert, und zwar er vollkommen zu Recht. John Todd sagte weiter, mit 18 wurde ich als Hohepriester initiiert, doch mit 19 beschloss ich, das Militär uns brauchte. Sie brauchten die Hexerei, ob sie es wussten oder nicht. Wir waren ihre Lösung für die Probleme der Welt, also beschloss ich, dass ich mich freiwillig melden würde, und ich durchkreuzte das ganze Land und suchte all die anderen Hohepriester und Hohepriesterinnen auf, die ich kannte, und ich schlug ihnen die Idee vor, und sie dachten, es wäre eine gute Idee, also liefen wir alle los und meldeten uns freiwillig zum Militärdienst, und ich trat bei, ich konnte nichts halbherzig machen, Hexen haben die Tendenz, nie etwas halbherzig zu machen, ich schätze, dass ich deswegen jetzt als Christ auch nichts halbherzig mache, und das schätze ich natürlich sehr, auch eine halbe Lüge ist keine ganze Wahrheit, oder eine Halbwahrheit ist auch nicht die ganze Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit, die Gebote Gottes sind die Wahrheit, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Also wenn ich eine Aussage tätige, die ihr für zu heftig für einen Christen haltet, das kenne ich ja, müsstet ihr verstehen, dass ich aus einer Sache rauskam, wo ich dem Teufel nichts vorenthielt, und ich werde ganz sicher nun dem Herrn auch nichts vorenthalten. Doch ich trat bei, meldete mich freiwillig für die Special Forces, kam nach Vietnam, kam zurück, kam mit einer Verwundung zurück. Tatsächlich dachte ich vor eine Weile, dass ich nicht überleben werde, und dass ich, wenn ich überleben würde, meine Augen und dieses Bein verlieren würde. Aber ich überstand diese Situation. Ich habe wirklich das Gefühl, dass der Herr zu dieser Zeit seine Hand über mich hielt. Ich nahm einen Moment Urlaub und verbrachte ein weiteres in Deutschland. Ja, so klein ist manchmal die Welt schon tot in Deutschland. Auch ein großer Zufall, dass Walter Veit so perfekt Deutsch kann, das ist natürlich auch immer gut, denn es mangelt in Deutschland an guten Predigern und insbesondere an guten Bibellehrern, aber das wird sich hoffentlich noch mal ändern im christlichen Abendland. John Todd sagt weiter, Nun bis dahin war die Hexerei für mich eine Religion. Mehr war es nicht. Ich wusste, es gab mehrere Bruderschaften, es gab große Hexen, aber die konnten im Grunde nicht größer sein, als ich eigentlich war, denn ich war dritte Ebene und das war das höchste, was zu erreichen gibt und jeder wusste, dass man wegen außersinnlicher Wahrnehmung, ESP und übersinnlichen Fähigkeiten in sich selbst ein Gott ist und dass es heidnische Götter gibt und dass wir auch mehrfach Götter anbeteten und mehr gab es zu diesem Moment nicht und ich beschloss, dass ich ein wenig Hilfe brauchte und ich wusste, dass Hexen sehr mächtig waren. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Hexenrichter und Geschworene mit Zauber belegen würden, damit sie auf eine bestimmte Weise abstimmten, also setzte ich einen Häftling in Kenntnis, der gerade freigelassen wurde, so dass er meine Pflegemutter Los Angeles angriff. mit Zaubern zu belegen, die das Verfahren durch Urteilsverkündung abschließen würden, damit sie glauben würden, ich sei ein guter Kerl und es war alles ein Missverständnis und der Offizier war möglicherweise der Böse und damit sie mich so gehen lassen würden. Übernatürliche Phänomene, so dauert ja auch der Untertitel meiner Serie Okkultes ABC und wer nicht an Geister glaubt, wer meint, wenn er in den Spiegel schaut, dann sieht er sich selbst, dann ist das ein Trugschluss, denn das wahre Ich, dein wahrer Charakter, deine wahre Persönlichkeit, dein wahres Ich, das ist dein Geist in dir und der wird eines Tages diesen Körper, der um diesen Geist herum ist, verlassen und dann so Gott will ewig leben oder aber ausgelöscht im Feuersee, hoffen wir doch mal lieber das Erste. Wir schauen weiter, John Todd sagte außerdem, Hexen sind Ich konnte es nicht erwarten herauszufinden wer mich am Flughafen treffen würde und ein Mann dessen Bücher ich lange Zeit studiert hatte kam um mich zu treffen Er stand zu dieser Zeit dem Lehrstuhl für Anthropologie der Columbia Universität vor Jetzt steht er seiner eigenen Hexerei Bibelschule in New Hampshire vor Sein Name war Dr. Raymond Buckland Hand verlesen von Philip Rothschild um die Illuminaten für Flugzeug Dr. Buckland nahm mich mit zu sich nach Hause und in den nächsten paar Monaten riss er buchstäblich alles nieder was mir in Hexerei beigebracht wurde Das war alles nur das Zeug das wir den niederen Leuten erzählen Das ähnelt sehr den Freimaurern Die höheren Freimaurer glauben auf eine Art und die niedrigeren Freimaurer glauben etwas anderes aber die niedrigeren Freimaurer glauben dass die höheren Freimaurer dasselbe glauben wie sie Das ist natürlich eine große Täuschung das hat auch der 33 Grad Freimaurer Albert Pike deutlich gemacht Im Buch Moritz ein Dogma dass die oberen Grade oder in irgendeinem Brief glaube ich war das an die oberen Reihen dass die oberen Grade vom 30. bis Licht aber sie kamen in die Finsternis weil der Herr der Finsternis sie geblendet hat mit einem falschen Licht und mit Lügen und Täuschungen Tatsächlich haben die höheren Hexen eine Aussage gemacht die auch oft in freimaurerischen Büchern gemacht wurde dass die niedrigeren Leute Schafe sind die zum Scheren da sind und dass sie ahnungslos sind also so denken sie über die niedrigeren Hexen die wir heute hier haben und die eine Sache die ich sehr schnell lernte war dass die Hexerei nicht nur die Hexerei war sondern sie hatte ein Ziel und dieses Ziel war Adam oder auch Sohn Gottes wieder auf die Erde zu bringen um Frieden zu schaffen so dass sein Vater Luzifer zur Erde zurückkehren könnte Tja das ist das Evangelium der Hexen und das zu tragen wir lernten all das ich lernte all die Dinge die Politik bisher geschafft hatte die die Illuminaten in der Politik geschafft hatten in der Finanzwirtschaft geschafft hatten und dass ihre wahre Pläne für die unmittelbare Zukunft waren das vermittelt euch eine gewisse Ahnung wie sie sind sehr rassistenartige Gruppen amerikanisch nazimäßige Gruppen aber sie glauben an Menschenopfer und das Luzifer Gott ist sie glauben dass Frieden nur erreicht werden wird wenn die Kirchen zu Asche verbrannt sind wie ein Anführer sagte ja also die haben auf jeden Fall nichts Gutes mit uns vor das heißt wenn man sich global mal in der Welt anschaut laut Koran sind wir auch nicht gut auf Allah zu sprechen wir Christen sage ich mal und laut Esoterikern auch nicht weil dieser spiritistische Humbug sehr leicht mit der Bibel zu entlarven ist dass die Engel sich als Engel des Lichts nur verstellen und Schauspielern und genauso ist es eben auch bei den Freimaurern sie geben sich als etwas aus oben was sie im Inneren eigentlich nicht sind und deswegen sehen wir wir haben viele Feinde und Okkultismus natürlich auch aber trotzdem wir schauen weiter John Todd sagte meine Pflegemutter führte in Kalifornien aber wegen ihr hatte ich im Okkultismus viel mit Kalifornien zu tun also die Mutter war Führerin in Kalifornien in der Hexerei nun mein einziger Job war achtmal jährlich mit den Top Hexen im Lande zusammen zu treffen um Dinge zu beschließen die geschehen würden genau jetzt heute ist einer der achtjährigen Tage an denen die Hexen zusammentreffen Nun hat eine sehr seltsame Sache stattgefunden statt einem eintägigen Treffen das angesetzt war sind jene 13 und mehrere weitere 100 Hexen während der letzten drei Wochen in Los Angeles zusammen getroffen Los Angeles Lost Angels die Verlorenen Engel die Lost Gefallenen Engel die Stadt der Name der Stadt sagt schon für sich darüber habe ich auch ein Video gemacht über Los Angeles was sie vorhaben muss sehr aber wie auch immer falls ihr euch immer gefragt habt wieso der Geburtstag der Illuminaten und der Geburtstag der kommunistischen Partei der 1. Mai ist das ist weil die Illuminaten immer den 1. Mai verwenden weil das der Neujahrstag ist und sie beginnen alles am 1. Mai also kann man am 1. Mai immer auf große Geschehnisse acht geben all die Hexen die 13 hatten sich dort Siegel der Staatssekretärs darauf und er ging wieder Dr. Buckland schnitt das Siegel auf und öffnete sie er nahm sechs Briefe heraus die das Wappen der Illuminaten trugen das Wappen der Illuminaten ist auf der Rückseite eurer 1 Dollar Note hier oben sehen wir das aber ihr kennt das sicherlich die Pyramide Anuit Coptes es möge geschehen eine neue Ordnung der Zeiten neue Weltordnung und dann das Jahr 1776 in römischen Zahlen der Geburtstag der Illuminaten und natürlich das Auge Luzifers schwebend über dem Rest der Pyramide wir schauen wo sind wir stehen geblieben sechs Briefe heraus Wappen das Wappen der Illuminaten ist auf der Rückseite eurer 1 Dollar Note zu sehen der Schlussstein und die Pyramide mit dem Auge im Schlussstein eröffnete die Briefe in den meisten davon waren Instruktionen diesen Scheck zu jener Person zu bringen oder diesem Politiker zu sagen dass er jenes Gesetz durchbringen oder etwas anderes tun soll die letzten zwei Briefe unterschieden sich total von allem was wir bisher gesehen hatten sie waren in Philipp Rothschilds eigene Handschrift nun wenn man gemäß der Wickerlehre der paganistischen Bewegung etwas religiöses schreiben will etwas von den Göttern wir würden sagen Dämonen so muss es in eigener Handschrift mit einer in Tinte gedruckten Feder geschrieben werden und bei diesen beiden Briefen war das so das der erste war 30 Seiten lang es war eine Schrift für Schrift Ausstellung zur Übernahme der Welt so seltsam euch das erscheinen mag da war schwarz auf weiß ein 8 Jahres Plan und sie schlossen mit Lucifer wird uns in die Welt am Ende des Jahres geben mit dem das man Wassermann Zeitalter nennt und genau darauf warten ja auch die Esoteriker und New Age Gurus auf dieses neue Wassermann Zeitalter und die haben ja schon viel Propaganda gemacht für das Jahr 2021 ich glaube der 21.12. 2012 gab es sogar einen Kinofilm Maya Kalender endet und ja was ist geschehen nichts gar nichts und deswegen man muss da mal aufpassen ob diese Prophezeiung die irgendjemand da von sich gibt biblisch ist oder nicht deswegen sollen wir die Geister prüfen denn auch die Dämonen sind in die Welt ausgegangen und dann schauen wir uns noch an was John tot zu sagen hat hier das einzige Problem war dass der Herr andere Pläne hatte es war kein Problem außer für den Teufel ich bin Baptistengeistlicher in der Stadt hatte herausgefunden dass seine Tochter eine initiierte Hexe war und da funktionierte sein auf der Baylor University gelerntes nichts mehr das Hexenfabeln seien und er begann zu beten er begann das Wort Gottes zu lesen und fand heraus dass Hexen quer durch das alte und Neue Testament existieren wir erinnern uns an die Hexe von Endor zu dem auch zu der auch König Samuel den Propheten herauf zu beschweren der schon gestorben war zu der Zeit er fand heraus dass das in Babylon die Religion war und er fand heraus dass das in der Offenbarung wieder die Religion sein würde er fand im 16. Kapitel der Apostelgeschichte 16 17 18 und 19 dass die Macht über die Hexerei darin bestand die Dämonen im Namen von Jesus Christus aus der Person heraus zu befehlen und dass wir durch die Gestalt Gottes den Sieg über den Teufel haben Seht ihr Hexen glauben nicht an den Teufel nur die Satanisten Das ist der Unterschied zwischen Hexen und Satanisten Ihr hättet mich sehen müssen Ich fuhr kürzlich christliche Brüder herum und eines der Mädchen mit denen ich lebte als ich in der Hexerei war ging direkt im Auto einen verändert dann verändert er einen wirklich und genau das ist auch der Fall das Kreuz auf sich nehmen und ein besserer Mensch zu werden das sollte das Ziel eines jeden Menschen werden steinig ist der Weg aber am Ende des Tunnels wartet das Licht Gottes nämlich der Sohn auf uns und der bringt uns in sein Zeit Teil nämlich in das Königreich des Herrn und wie mal wollen wir jetzt nochmal auch in die Bibel schauen und uns mal vergegenwärtigen wie es mit den Dämonen auch auf sich hat im Neuen Testament in Apostelgeschichte 8 ich glaube das hat John Todd auch mal zitiert dieses Beispiel da heißt es nämlich ab Vers 5 und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und in seinen Bann gezogen indem er sich für etwas Großes ausgab ihm hingen alle an klein und groß indem sie sprachen dieser ist die große Kraft Gottes sie hingen ihm aber an weil er sie so lange Zeit durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hatte und viele werden heute auch in einen Bann gezogen egal ob es im Fernsehen ist durch die Fernseh Propaganda durch Nachrichten Industrie und die ganzen Vorbilder die meinen etwas Großes zu sein genauso hier dieser Zauberer Simon dachte auch er wert was Großes aber dann hat er die Kraft des großen Gottes der Bibel erkannt aber was er tut das hat auf jeden und 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 in der Tat wenn man ein mit dem Teufel eingeht wenn man seine Seele dem Teufel verkauft dann kann man Geld dafür bekommen man kann reich werden sonstige Talente auch bekommen Hilfe von Dämonen Schutz Engel Geistern und so weiter und man kann aber diese Kraft wieder verlieren wenn Menschen im Namen von Jesus diese Dämonen austreiben und das will Satan der Teufel natürlich nicht dann verliert er ja sehr viele seine Anhänger und das wird am Ende des Tages auch so sein und Geldgier ist etwas wovon uns die Bibel ja sowieso warnt und mit Geld die Macht Gottes zu kaufen ist natürlich nicht möglich aber seine Seele zu verkaufen das ist möglich aber man kann sie wieder zurück bekommen sozusagen geistig gesehen was der Teufel einem natürlich nicht sagt aber in Jesus ist es möglich wir lesen auch im ersten Schemotiusbrief Kapitel 6 Vers 10 denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen und etliche die sich ihr hingegeben haben sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst Schmerzen zubereitet Katy Perry zum Beispiel ist ja auch vom Glauben abgeirrt sie sagte sie wollte die nächste Emigrant werden der Musik und es war ja eine christliche Sängerin aber sie ist vom Glauben abgeirrt hat ihre Serie dem Teufel verkauft vielleicht auch wegen Geldgier sie wollte reich und berühmt werden ist sie heute wo sie am Ende des Lebens dann stehen wird wenn sie vor dem Richterstuhl des Christus für ihre Werke zur Rechenschaft gezogen wird werden wir eines Tages sehen so Gott will auf jeden Fall muss jeder vor seiner eigenen Haustür kehren das ist ganz wichtig denn eins steht auf jeden Fall fest zwei Teile so Gott will werden noch folgen dieser Serie das war der vor vorletzte Teil und wir wissen die Wahrheit wird ans Tageslicht kommen wenn der Herr Jesus Christus zurückkommt und sein Königreich errichtet möge Gott der Vater euch segnen im Namen seines Sohnes Amen Ja Schalom zusammen und Gottes reichen Segen im Namen des Herrn Jesus Christus Willkommen zur elften und vorletzten Folge der Serie John Todd packt aus Ein ehemaliger Satanist Okkultist und Illuminati erklärt die Okkulten Machenschaften hinter den Kulissen Heute mit dem Thema die Wiedergeburt der Rothschilds Okkulte Reinkarnation und da werden wir uns gleich mal das Zeugnis von John Todd zu Ende anschauen bevor er dann einige Fragen beantwortet und auch auf die Rothschilds eingeht Zunächst nochmal die Information einige haben mich ja schon angeschrieben bezüglich dieses Textes Nun ist es so dass es ja am Ende zwölf Folgen werden und elf sind jetzt im Kasten die zwölfte Folge ist noch nicht fertig mich vielleicht anzuschreiben nachdem auch der zwölfte Teil online ist damit ihr alle Teile dann kompakt habt ich kann euch das gerne nochmal zeigen John Todd hat ja viel erzählt und ich habe versucht es ein bisschen kompakt zusammenzufassen da habt ihr oben nochmal den Link wo ihr euch alles anschauen könnt dann habt ihr hier ein Inhaltsverzeichnis dann der zwölfte Teil wie gesagt fehlt noch am Ende jedes rausgeschrieben und ja dann gibt es den Text natürlich von John Todd Teil 1 2 eben bis 12 und das könnt ihr natürlich gerne bekommen die Datei dann könnt ihr euch das nochmal durchlesen ich denke das werden so 25 bis 30 Seiten sein kostet natürlich nichts und die E-Mail Adresse ist Markus mit c at hotmail marcus 2012 at hotmail.de da könnt ihr mich gerne anschreiben wir machen jetzt von John Todd und begeben uns nochmal zu seinen Glaubens Geschwistern John Todd sagte und ich kam rein und setzte mich er begann Zeugnis von mir abzulegen und erreichte nichts mit seinem Zeugnis und schließlich kam ich darauf zu sprechen dass ich in der Hexerei war wisst ihr ich habe ihm davon erzählt nachdem er etwa 20 Mal Atem geholt hatte nahm er den Hörer ab sehr seltsam ist niemand ruft jemals seinen Pastor um 3 Uhr morgens an um ihn zu beten er rief also dem Pastor an und erklärte das er sagte oh weißt du das ist Lance Collins also John Todd wir haben für ihn gebetet tja weißt du vielleicht stimmt das ich glaube so müssen sich auch die Leute verhalten haben als sie Petrus aus dem Gefängnis gebetet hatten und er an der Tür ankam sie konnten nicht glauben dass das tatsächlich passierte also sagte er tja ich werde ein paar Leute anrufen und ich werde beten er begann zu beten und ging wieder dazu über Zeugnis abzulegen er legte weiter Zeugnis ab und erreichte damit nichts er versuchte es mit dem Standard Zeugnis das aber einfach nicht zu mir durch kam also John Todd sollte beeindruckt werden von diesen ganzen Zeugnissen aber John Todd war zu jedem Zeitpunkt noch nicht beeindruckt was er sagte kam einfach nicht bei mir an und schließlich hörte er auf und er sagte Herr gib mir die Predigt in dieser Sache gib mir Wissen gib mir eine Schriftstelle aus deinem Wort die etwas bewirkt bei John Todd was den Griff bricht den der Teufel auf diesen Mann ausübt und ich hörte das Gebet ich lachte Mann dieser Typ ist seltsam dachte sich John Todd da legte er schon wieder damit los über den Teufel zu reden und er hielt 2. Timotheus Kapitel 1 Vers 7 und er schlug es auf und las es mir vor und ich übergab mein Herz dem Herrn 2. Timotheus 1 Vers 7 da heißt es Ja und so ist es ja bei vielen Menschen natürlich die im Okkulten tätig sind sie erstens wissen sie nicht was sie tun und wenn sie wissen was sie tun dann müssen sie auch wissen was sie am Ende des Tages erwartet wenn sie wissen dass der Gott der Bibel real ist nämlich der Feuersee auf diese ganzen okkulten Praktiken der Satanisten darauf steht laut der Tora dem Gesetz Gottes die Todesstrafe und natürlich haben auch Menschen die dem Okkulten verfangen oder gefangen sind auch Ängste sie sind natürlich auch nur Menschen und deswegen wir als Christen wir fürchten allein Gott und deswegen haben wir keine Angst vor Menschen weil Menschen können uns nichts nehmen außer höchstens das Leben aber wir haben einen Gott der kann uns wieder auf erstehen lassen wenn der Herr Jesus Christus zurückkommt So berichtet John Todd weiter Tatsächlich war meine Mutter in diesem selben Moment in einer Nervenheilanstalt Obwohl sie jetzt aus der Nervenheilanstalt wieder draußen ist ist sie so weggetreten durch äh Bati Warte dass sie nicht einmal weiß wer sie ist Man nahm zu den Zeiten an dass das wegen der Furcht ist und den Schuldgefühlen wegen der Dinge die sie getan hat und als er sagte dass der Herr mein Denken erneuern und die Furcht wegnehmen würde sagte ich das ist es zeigt mir gleich wie man das bekommt und wir knieten uns nieder und beteten und ich nahm den Herrn an und sagte Jesus ich will deine Vergebung aber kannst du die Schuldgefühle und die Furcht wegnehmen? Und ich stand auf und ging daraus und was heißt keine Furcht? Ich ging daraus und schaffte es beinahe getötet zu werden und weil ich keine Furcht mehr hatte ich habe heutzutage immer noch keine Furcht und vielleicht sollte ich Furcht haben als jemand der aus den Illuminaten ausgestiegen ist ich habe die Furcht auch heute nicht und deshalb haben wir jetzt unser Rehabilitationszentrum Wir versuchen die Furcht aus dem Leben von Leuten rauszunehmen und bringen ihnen bei dass Jesus Wo war ich jetzt hier? Dass Jesus sie erneuern kann Wir haben ein Zentrum das wir morgen eröffnen das ist sehr lustig die Tore des Zentrums sind noch nicht einmal geöffnet und wir sind schon voll so ein Auto ist von der Ostküste her unterwegs tatsächlich wurde ich gerade letzten April nachdem ich von der Ostküste abgereist bin die zweitmächtigste Hexe errettet die jemals errettet wurde ihr Zeugnisbericht ähnelt fast allem was ich heute gesagt habe über die Rothschilds über Politik und Charles Manson und andere Dinge von denen sie weiß und sie kommt hier raus um sich eine Rehabilitation 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 zu unterziehen Rehabilitation 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 Und bevor wir zu den Rothschilds nochmal kommen, lassen wir John Todd nochmal sein Zeugnis zu Ende reden. Er sagt ja, Und wir glauben jetzt, dass Hunderte errettet werden, weil die Furcht aus ihrem Leben genommen wird. Also bitte ich euch, dass ihr mit uns darüber betet und gerade jetzt wird dieses Auto in Bälde aufbrechen und über mehrere tausend Meilen von Maryland nach Kalifornien kommen. Etwa drei oder vier Leute, die aus dem Okkultismus errettet wurden, werden gemeinsam mit Leibwächtern in dem Auto sein. Das mag euch irgendwie lustig erscheinen, nur dass inzwischen hier und dort hunderttausend Leute sind, die das Kopfgeld für diese Kids verdienen wollen. Das ist überhaupt nicht lustig. Hier anzukommen wird ein Wunder sein, aber ich diene einem Gott der Wunder. Und ich bitte euch zu beten, dass dieses Auto mit all seinen Insassen in absoluter Sicherheit hier ankommt, beschützt durch das Blut Christus. Ja, das Blut Jesu hat natürlich eine Ausstrahlungskraft, wenn man das glaubt, weil man dadurch gerettet wird. Denn so wie durch einen Menschen Menschen in die Welt, die Sünde in die Welt kam, so wurde die Sünde von einem Mensch gewordenen Gott, könnte man sagen, dann wieder aus der Welt getrieben. Jesus nahm alles auf sich, damit wir durch ihn gerettet werden. Und wir sehen, das Zeugnis von John Todd ist sehr beeindruckend vom tiefsten Tief des Okkultismus zum höchsten Gott, zum himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Das sind natürlich Zeugnisse ganz nach meinem Geschmack, ähnlich wie Roger Monod oder auch andere Okkultisten. Und jetzt hat dann John Todd gefragt, wer Fragen hat. Der kann gerne fragen. Und da gab es auch Fragen über die Rothschilds. Und da hat John Todd nochmal Folgendes berichtet. Die Rothschild sind eine Familie. Ich bin sicher, dass viele von euch die drei kleinen Globusse gesehen haben, die beim Pfandhaus als Emblem des Pfandhauses hängen. Das stammt von drei Eichen auf dem Rothschild Familienwappen. Sie waren anfangs Geldleiher in Österreich und auch in Deutschland und sie wurden, was sie jetzt sind, die reichste Familie der Welt. Die okkulte Welt betrachtet sie nicht als Menschen, man betrachtet sie als Götter. Sie glauben, dass Götter, Söhne und Töchter von Uzifer, in diesen menschlichen Körpern wohnen und wenn die Menschen sterben, wenn die Rothschilds sterben, gehen sie in den nächsten geborgenen Rothschilds. Und das sind eben unreine Geister-Dämonen. Wenn jetzt ein Dämon, sage ich mal, den Körper von Nathan Rothschild annehmen würde, dieser Mensch stirbt und er hat Kinder, dann geht dieser Dämon in den Sohn über. Und so wird auch die Hexenkraft, die okkulte Macht der Dämonen, fortgesetzt in Familienclans, in Strukturen und Machtbereichen, die bis heute großen Einfluss haben. Und weil die meisten Menschen nicht über den Tellerrand hinausschauen und nur glauben, was sie sehen, glauben sie eben nicht an die geistige Welt. Und sie glauben, sie sind ein Zufallsprodukt und sie glauben, wenn sie sich in den Spiegel betrachten, dann sehen sie sich selbst. Aber wenn du in den Spiegel guckst, dann siehst du nur die fleischliche Hülle. Dein wahres Ich, dein wahres Selbst ist unsichtbar, nämlich der Geist. Das ist der Funke Gottes und zu dem werden wir auch verwandelt werden, wenn wir das Fleisch ausziehen, so wie Jesus vor 2000 Jahren das Fleisch angezogen hat, damit er für uns sterben kann. Nun, wir machen hier weiter. Rotschild sterben, gehen sie in den nächsten geborenen Rotschild über. Und man hat sie nicht wie Menschen zu behandeln, man hat sie wie Götter zu behandeln. So möchten ja auch die Dämonen fährt werden, angebetet werden. Und glaubt mir, sie werden wie Götter behandelt. Ihr Wort ist absolutes Gesetz. Sie schufen, sie gründeten die Illuminaten. Nicht viele Leute können verstehen, warum eine Familie von Rotschilds vor 200 Jahren eigentlich, sind es 300, weil sie schon 100 Jahre vor ihrem Geburtstag existierten, eine Verschwörung zur Übernahme der Welt schaffen würden, von der sie nicht hoffen können, dass sie ihre Erfüllung erleben. Und hier haben wir auch das Problem, denn weiter sagt John Todd, Deswegen, wenn einige okkulte Logen oder Mitglieder irgendwelche Pläne aushecken vor 200 oder 300 Jahren, dann könnte man sich die Frage stellen, warum das alles? Sie wüssten doch, dass sie ihre Pläne niemals verwirklicht sehen, aber es sind ja die Geister, die in Wirklichkeit in oberster Stelle sind, die die Pläne schmieden. Und sie erleben das ja die ganze Zeit, wie sie waren vor 200, 300 Jahren am Birken, schon lange vorher und sie sind es auch heute noch. Deswegen, das ist auch ein langfristiger Plan von Satan und seinen Dämonen. Dann kommen wir weiter, John Todd sagte außerdem, Tja, der Hexerei am nächsten sind die Momonen, weil ihre Bibel einem einige Passagen aus dem Buch der Schatten, das die Hexerei-Bibel ist, derart ähnlich ist. Aber seht ihr, folgendes ist die Sache mit den Sekten und so weiter. Wir haben eine Kontaktliste, ich meine ein Postfach, das Leute anschreiben, um mit uns zu kommunizieren. Es gibt so viele tausende Sekten und die meisten davon sind heutzutage als christliche Kirchen verkleidet, die diese Abweichung vom Wort Gottes und jene Abweichung lehren und so weiter. Und die Sache hier ist, dass ich fest daran glaube, dass es nur einen Weg durch Jesus Christus gibt, zum Vater zu kommen durch den Herrn Jesus Christus und Golgatha, also das Evangelium. Das ist der einzige Weg, durch Buße, durch eine Erfahrung von des von neuem Geborenwerdens. Aber beim Teufel gibt es alle Wege, außer einem und all diese Sekten dienen nur einem Zweck, dass sich eure Augen nicht auf Golgatha richten, den einzigen Weg, um es zu schaffen. Und deshalb gehen das ganze Fernsehen und die ganze Literatur, die heutzutage im Umlauf ist, so auf die Christen los, aus nur einem Grund, weil sie versuchen zu sagen, dass sie der einzige Weg sind. Sie sagen nicht, dass sie der einzige Weg sind, der Herr Jesus Christus sagt, er ist der einzige Weg. Und sie versuchen euch herunterzumachen, weil ihr glaubt, dass Buße und das Blut Jesu der einzige Weg dorthin sind, okay? Aber es ist der einzige. Und deshalb versuchen bestimmte wohlbekannte Seelsorger heutzutage populär zu werden und sagen, Tja, es ist möglich, es auf anderen Wegen in den Himmel zu schaffen. Tja, in der Bibel steht, dass es in den letzten Tagen solche Idioten geben würde. In der Tat, die Bibel sagt, derjenige ist ein Narr, der glaubt, dass es keinen Gott gibt. Und die Medienwelt ist unglaublicher Gotteslästerung. Das Christentum kann man beschimpfen, bespucken und sich darüber lustig machen. Aber bei Muslimen, beim Islam, da ist man natürlich sehr vorsichtig, weil die Christen lassen sich ja alles gefallen und Muslime eben nicht. Aber gut, am Ende des Tages wird eben abgerechnet. Aber es ist so, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Und was Jesus angeht, entweder gibt es, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Dass er gelebt hat, steht außer Frage. Die Frage ist, stimmt das, was über ihn in der Bibel gesagt wird? Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand bekommt das ewige Leben, außer durch mich. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn er nicht recht hat, dann ist er einer der arrogantesten Menschen, der jemals gelebt hat. Weil wenn jemand sagt, niemand kommt zum Gott, außer durch mich alleine. Das kennen wir ja nur von den Päpsten. Dann ist es sehr arrogant. Aber wenn es die Wahrheit ist, und daran glaube ich, so wie alle Christen in Christus, dann ist es nun mal die einzige Wahrheit. Und dann gibt es keine andere Wahrheit. Und deswegen müssen wir uns in diesem Labyrinth der Lügen zurechtfinden und andere Menschen mit Gottes Hilfe über diese Wahrheit informieren, damit die Wahrheit ans Licht kommt und auch sie gerettet werden. So wie John Todd mit Gottes Hilfe gerettet wurde. Und wir haben ja gesehen, Hexen, Okkultisten und so weiter, die glauben an Reinkarnation, an Wiedergeburt. Aber eine wahre Wiedergeburt, übernatürliche, sieht am Ende der Tage etwas anders aus. Dazu schauen wir mal in die Bibel in Johannes 3, Abvers 3. Der kam ja Nikodemus zu Jesus und stellt ihn einige Fragen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, zu Nikodemus, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Hier sehen wir, was viele damals vor 2000 Jahren getan haben und was heute immer noch einige Menschen tun. Sie nehmen alles wortwörtlich, was Jesus sagt oder was in der Bibel steht, obwohl das natürlich geistig gemeint ist. Von Neuem geboren heißt ja nicht, dass der Mensch stirbt und dann nochmal neu in den Mutterleib kommt, sondern dass der Mensch eben wiedergeboren wird. Der erste Mensch, der besteht aus Fleisch und Blut, wurde als Fleisch und Blut geboren. Aber der zweite Mensch, der zweite Adam, der besteht nicht nur aus Fleisch und Blut, sondern als ewiges Geistwesen. Und das wird auch mit uns geschehen. Deswegen eine Wiedergeburt ist praktisch eine Art Verwandlung. Dazu kommen wir noch. Jesus sagt in Matthäus 19, Abvers 27, Der antwortete Petrus und sprach zu ihm, Siehe, also zu Jesus, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seine Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser, der Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Denn darin besteht die Wiedergeburt. Natürlich, die Taufe ist eine Art symbolische Wiedergeburt. Wir werden unter Wasser getaucht, sterben praktisch den alten Körper ab, tauchen wieder auf, praktisch als neugeborener Christ im Heiligen Geist. Aber die Wiedergeburt am Ende der Tage, wenn Jesus zurückkommt, ist eben die Auferstehung zum ewigen Leben. Deswegen, das hat nichts mit Reinkarnation zu tun, sondern das ist etwas ganz anderes. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Abvers 51, Wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erscheinen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn diese Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. So wie Jesus auch laut Johannes 1 unsterblich war, weil Gott dem Vater war, vor 2000 Jahren Mensch wurde, seine Unsterblichkeit auszog und nach seiner Auferstehung hat er diese Unsterblichkeit wieder angezogen. Wir haben noch niemals Unsterblichkeit angezogen oder ausgezogen. Wir wurden schon immer mit Fleisch angezogen und dieses Fleisch werden wir irgendwann ausziehen und werden sowieso alle sterben oder wenn wir in den Zeiten von Jesu Wiederkunft leben, werden wir eben direkt verwandelt werden und die anderen Gläubigen in Christus werden auferstehen, wiedergeboren zu unsterblichen Wesen und das ist ja auch letztendlich das Ziel, was wir als Christen haben, was eigentlich jeder Mensch haben sollte, wenn man sich mal, angenommen ein Mensch durchschnittlich, sagen wir mal, lebt, sagen wir mal 85 Jahre und was sind 85 Jahre im Vergleich zu der Ewigkeit? Nur ein kleiner Tropfen im Vergleich zu den Weiten des Ozeans und deswegen ist es für jeden Menschen wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was kommt nach diesem Leben? Denn wenn dies die Wahrheit ist, dass Jesus dir das ewige Leben schenken kann, dann wäre es dumm und töricht, dieses Geschenk, diese Gnade nicht anzunehmen, denn wenn ein Ex-Satanist davon gebraucht macht, dann kannst du das mit Sicherheit auch, falls du es noch nicht getan hast. So oder so, liebe Geschwister, das war die vorletzte Folge der Serie John Todd packt aus. In der nächsten Folge begeben wir uns dann zum Ende, zum zwölften Teil, zur letzten Folge dieser Serie und bis dahin wünsche ich euch Gottes reichen Segen, bleibt gesund und nicht vergessen. Die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das wahr ist und bleibt in aller Ewigkeit, der himmlische Vater und sein Sohn, Jesus Christus. Gott segne euch in seinem Namen. Amen. Ja, Shalom und Gottes reichen Segen im Namen des Herrn Jesus Christus. Willkommen zur zwölften Folge und damit zur letzten Folge der Serie John Todd packt aus. Heute geht es wieder um einige Berichte, die uns John Todd preiszugeben hat in dieser letzten Folge und da wird es auch nochmal spannend werden. Das Thema lautet Das Ende der okkulten Weltzeit. Aufklärung kann Leben retten und als Christen wissen wir natürlich, dass Jesus der Weg, das Leben und die Wahrheit ist und deswegen gilt es auch in solchen Aufklärungsvideos immer wieder deutlich zu machen, egal ob es um außerirdische Themen geht oder um Verschwörungsthemen oder eben um okkulte Themen, dass es am Ende des Videos, am Ende des Tages, keine Alternative zur Wahrheit in Jesus Christus gibt. Deswegen einige sagen ja immer so okkulte Themen oder wie, dass es gibt die Welt ist nun mal im Okkultismus verstrickt und ich kenne viele, die dort Erfahrungen gesammelt haben und deswegen ist es wichtig, sie eben aus der Finsternis herauszuholen und ins Licht zu führen zu Jesus Christus und das kann man eben nur, wenn man Aufklärungsarbeit betreibt. Und deswegen wollen wir uns in dieser letzten Folge weiter anschauen, was John Todd zu sagen hat. Ihr könnt mir übrigens eine E-Mail schreiben unter Markus mit c2012 at hotmail.de oder vielleicht auch auf Telegram werde ich das mal posten und zwar diese Word-Datei mit allem, was John Todd gesagt hat in den zwölf Folgen, mit allen Bibelfersen und so weiter, mit Hinweisen, wo ihr noch mehr findet von John Todd, falls es euch interessiert, da müsst ihr mich dann bezüglich anschreiben. So, und ich starte mit John Todd und er sagte, ich muss seit etwa fünf Jahren all die Christen ertragen, die herumlaufen und mir erzählen, dass Dr. Kissinger der Antichrist sein würde. Henry Kissinger, Bilderberger, ehemaliger Außenminister der USA. Ich musste mich wegdrehen und lachen, weil ich es besser wusste. Ich kann John Todd so gut verstehen. Okay, aber merkt euch, was ich sage, wer es ist, heißt nicht, dass es der wirklich ist. Das heißt nur, dass die Illuminaten alles tun werden, was sie können, um ihn zur Weltherrschaft zu machen. Okay, aber so wie sich dieses Land entwickelt und da Christen nicht umkehren, das Angesicht Gottes suchen und Buße tun werden und Gott kann das Land nicht retten, weil sie zweite Buchchronik nicht erfüllen, deshalb würde ich sagen, dass er wohl genau im Zeitplan sein wird. Nun, auf jeden Fall das zweite Buch der Chroniken, was da John Todd für einen Vers meinte, den wir Christen anscheinend nicht beachten und da kann ich John Todd nur recht geben, mal wieder. Den werden wir uns nachher, wenn wir uns da noch mit der Bibel kurz beschäftigen, anschauen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal weiter an, was John Todd noch weiter zu sagen hat und bevor ihr euch Fragen einfallen lasst, lasst mich hier ganz schnell etwas machen. Uns geht hier nämlich die Zeit aus. Ich habe hier in der Kapelle mit euren Teenagern gesprochen und ich habe ihnen von einem Plan des Okkultismus erzählt, bestimmte Objekte in den Häusern von Christen zu platzieren, um in der Lage zu sein, dämonische Einflüsse in die Häuser zu bekommen und die Häuser und das christliche Gebetsleben niederzureißen und Christen mit Rebellion und Depression und Selbstmord zu bedrängen. Ihr denkt jetzt vielleicht, tja, ich bin ein Christ, das ist unmöglich. Hört mir zu, wenn ihr etwas, das dem Teufel gehört, in eurem Besitz bringt, dann bettelt ihr um Probleme. Die Bibel, das Wort Gottes, wurde gänzlich vom Heiligen Geist inspiriert, alles klar? Ich glaube, darüber wird zumindest niemand mit mir streiten, der ein wiedergeborener Christ ist. Bestimmte Objekte sind vom Geist Satans inspiriert durch dämonischen Einfluss. Rockmusik, wenn Hexen Christen nicht mit Zaubern belegen können, dann sind sie eben schlau. Sie lassen Christen sich selbst mit Zaubern belegen. Die Hexen zitieren die Zauber in der Rockmusik und lassen sie dann von Christen abspielen und die belegen sich dann selbst die ganze Zeit wieder und wieder mit Zaubern. Deshalb die Rockmusik. Ihr mögt nun denken, dass das alles Quatsch ist, aber die Hexen glauben das und ich glaube es auch, weil ich die Umsetzung erlebt habe. Deshalb haben Rebellionen und Drogen und die sexuelle Revolution eurer Kinder mitgerissen und ihr versucht sie davor zu beschirmen, indem ihr sie auf eine christliche Schule schickt und dann lasst ihr zu, dass die Welt in Form von Rockmusik in eure Häuser gebracht wird. In der Tat dann widersprochen sich, ach ja, gehen wir auf die Bibelschule, lernen wir, wie schön das ist, Gottes Wort zu studieren und dann geht man abends dann in eine Rockmusikschule und ruft dann Hail Satan. Also entweder ganz oder gar nicht, das ist sowieso eine wichtige Devise, denke ich. Halbe Sachen macht Gott nicht, halbe Sachen macht auch Gottes Volk nicht, auch wenn wir noch getrennt sind. Aber Gott wird uns vereinen. Das hat er prophezeit. Weiter sagt John Todd, aber die wollten nicht nur die Kinder, sie wollten die Erwachsenen. Mit den Seifenopern haben sie sie schon so ziemlich erwischt, aber sie beschlossen, dass sie die mächtigsten Objekte der Hexerei in die Hände der Christen bringen würden. Zuerst ändern sie den Namen, damit sie unschuldig erscheinen. Sie nannten sie nicht mehr Hexagramme und Pentagramme und Trudenfüße und Koboldzörner und solche Sachen. Sie nannten es nicht Ankh oder irgendwie sowas, sie änderten die Namen. Das sind nur wenige, das sind nur Dinge wie Sternen und Mondsicheln und Lichtkreuze, damit sie in christlichen Buchläden und so weiter verkaufen können. Und da gibt es ja einige, zum Beispiel, fällt mir spontan, ein Selamon, die hat auch so einen Halbmond über den Kopf und so schon kleine Kinder werden mit solchen laut Bibel heidnisch, okkulten, götzenartigen Symbolen zugespampt und das ist natürlich überhaupt nicht gut, aber wir kennen ja noch eine andere Religion mit dem Halbkreuz und da geht es ja auch nicht mit richtigen Dingen zu. Auf jeden Fall geht es hier weiter. Tatsächlich würde, dass einige von euch überraschen, dass sie begonnen haben, sie in christliche Buchläden zu verkaufen. Sie beschlossen sie zuerst an ihre Großkonzerne zu verkaufen und sie benutzen dazu Federal Department Stores, was wiederum die meisten der Kaufhäuser besitzt, in denen ihr Damen und Herren einkauft. Und das eine, das ist nicht die Federal Department Stores gehört, ist Montgomery Rewards und das gehört Standard Oil, also ist es trotzdem in ihrem Besitz. Im Besitz dieser okkulten Kreise, die man in Kreisen Illuminaten nennt, aber das ist nur ein Überbegriff, es sind eigentlich die okkulten Eliten oder einfach nur die machtgierigen Eliten, die vielleicht nicht okkult sind, aber einfach nur geldgierig, aber das ist ja auch die Wurzel alles Bösen, heißt es im Neuen Testament. Nun, schauen wir uns weiter an, was John Todd zu berichten hat, denn der David Stern ist eine Namensänderung davon. David war tot und begraben, als dieser Stern von seinem Sohn geschaffen wurde, nämlich von Salomo, der rückfällig geworden war und sich der Dämonenanbetung gewidmet hatte. Salomo versiegelte mit diesem Ding seine Kriegsdokumente und seine okkulten Dokumente. Sie nennen es Wappen des Salomo oder Hexagramm und davon kam das Wort Hexen oder einen bösen Zauber bewirken. Wenn Hexen Dämonen beschwören, sie beschwören Dämonen herauf, um mit ihnen persönlich zu reden, muss dieser Stern für den Dämon auf den Boden gezeichnet werden, damit er darin ankommt, sonst erscheint er nicht. Das vermittelt euch nun eine Ahnung. Das ist das bösartigste Zeichen in der okkulten Welt. Dieses Symbol bedeutet in verschiedenen Versionen, dass man eine initiierte Hexe oder Hexerei ist. Und falls ihr fernseht, tja, ich bin mir sicher, das tut ihr, falls ihr fernseht, wird euch auffallen, dass viele der Fernsehaltars oder Fernsehstars dieses Symbol nun offen tragen. Und das war vor 30 Jahren, das ist heute noch weiter verbreitet. Wieso auch nicht? Christen wissen eh nicht, was es bedeutet. Euch wird auch auffallen, dass das auch das Zeichen der Shriners ist. Das erste hieß Ankh. Sie nennen es jetzt Kreuz des Lichts und verkaufen es in christlichen Buchläden und so weiter. Das Kreuz des Lichts oder Ankh stammt aus Ägypten. Das werden wir uns gleich anschauen. Es bedeutet, dass man den Sonnengott Ra anbetet und Ra ist übrigens hebräisch und heißt böse, also dass dieser Gott Sonnengott nicht gut sein kann, verrät uns schon allein sein Name. Das ist der ägyptische Name auch für Luzifer. Es bedeutet also, dass man Luzifer anbetet. Es bedeutet, dass man Jungfräulichkeit verachtet, dass man gegen Jungfräulichkeit ist, dass man an Orgien teilnimmt und dass man an Reinkarnation glaubt. Das haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen, umkulte Reinkarnation. Das bedeutet, man glaubt nicht an Himmel oder Hölle, dass man wieder zurückkommt, wenn man stirbt und das Wort Gottes eine Lüge ist, weil es sagt, man lebt einmal, danach das Gericht. Aber das verneinen sie. Das nächste ist das zerbrochene Kreuz, das Peace-Zeichen, also das Friedenszeichen. Wir gehen aber erst mal die anderen Symbole noch mal kurz durch. Wir blenden mal diese drei Symbole ein bisschen ein. Und zwar haben wir hier, wie wir sehen, oben den sogenannten David-Stern. Also das kommt ursprünglich von David war eigentlich nichts Schlechtes, aber König Salomo, der ja am Ende laut Bibel, wie wir wissen, dem Okkulten zugeleigt war und Götzendienstbetrieb und tausende Frauen hatte und so weiter, der benutzte das Symbol eben für seine Zwecke. Das heißt, es kommt immer auch drauf an, was man selbst in diesem Symbol sieht. Ich sehe persönlich in diesem Symbol ein Zeichen der Flagge von Israel und ich kann verstehen, dass die Juden damals dieses Symbol benutzt haben, denn der Staat Israel wurde ja nur drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges errichtet, auch mit dem Mandat der Vereinten Nationen, also demokratischer geht es nicht mehr und natürlich mussten die Juden dann damals diese Judensterne tragen, diese David-Sterne als Zeichen, dass sie Juden sind, was natürlich absolut rassistisch und diskriminierend war und deswegen als Zeichen des Sieges über diese Diskriminierung, über den Holocaust und so weiter, haben sie dieses Zeichen eben als Flagge gewählt für Israel und ich kann es verstehen, und ich finde es auch nicht schlimm und die Freimaurer haben das auch sich zu eigen gemacht und sehen darin vielleicht was anderes, aber es ist eben trotzdem etwas, was in beiden Welten benutzt wird, in der okkulten Welt und in der normalen Welt und das andere ist eben das Ankreuz, das sieht so ähnlich aus, zumindest oben sieht es aus, als hätte es eine Art Alienkopf, auf jeden Fall, das gab es schon damals in Ägypten, das sehen wir auf dem dritten Foto auch schon und in diesem Ankreuz sehen wir oben auch drei Sonnen und wir wissen in Ägypten gab es auch eine Art Dreieinigkeit und das kennen wir aus vielen heidnischen Religionen auch und ganz unten sehen wir dann das Peace-Kreuz, das Friedenskreuz, Moment, so, das Friedenskreuz, was nichts anderes ist als ein gebrochenes Kreuz, im Grunde genommen auch ein okkultes Symbol, denn wenn man sagt Frieden, Peace, kommt nur dadurch zustande, dass man das Kreuz bricht oder die Botschaft vom Gekreuzigten, ja dann ist es auf jeden Fall nichts Gutes, ich persönlich habe nichts dagegen, wenn in der Gemeinde irgendwann ein Kreuz aufgestellt ist als Symbol, dass man weiß, man ist hier richtig, nicht so ein Ankreuz natürlich, aber ein normales Kreuz würde ich mal sagen, aber das, diese Symbole, davon sollte man sich denke ich fernhalten und wie gesagt, der Davidstern, ich habe damit kein Problem, aber andere anscheinend schon, aber wir schauen weiter, was John Todd sagte, nämlich, tja es kommt ein Buch namens Engel des Lichts heraus, alles klar und darin werden die Lehren der Momonen, der Freimaurerei und der Hexerei verglichen und die alle drei sind fast wie Drillinge ok, das wird von Schick Publications sein in Form der Crusader Comic Bücher und es wird etwa in zwei Monaten draußen sein, wenn die Bebildung fertig ist, haltet in den christlichen Buchläden danach Ausschau, ich habe das Gefühl, dass man damit mehr Freimaurer und mehr Momonen aus der okulten Welt gewinnen wird, als mit irgendetwas bisher, denn es zitiert aus einigen Büchern der innersten Kreise der Momonen und Freimaurer, das Problem mit den Momonen und Freimaurern ist, dass sie von dieser Geheimhaltungssache leben, man weiß nie, was die inneren Kreise treiben und dieses Buch bringt die inneren Kreise zu den äußeren Kreisen, und Mann, das wird auch heute Abend geöffnet werden, ich will die Freimaurer stottern und herumstammeln sehen, wenn sie aus ihren eigenen Büchern lesen, dass Jesus Christus der Gott des Bösen ist und Lucifer der Gott des Guten sei, das wird nämlich nur den Hochgrad Freimaurerlogen ihnen beigebracht, ab dem 30. Grad, und dann sollten sie mir sagen, dass die Freimaurer eine christliche Organisation ist, dann kann ich den Westbecher des Herrn trinken und gleichzeitig am Tisch sitzen mit den Dämonen, halbe Sachen geht nicht, wie gesagt, das eine ganz oder das andere ganz lassen und deswegen gehören wir ja auch keine Loge an, keine Religion an, wir gehören zu einem Volk und das ist das Volk Gottes. Kommen wir zum Schluss dieser Serie und was John Todd noch sagte, auch über John F. Kennedy. Kennedy wurde drei Monate vor seinem Tod errettet und zwar weil er anscheinend, wie er sagte, in einer anderen Folge Christ geworden ist, deshalb töteten sie ihn. Okay, ich könnte etwa zehn Minuten dafür brauchen, aber ich will nicht erklären und beweisen, dass das die Wahrheit ist, aber das ist geschehen. Tatsächlich waren einige Leute da draußen letzten Abend da. Da ging ich genauer darauf ein. Wir sind auch darauf eingegangen in einer anderen Folge. Okay, aber das ist passiert. Er wurde unten in Tampa, Florida durch einen Mann gerettet, der geholfen hatte, die Schweinebucht einzufädeln. Der wurde ein paar Monate früher Christ und legte dann gemeinsam mit ein paar Seelsorgern Zeugnis ab und Kennedy übergab sein Herz dem Herrn. Und sie versuchten ihn zurückzurufen, sogar der Papst befahl ihn einen Monat vor seinem Tod zu einer Privataudienz herein und er befahl ihm eine Messe zu feiern und Kennedy spazierte aus der Bude raus und lehnte die Messe ab. Ja, das geht natürlich auch gar nicht, den Stellvertreter Gottes auf Erden da irgendwie zu widersprechen, aber auf jeden Fall John F. Kennedy, wir wissen, die Familie sehr eigentlich gesegnete mit viel Tenent, die eigentlich sehr viel erreichen könnten, aber eben auch von der dunklen Seite sehr verfolgt wurden, weil die Wahrheit darf natürlich da nicht ans Licht, aber das ist auf jeden Fall, was John Todd noch zu sagen hatte in zum Schluss ein letztes Mal noch in die Bibel schauen, was da noch gesagt wird zu diesem Thema, denn wir haben vorhin gelesen, dass John Todd und kehren um von ihren bösen Wegen so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen und das gilt für alle Länder der Welt nicht nur für Israel oder für irgendeinen anderen Staat wo Christen sind jedes Volk das von den bösen Wegen umkehrt und da müssen wir wissen was ist denn böse wie kann man böse handeln nun wenn man Gott ungehorsam ist und nicht die Gebote Gottes hält und wenn man sagt zum Beispiel Gottes Gesetz sei abgeschafft dann legitimieren wir automatisch Wahrsagerei und Zauberei weil das hat ja Gott verboten und darauf steht sogar die Todesstrafe aber wenn man sagt die Zauber ist abgeschafft dann kann man ja alles machen deswegen sieht diese Welt ja auch so aus wie sie aussieht aber da Gottes Gesetz am Ende der Zeit im Millennium des Messias hier an die ganze Welt ausgehen wird es keine Zauberei mehr geben denn entweder die Zauberer kehren um oder aber der Spuk lädt die Zauberei schnell aus wir schauen uns an im 1. Samuel Kapitel 15 Vers 23 warum wurde denn König Saul unter anderem abgesetzt denn Ungehorsamkeit ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstlichkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst weil du König Saul der erste König Israels nun das Wort des Herrn verworfen hast so hat er dich verworfen dass du nicht mehr König sein sollst ja Gott hat ja gesagt das hat er allen seinen Königin gesagt auch David Salomo du sollst die Gebote Gottes halten er soll ja auch ein Vorbild sein für sein Volk was Jesus sein wird wenn sein Volk dann wieder zur Vernunft kommt und zurück zu den Geboten Gottes und so ist es hier Gehorsamkeit das führt zu einem Segen des Landes wenn man umkehrt von den bösen Wegen aber Ungehorsamkeit Gesetzlosigkeit die Übertretung der Gebote Gottes und sogar das Lehren der Gesetzlosigkeit ja da brauchen wir uns nicht wundern wenn die Zauberei und die Magier und die Wahrsager mehr Zulauf haben als die Kirchen der Christenheit da sind leider die Christen selbst schuld und ich bin selbst ein Christ und man muss manchmal vor der eigenen Haustür kehren bevor man andere belehren will aber leider lassen sich viele Christen nicht belehren weil sie sich Lehrer suchen wonach es in ihren Ohren juckt aber vielleicht nutzt ihr irgendwie mal eine Durchspülung der Ohren dass sie wieder besser hören denn es heißt ja auch im Alten Testament sie machten ihre Herzen so hart wie Diamant und wollten das ich sehr schätze und viele andere in der Wahrheitsbewegung die sagen naja die Christen die machen ja nichts die warten auf Jesus und sonst nichts nein das machen viele Christen eben nicht so und das ist auch biblisch denn in Epheser 5 Vers 11 heißt es habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis Freimaurer Skull and Bones Illuminati Bilderberg was weiß ich auf jeden Fall habt keine Gemeinschaft damit sondern deckt sie viel mal auf was machen wir denn hier was mache ich denn jetzt hier ich versuche Aufklärungsarbeit zu leisten vor allem für Menschen die vielleicht im Okkulten verstrickt sind und die dadurch auch erlöst werden können wenn sie den Erlöser annehmen deswegen wenn jemand sagt wozu okkulte Themen ansprechen diese Menschen haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt denn die okkulten Themen werden oder die okkulten Phänomene werden ja noch zunehmen weil die Gesetzlosigkeit zunimmt aber es heißt ja auch im Buch der Offenbarung es wird keinen Fluch mehr geben auf Erden bald und dann gibt es eben auch keine okkultisten mehr so heißt es über Gottes Volk im 4. Buch Mose Kapitel 23 Vers 23 oh eine Verschwörung bestimmt so hilft denn keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel zu seiner Zeit wird man von Jakob sagen und von Israel was hat Gott Großes getan ja Gott hat noch Großes vor mit seinem Volk nicht mit den Religionen auch nicht mit dem Christentum weil das Christentum ist ja eine Religion die nicht von Gott ist sondern von Menschen deswegen haben wir auch den Osthasen und den sondern wir Christen die wir keine Juden sind müssen zurück zur Wurzel unseres Glaubens und das ist nun mal der Schabbat die Feste Gottes wie Pesach oder eben auch die Speise Gebote so oder so wünsche ich allen Geschwistern gottesreichen Segen im Namen des Herrn Jesus Christus danke für die vielen Kommentare und das Interesse an dieser Serie ich hoffe ihr konntet das ein oder andere mitnehmen wie gesagt schreibt mich per E-Mail an oder auf Telegram dann könnt ihr diese Word Datei auch erhalten da werde ich sie nämlich posten bis dahin bleibt gesund haltet die Ohren steif und nicht vergessen die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das wahr ist und bleibt der himmlische Vater und sein Sohn Jesus Christus möge Gott euch befreien vom Okkultismus und segnen im Namen des Herrn Amen